Willkommen zu der ersten Pilotfolge der IOTA Zusammenfassung der letzten Tage. Dieses Video wird es auch in Englisch geben, da dieses aber jetzt nicht mal eine Muttersprache ist, bitte ich da um Rücksicht. Als erstes würde ich gerne schnell ein paar organisatorische Dinge klären, bevor wir dann zu den News kommen. Ob diese Art von Videos weitergemacht wird, entscheidet allein die Community. Jeder dankt Chris Müller, der hierfür lange und aufwendig uns wöchentlich mit News versorgt hat. Vielen, vielen Dank. Und jeder weiß, dass das mit viel Aufwand verbunden ist. Dank YouTube Analytics werde ich sehen, wie sehr die Videos ankommen oder eben nicht. Selbstverständlich werde ich auch auf Spenden angewiesen sein und werde wenn möglich Werbung auf YouTube schalten. Nur so kann dieses Projekt dann bestehen. Der ganze Aufbau der Videos ist noch nicht final, das heißt, wenn weitere Videos kommen werden, wird sich sicherlich das ein oder andere noch ändern. Anregungen, konstruktive Kritik ist in den Kommentaren gern gesehen. Weiterhin will ich erwähnen, dass diese Videos für die IOTA Community sind und ich hoffe auf eine kleine Hilfe, denn ich kann nicht alle Neuigkeiten rund um IOTA sammeln. Am Ende verpasse ich etwas und damit alle von den Informationen profitieren, sind Einsendungen gerne gesehen, vor allem von Projekten und den Leuten, die diese leiten. Dies kann ein Sprachrund kostenlose Werbung sein und ist in eurem Interesse. Hiermit danke ich schon mal IOTA Talk.com, die mir erlaubt haben, auf die schiere Infoflut ihre Webseite zu benutzen. Danke ModBot Minell. Ich hoffe, das war richtig. Lange Rede, kurzer Sinn, hier kommen die Nachrichten. Als erstes erwähne ich kurz, dass seit dem 19.04. das Stacking von Assembly möglich ist, falls es einer von euch verpasst hat. Keine Sorge, das Stacking ist immer noch möglich und dauert wie das letzte Stacking 90 Tage. Ihr könnt jederzeit einsteigen und aussteigen. Der ganze Prozess ist in Firefly zu erledigen bzw. Tangle Pay. Es wurde auch schon über 55% des gesamten Angebots gestackt. Die Beiträge verlinke ich unten in der Beschreibung, falls jemand neu sein sollte und einsteigen will. Am 20.04. betrat Volksmythica Touchpoint bei. Dieses Spiel wird das erste Collectible Combat Strategy Game sein. Als Spieler werden wir Belohnungen verdienen, indem wir NFT Charaktere genannt Volks einsetzen, um Gegenstände zu sammeln und gegen andere Spieler zu kämpfen. Dabei können wir schon in anderen Spielen wie Crypto Kitties unsere Charaktere oder Gegenstände züchten oder brüten, um daraus etwas Besseres zu bekommen. Wir werden dabei die Währung Jade und Volk verdienen können. Einen Release Datum gibt es dazu noch nicht. In diesem Zusammenhang hat Volksmythica am 26.04. ihre NFT Sammlung bekannt gegeben und den Feed wieder gelöscht. Diese wird die Kami Labs Genoso NFT heißen. Es wird insgesamt 5000 Stück geben und 250 Mioter kosten. Es wird ein offener Verkauf sein. Heißt, alle haben die gleichen Chancen. Selbst das Team muss welche kaufen. Wenn sie denn welche wollen. Auf kamilabs.io.nft, welche zum Zeitpunkt nicht erreichbar ist, gibt es hoffentlich mehr Informationen. Ja, kleiner Nachtrag jetzt schon. Die Seite wurde umbenannt in kamilabs.io.sale, äh, slash sale. Der Verkauf startet am 12. Mai auf Suniverse und die Details beleuchten wir dann aber im nächsten Video. Landex veröffentlicht in mehreren Tweets ein Behind-the-Scenes-Report. Dort beschreibt sie ihren Arbeitsprozess. Darin steht, dass sie in ihrem Proof-of-Concept-Stablecoin arbeiten, sowie am Cross-Chain-Verlager, was eine richtig spannende Sache ist. Im Hintergrund wird auch an einer Finanzierung gearbeitet, auch wenn sie NFT-Finanzierung mit 1,67 Toyota hervorgebracht hat. Landex versucht auch das Team weiter zu vergrößern. Interessant ist auch zu erwähnen, dass hier ein Proof-of-Concept für ein Mobile-App existiert. Selbstverständlich gibt es keine Release-Daten, das alles noch im Aufbau ist. Im weiteren Tweet heißt es, dass die Version 1 funktioniert wie geplant und das NFT-Ref-Programm mit der Version 2 in den nächsten zwei Wochen wohl kommen soll. Wenn dein Schimmer seitens IOTA Foundation veröffentlicht wird, wird Landex versuchen, alles auf das neue Schimmer-Netzwerk zu migrieren. Laut Tabelle soll der Release hier, 15.08.22, erfolgen. Beachtet aber, dass hier nicht final steht, da das wohl interne Angaben sind, die bei jeder Projektplanung gemacht werden. Wir wissen alle, dass die beste Plattform für den Erwerb von NFTs Sunalabs ist und das Team dahinter ist fleißig wie eh und je. Am 26.04. veröffentlicht sie einen Post, wo sie ihr erstes Service-Modul präsentieren und zwar den Token-Launchpad. Mit diesem Tool haben wirklich alle die Möglichkeit, ihre eigenen Token zu erstellen und das auch schon im Mai. Das Ganze wird auf Level 1 und Level 2 möglich sein und das natürlich wie immer ohne sinnlose Gebühren wie einige andere Urgesteine. Der ganze Prozess von Erstellung bis hin zu Verkauf soll sehr intuitiv sein, in ihrem Post sind ein gebildetes Prozesses zu sehen und wie schon bei der Einführung der NFT kann man sehen, dass sie Wort halten werden. Dabei wird das Ganze noch auf einem privaten Netzwerk gespeichert, da das aktuelle Schimmer IOTA-Netzwerk keine nativen Assets unterstützt. Sobald aber die IOTA-Foundation hier nachreicht, wird auch dieser Prozess migriert. Die Fertigstellung von Launchpad wird mit Ende Mai datiert. Dominik Schiner wird beim Europäischen Parlament in einer Diskussion rund um Krypto und der technologischen Neutralität vorsprechen. Das Ganze startet am 27.04., also heute, in Brüssel. In diesem Zuge ist gleich der offene Brief von der IOTA-Foundation an das EU-Parlament zu erwähnen. Dabei geht es um sogenannte offene und gehostete Wallets und die Meldepflicht über Transaktionen, die über 1000 Euro stehen. Dieser offene Brief kann von jedem unterschrieben werden. Dieses neue Gesetz verlangsamt die Entwicklung und stellt ein erhöhtes administratives Problem dar. Man stelle sich nur vor, wenn Millionen von Maschinen selbst Geld verwalten und diese Millionen alle von einer Behörde kontrolliert werden müssen. Es ist nicht nur ein gigantischer Aufwand, sondern stellt das Prinzip von DLT überhaupt in Frage, da diese öffentlich und unverändert sind. Lest den Artikel einfach definitiv durch und unterschreibt, falls ihr der gleichen Meinung seid. At IOTA Heroes auf Twitter hat ziemlich viele GIFs für ihr gleichnamiges Spiel IOTA Heroes parat. Es sieht einem Browser-Game ähnlich, wo ihr einen Helden aufrüsten könnt und in eine Schlacht schicken könnt. Dabei sind wohl schon 40 Spieler drin und haben über 500 Abenteuer bestritten. Es gibt viele Updates dazu. Falls ihr da Lust habt, solltet ihr deren Discord besuchen. Es sieht sehr interessant aus und mit nur 143 Followern auf Twitter definitiv zu wenig. Allgemein kann man sagen, dass momentan das Gaming auf IOTA in common ist. Wer noch mehr Spiele auf Basis von IOTA kennt, in die Kommentare damit, dann kommt eine Special Gaming Folge. Es gab am Montag auch ein neues Update für die Go Shimmer Nodes und zwar die Version 0.8.12. Wer so eine Node besitzt, sollte diese somit updaten. Mit diesem Update wird auch eine Evil Wallet vorgestellt, sowie ein paar kleine Fixes. Diese Evil Wallet wird zur einfachen Erstellung von Konflikt- und Spend-Szenarien benötigt. Damit nur für Entwickler interessant. Dennoch updaten. Am 26.04. veröffentlichte Jelle Miller einen Beitrag über das Problem der Bindung der Self-Sovereign Identity, kurz SSI, und NFTs. Dort beschreibt er die Bindungsprobleme, die mit dem Hype, die um die NFTs entstehen. Dieses Problem kennen wir nämlich alle. Man nimmt ein NFT, klickt mit rechts auf das Bild und speichert es sich irgendwo ab. Was für Menschen und Organisationen recht einfach darstellen lässt, werden hat eine Grafik und Vorgaben der EU mit dem sogenannten E-IDAS, ist für den NFT und allgemein für Objekte wohl recht schwierig. Der vollständige Artikel ist rein informativ und soll der IOTA-Identity als Rahmenwerk dienen für spätere Entscheidungen. Dieses Framework wird dann hoffentlich dieses Problem lösen. Damit man Menschen, die immer noch an den NFTs zweifeln, ein gutes Argument liefern kann. Kurz vor Redaktionsschluss trudelt noch eine kleine Neuigkeit rein, und zwar das Research-Team meldet ein Update für den Second Layer an. In diesem Update wird vorzugsweise an dem ZK EVM gearbeitet. Das ZK EVM ist eine virtuelle Maschine, die Smart Contracts auf feine Weise ausführt, die mit Zero-Knowledge-Proof-Computation kompatibel ist. Sie ist der Schlüssel zum Aufbau einer EVM-kompatiblen Zero-Knowledge-Rollups unter Beibehaltung des Codes von Ethereum. Als letztes will ich noch ein bisschen über den Preis reden, auch wenn das Video schon etwas länger geworden ist, als ich es überhaupt wollte. Ich weiß, das sieht momentan bei all den guten Nachrichten schlecht aus, aber wir sind doch schon Schlimmeres gewohnt. Ich erinnere mich da an die guten 30 Cent und mit einer der stärksten Plattformen für NFT, Suniverse, sind wir gut aufgestellt. Besser als der Rest der Industrie und alles was noch folgt wird genauso alles übertreffen. Chart-Analyse, wie gesagt, ist bei Krypto zwar machbar, aber da der Markt so unreguliert und massiv korrumpiert ist, ist es schwieriger als bei Aktien beispielsweise. Dennoch schauen wir uns den Wochenstart an und wir sehen unsere relative Stärke bei 2 Dollar und im Hinterkopf behalten wir uns immer unser schönes Allzeithoch von 5 Dollar. Wir sind wieder an einem Punkt, wo es eine große Entscheidung geben wird und ich hoffe, dass der Ausbruch nach oben mit dem Release von Shimmer sein wird. Erst Shimmer wird uns zeigen, was IOTO wirklich kann. Das weiß ich und das weiß jeder von euch. Die realen Anwendungen, die alle da draußen schlummern, warten einfach nur auf Shimmer. Wird dieses Released, kann das Protokoll dann benutzt werden und die Menschen werden den Vorteil, ich hoffe ich natürlich, sehen gegenüber den anderen Projekten. Schwenken wir dann auf den 4 Stunden Chart, wird diese Zuspendung immer radikaler. Der Befreiungsschlag sollte also in den nächsten Wochen hoffentlich kommen. Der ganze Markt gleitet momentan sowieso, da kann nur etwas Großes helfen. Obso düster sieht das auch nicht aus. Wir haben schon mehrmals die letzten Monate den Boden gut verteidigt, das ungefähr bei 60 Cent lag. Das heißt, die damaligen 30 Cent sind heute unsere 60 Cent. Lasst euch nicht durch den Preis entmutigen, die Nachrichtenlage sieht mehr als gut aus. Wer bei Proof auf GitHub öfters vorbeiguckt, sieht, dass die Entwicklung bei IOTO meist unter den Top 10 aller Kryptowährungen ist. Man ruht sich also nicht aus, sondern arbeitet wie verrückt. Und hört nicht so viel auf die kleinen Schreihälse, die immer was auszusetzen haben. Blockiert sie und lasst sie in Ruhe schreien. Konzentriert euch auf das Wesentliche, die Entwicklung und den Fortschritt und leitet selber daraus eure Lehren. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ordentlich gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn mir selbst das Video so Revue passieren lasse, war das Probably Nothing. Willkommen zur ersten Folge von Probably Nothing. Die Pilotfolge war in meinen Augen ein voller Erfolg. In nur drei Tagen haben über 600 Menschen den Kanal abonniert. Über 2300 Aufrufe und eine Wiedergabezeit von 142 Stunden generiert. Danke jedem Einzelnen. Danke an die Menschen, die Anregungen und Verbesserungsvorschläge gegeben haben. Ich werde nach und nach alles umsetzen. Danke an Rom, der mir ebenfalls wie iotatalk.com die Möglichkeit gibt, auf seine Informationen rund um iota zuzugreifen. Wer selber Interesse hat, kann gerne auf GitHub vorbeischauen. Weiterer Dank geht an John Irenikus, der mir ebenfalls Hilfe leisten will, indem er ebenfalls Nachrichten für den Kanal sammelt. Für alle, die den Kanal jetzt schon unterstützen wollen, können gerne dies tun. Entweder mit einer Spende in iota, die Adresse gibt es unten in der Beschreibung oder jetzt als QR-Code, mit den Rev-Links unten in der Beschreibung oder mit Patreon. Jetzt geht's aber weiter mit den Nachrichten. Am Mittwochabend veröffentliche Forbes Media einen Artikel über iota. Forbes verzeichnet rund 75 Millionen Leser und gibt iota die Möglichkeit, sich einem größeren und neueren Publikum zu präsentieren. Der Artikel gibt sich mit den Basics zufrieden und stellt iota als Kryptowährung vor. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen Transaktionskosten, Transaktionsgeschwindigkeit und Skalierung, die Energieeffizienz von iota und die Dezentralisierung. Auch werden Nachteile von iota thematisiert, die leider nicht sonderlich aktuell und veraltet sind. Als ersten Punkt wird der 1,5 Millionen Euro schwere Hack von 2020 beschrieben. Leider wird nicht erwähnt, dass zu dem Zeitpunkt die Wallet Trinity verwendet wurde oder es ebenfalls an einem Drittanbieter gelegen haben könnte. Dass Firefly momentan benutzt wird, wird erst weiter unten eher nebensächlich erwähnt. Der zweite negative Punkt sagt aus, dass iota noch in den Kinderschuhen steckt und der Erfolg nicht garantiert ist. Im Großen und Ganzen können wir uns über den Artikel und über die damit verbundene Reichweite aber freuen. Hack, hin oder her, andere größere Krypto verlieren jährlich mehr. Wenn es um NFTs geht, ist iota unschlagbar. Warum das so ist, zeigt ein kleines Experiment auf Suniverse. Das wohl am meisten gehandelte NFT kostet nur 1 iota und hat unglaublich viele Besitzer. Diese kleine Spielerei soll die Gebührenfreiheit von iota verdeutlichen. Man stelle sich nur vor, wenn man dieses NFT 50 mal hin und her auf OpenSea verkaufen würde. Die Gebühren würden zu unermesslicher steigen. Wer bei diesen kleinen Spielereien mitmachen will, kann das gerne machen. Derjenige kauft das NFT für ein Miota und verkauft es dann gleich an den nächsten für ein Miota. In der Pilotfolge sprachen wir über den Artikel, über die Bindungsprobleme von SSI und den NFTs. Genau dieser Artikel hat es auf Twitter bei CoinMarketCap geschafft, als Artikel des Tages. CoinMarketCap zählt 5,2 Millionen Follower und zeigt einmal mehr, dass iota wahrgenommen wird und sich mit den richtigen Themen auseinandersetzt. Christoph Strandl von der Software AG war bei den Treffen der EU wegen der Regulierung, welche wir ebenfalls im letzten Video thematisiert haben. Im Großen und Ganzen denkt er positiv über das Treffen nach und denkt, dass die neuen Regulierungen nicht eintreffen werden. Jedoch erfordert das weitere Anstrengungen alle Mitglieder. Dominic Schiner, der ebenfalls dort zugange war, äußert sich ebenfalls positiv über die Gespräche und ist sehr zuversichtlich, was Kryptowährungen und Europa angeht. Er verweist aber darauf hin, dass die Industrie und Politiker besser miteinander arbeiten müssen. Kommunikation ist eben alles. Am 28.04. gab es auch ein Update für die Smart Contracts. In diesem Update beschreibt Feater, dass sie EVM benutzerfreundlicher gestalten wollen. Es werden wohl die letzten Arbeiten und Tests durchgeführt, da Wasp auf internen Stardust-Netz läuft. Auch wurden die Schlüsselgenerierungen in Stardust implementiert. Ansonsten gab es viele Verbesserungen rund um Smart Contracts, den virtuellen Maschinen, nativen NFT-Unterstützung und zeigt deutlich, dass die größten Arbeiten fertig sind und wir uns auf das Ziel geraten, was Eventual Shimmer bzw. Stardust und Smart Contracts betrifft, befinden. Für alle Projekte und Content Creator hat IOTA Foundation ihre Markenpolitik vereinfacht. Hierbei geht es um die Benutzung der offiziellen Logos. Wer für seine Projekte solche Marken benutzt, sollte die Aktualisierungen zu Gemüte führen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. In der neuen Munaco Podcast-Folge war diesmal Matt Jager zu Gast. Hier sprachen beide darüber, wie energieeffizient IOTA ist. Matt findet Mining sehr interessant, aber die Lösungen sind nicht so gut. Mining wird auf Dauer aber auch nicht überleben, nach seiner Ansicht. Auch sieht eine unglaubliche Zukunft für IOTA und DLT im Allgemeinen, da das eine große Auswirkung auf den Markt haben wird. Weiterhin reden beide, dass schon 2019 die Gespräche mit Dell angefangen und Dell war sehr begeistert von den Möglichkeiten, die IOTA bieten kann. Und es werden ein paar Veröffentlichungen in den nächsten Wochen kommen. Diese werden dann auf den offiziellen Kanälen vorgestellt. Matt ist wirklich gespannt und freut sich darauf, wie wir alle. Das Projekt Alvarium wird wohl auch dieses Jahr schon veröffentlicht, zumindest vermutet Matt dies. Matt sprach auch über das Projekt mit Jaguar Land Rover. Und das Interessante ist, dass Matt gesagt hat, dass Jaguar Land Rover von sich aus zu IOTA gekommen ist und mit der IOTA Foundation arbeiten wollte. Das Projekt lebt also noch. Die ganze Folge könnt ihr auf Spotify kostenlos anhören. Ich möchte von letzter Woche noch einen kleinen Einschub machen und zwar verlinke ich unten den offenen Brief an das Europäische Parlament. Dies habe ich in der letzten Folge vergessen. Danke an alle, die mich daran erinnert haben. Donnerstagabend hat die Webseite Votrafokus einen Beitrag über IOTA veröffentlicht. Dort wird eine sichere Lösung für alle Frauen und ihre Daten beschrieben. Dabei geht es hauptsächlich um weibliche Tech-Startups, die Lösung rund um die weibliche Gesundheit bietet, wie Menstruationsgesundheit, Fruchtbarkeit oder der allgemeinen Fürsorge für Mütter. Und laut Artikel kann IOTA und DLT diverse Lösungen bieten und so das Leben vieler Frauen verbessern. Ein schöner Beitrag meiner Meinung nach. Auf Twitter hat den Zadau einen Graphen veröffentlicht, der die migrierten Adresse nach Wochentagen nach einem Jahr der Migrationszeit. Was könnt ihr daraus lesen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Am 5. Mai startet die Digital Springs Summit. Dort werden Regina Haschka-Helmer und Holger Köther für IOTA auftreten. Diese Messer verbindet viele Branchen und kann als Sprungbrett wahrgenommen werden. Folgende Unternehmen sind noch vertreten. Fiverr, Telekom, Twitter, Bundesverband Digitale Wirtschaft, Twitch, Ergo Group, Clark, Adobe und viele mehr. Wir können gespannt sein, was sich daraus alles ergeben kann. Wir drücken den beiden die Daumen und hoffen auf neue Partnerschaften und Neuigkeiten. Am 29.04. bis zum 2.05. könnt ihr auf Suniverse in der Gruppe von IOTA ContentDAO über 4 Vorschläge abstimmen. Dabei geht es um einen Vorschlag für die Einführung eines Newsletters, zur Abschaffung des Abstimmungserfordernis für kleine Ausgaben, Vorschlag zur Handhabung verschiedener Zahlungsarten in der Daokasse und dass die ICCD ein gemeinnütziges Unternehmen auf den Marshall-Einseln wird. Es sind alle Mitglieder von IOTA aufgefordert, ihr Wahlrecht auszuüben. So können wir gemeinsam die Zukunft von IOTA lenken und gestalten. Für alle Entwickler und Programmierer, die mit Visual Studio arbeiten, sollten aufhorchen. Auch Twitter hat ABE Half eine Erweiterung für die Programmierumgebung Visual Studio veröffentlicht. Diese Erweiterung befreit Entwickler von den operativen Aufgaben und ermöglicht ihnen, sich auf die Entwicklung von Logik und Verträgen zu konzentrieren. Wenn du ein Ubuntu Rust Entwickler bist, kannst du deine Wasp Smart Contract Entwicklung in Gang bringen. Dieses Plugin installiert automatisch ein Wasp Note, erstellt mit einem Klick Ketten und erforderlichen Code für die Smart Contracts. Alle deutschen Investoren haben wieder einen Grund zur Freude. Die Stacking-Haltefrist von 10 Jahren wurde aus dem BMF-Schreiben aus dem letzten Jahr entfernt. Damit sinkt die Haltefrist auf ein Jahr. Ein neues BMF-Schreiben gibt es aber noch nicht. Vergesst nicht, dass dies keine steuerliche Beratung ist, sondern nur eine Info. Bei weiteren Fragen müsst ihr trotzdem zu eurem Steuerberater gehen. Vom 2. bis 5. Mai findet in Las Vegas die Dell Technologies World statt. Am Dienstag, dem 4. Mai, wiederum geht es um das Thema Kryptomedia, der Intersection of Arts, Tech and Currency. Es wurde zwar IOTA mit keinem Wort erwähnt, aber da Dell bekanntlich eine Partnerschaft mit IOTA hat, wäre es eventuell nicht uninteressant. Diese Information würde sich auch mit der von Made Yager von Monaco Podcast überschneiden. Ob in diesem Zusammenhang auch etwas von dem Projekt Alvarium vorgestellt wird, ist niemandem bekannt. Am 29.04. ist auch das Assembly Stacking losgegangen. Kontrolliert nochmal Firefly, ob alles passt und viel Spaß beim Verdienen von Assembly aller 10 Sekunden. Auch Stronghold hat am Freitag eine Update herausgebracht. Demnach befindet sich das Team kurz vor dem Final Release. Es wurde ein Sicherheitsaudit durchgeführt, die zu kleinen Verbesserungen führten. Wir werden bestimmt dazu noch einen Blogbeitrag von der IOTA Foundation bekommen, die mehr über die Zukunft von Stronghold berichten werden. Heute früh hat auch Soonlabs einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Fab5. Dort wird die Geschichte rund um die 5 Gründer und die Entstehung ihrer Firma gesprochen. Auch die weiterführenden Aufgaben werden dort beleuchtet. Darunter gibt es die Wagme Consulting, Unchained Tech, Re-Engineered Finance LLC und Shonuf Marketing. Wer sich also für die Firmenstruktur und die Gründe interessiert, sollte sich diesen kurzen Beitrag definitiv durchlesen. Im gleichen Zuge hat Adam von Unchained Tech einen Tweet verfasst, wo er Developer sucht. Wer Programmierer ist und in einem vielversprechenden Web-Free-Unternehmen arbeiten will, sollte definitiv sich dort bewerben. Als letztes will ich über die NFTs sprechen. Da passiert gerade so viel, dass man bestimmt eine ganze Folge damit füllen könnte. Leider kann ich nicht jedes Update der vielen Projekte vorstellen. Dennoch kann man momentan durch Twitter oder Discord-Aktionen viele solcher NFTs gewinnen. Meist genügt es, wenn ihr den Kanälen folgt und den Beiträgen liked oder retweetet. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel TanglePay. Diese sind momentan mit vielen Projekten in Kooperation getreten, darunter Monaco-Podcast, IOTA-Punks, Magic Meme Money oder dem She-Universe-Saga. Eine andere Art Aufmerksamkeit zu generieren, hat sich Shimmersie mit dem IOTA-Bots ausgedacht. Wer dort gewinnen will, muss auf lumi.iotabots.io ein Spiel spielen, welches an Floppy Bird erinnert. Ich muss sagen, es ist schwieriger als gedacht, aber einige sind da besser als ich. Für Glückkanäle, mein Rekord, ist nicht dennenswert. Auch das interessante Prinzip von DAO-Bee kann einen überzeugen. Hier gestaltet jeder alleine oder in Zusammenarbeit ein eigenes NFT, welches dann zum Verkauf angeboten werden kann. Damit reitet es sich in die Kategorie IOTA Games ein. Momentan gibt es jeden Tag neue Partnerschaften unter den vielen weiteren NFT-Projekten. Danach zu urteilen, befinden wir uns kurz vor der Closed Beta. Alle Early Supporters können dann das Game testen. Zu den fleißigen Erstellern gehört auch Magic Voodoo Kalt. Diese werden ihre ersten 90 IOTA komplett an den ICCD, den IOTA Content Creator DAO, spenden. Wer also zwei Sachen auf einmal unterstützen will, sollte ein paar NFTs dort kaufen. Es kommt bald eine neue Kollektion, die man auch in der realen Welt einlösen und benutzen kann, den IOTA Beer Tab. Prost. Weiterhin betreiben sie eine Lotterie, wo man noch etwas gewinnen kann. Und nicht nur das, es werden auch exklusive Events gestartet mit Partnern, die man mir nicht verraten wollte. Die Vielfalt dieser Projekte zeigt, wie IOTA außerhalb von der technischen Seite sich entwickelt. Die NFT bereichern die Community und lässt es florieren. Das war's mir dieser Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit. IOTA ist auf einem guten Weg, das Ökosystem wächst. Das kann man bei den NFTs gut beobachten. Auch die Entwicklung geht gut voran. Aussagen wie ich von Matt im Podcast machen einen Mut weiter, in IOTA zu investieren und drin zu bleiben, um das Ökosystem zu unterstützen, wo es nur geht. In meinen Augen spiegelt der Preis momentan in keinster Weise die Entwicklung und die Zukunft von IOTA wieder. Auch wenn es gerade wirklich nicht gut aussieht mit unter 60 Cent. Und vergesst nicht, dass das hier keine Anlageberatung ist, sondern nur meine Meinung. Der April hat uns so viele neue Projekte an Land geschwemmt und ich habe das Gefühl, dass das nicht Zufall ist. Alle Projekte warten auf Schimmer und Stardust und wenn so viele Projekte jetzt so stark auf die Tube drücken, da band sich doch die Frage auf, wie lange dauert es bis zum Release von Schimmer. All das war wieder Probably Nothing. Willkommen zu der zweiten Folge Probably Nothing. Ich bin Alexander. Das Projekt verzeichnet ein gutes Wachstum mit mittlerweile über 800 Abonnenten. Vielleicht knacken wir sogar die 1000 diese Woche. Ich danke auch Bernhard meinem ersten Patron. Es freut mich zu sehen, dass die Unterstützung dieses Projektes langsam angenommen wird. Aber ich muss ja ein bisschen in Vorleistung gehen. Kommen wir gleich zu den News der letzten Tage. Tangle Labs gibt bekannt, dass sie nun Mitglied der Decentralized Identity Foundation, kurz DIF, sind. Adamski hat gleich danach auf Discord geschrieben, dass der Monat Mai voller Updates und Neuigkeiten sein wird. Behaltet also Tangle Labs im Auge. Tangle Labs ist zuständig für die Identity Suit, Amber, Cropley, Tixit und Individni. Vielleicht gibt es auch die ersten Benefits für die Inhaber der NFTs. Hans Moog hat eingeladen, über das flüssige Sharding zu diskutieren. Dort erwähnt er, dass die Konzepte für die Epoch Commitment Chains, den Verbindlichkeitsketten, fertig sind und jetzt könnte man über eine Spezifizierung von Fluid Sharding Frameworks beginnen. Hans Vorschlag beruht auf einem älteren Post von ihm. In diesem will er das Gewirr entwirren, also Untangling the Tangle. Dort will er für jeden eingegrenzten Raum Koordinaten vergeben, um die Nodes so zu lokalisieren. Dadurch ist es möglich, wie in einem Koordinatensystem, einen richtigen Ort für die Durchführung zu definieren und verschiedene Regionen, also Shards, zu generieren. Einfachheitshalber nimmt er dafür eine eindimensionale Darstellung und wiederum beispielsweise in sieben Shards eingeteilt. Die Nodes entscheiden bei diesem Versuch selber, wie viele Charts sie überwachen. Mindestens aber drei. Dabei kann jeder Node den gesamten Meta-Tangle herunterladen. Wer hier mehr eintauchen will, findet den Link zu Gegenvorschlägen, Anregungen in der Beschreibung. Auf Discord hat Phylo ein Update zu Epsi gegeben. Das Epsi-Team arbeitet weiterhin an der Phase 2a und sobald alle Teilnehmer alles eingereicht haben, wird die Kommission alles bewerten und die Ergebnisse auf den offiziellen Epsi-Kanälen veröffentlicht. Das wäre auf der offiziellen Seite Facebook, Twitter oder LinkedIn. Ich bin sehr gespannt, wie die EF hier abschneiden wird. Das Epsi-Projekt ist in meinen Augen mit eines der wichtigen Vorzeigeprojekten, die die IOTA Foundation hat. Ein kleines Update zu Dell und dem Dell Technologies World. In Folge 1 von Probably Nothing erwähnte ich, dass auf der Webseite nichts von IOTA oder dem Alvarium Provect Event wurde. Wenn man das Projekt aber auf der Webseite sucht, kommt eine kleine Info, wo IOTA und Alvarium erwähnt werden. Aus dieser Information geht hervor, dass eine Deep Dive Sitzung mit Experten geben wird, die die Integrität und Sicherheit von Daten in Zusammenarbeit mit IOTA und Climate Check anhand einer kanadischen Behörde erklären werden. Diese Behörde will die Emissionen von Fabriken im ganzen Land automatisch und fast in Echtzeit überwachen. Damit war meine Vermutung um das Thema Dell und Alvarium richtig. Hoffen wir jetzt schnellstmöglich Informationen darüber zu bekommen oder sogar ein Video. Der IOTA Einsteigerguide.de ist mit einer neuen Webseite gestartet. Alle, die das ganze Ökosystem für den Einstieg benutzen wollen, können dies nun wieder machen. Herzlichen Glückwunsch! Es erschien noch ein großer Beitrag über die Zukunft der Mobilität zwischen Gaia X und IOTA. Eine gebührenfreie, klimafreundliche und vertrauenswürdige Infrastruktur wird vorausgesetzt. All das, was IOTA bietet. Die IOTA Foundation ist Teil von Gaia X4 Rooms und die Projektfamilie sorgt für eine enge Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Austausch, auch mit anderen Projekten in Gaia X4 Future Mobility. 80 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft entwickeln die Grundlage für intelligente Mobilität, Fahrzeugtechnische Konzepte und industrielle Anwendungen. Projekte in der Familie werden vom Institut für KI-Sicherheit des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR kurz, koordiniert. Schwerpunktthemen sind Digitalisierung, Verkehr, Smart Mobility, Big Data und künstliche Intelligenz. Dieser Erziegel zeigt deutlich, welche Tragweite Gaia X hat und das Projekt unglaublich viel verändern kann, was wiederum ein immenser Boost für IOTA ist. Zudem hat es der Blogpost auf CoinMarketCap geschafft, als Artikel of the Day. Das Second Layer Scaling Forschungsteam hat für die Woche ein Update veröffentlicht. Zwei Forscher und ein Student arbeiten nun an der Verwaltung von Assembly. Und diese Woche werden noch zwei externe Forscher dazustoßen und das Team hofft, die so zu begeistern, dass die beiden in der Zukunft mitbleiben und für IOTA arbeiten. The Fans Together, welches versucht mit IOTA die Sportswelt zu begeistern, wählt gerade für das Basketballteam in Miami einen Namen. Darunter sind auch die Miami Tanglers und Miami Tangle vertreten. Ganz klar meine beiden Favoriten. Gebt eure Stimme ab und die vier Favoriten werden dann in Sunaverse zu näheren, weil stehen. Abstimmungspflicht, ihr habt drei Tage Zeit. Kommen wir zu zwei neuen Plattformen. Die eine heißt 0.2.exchange, ist eine DEX, die Assemble nutzen will. Die Webseite ist momentan nicht aufrufbar. Das bedeutet, das Projekt startet erst wohl. Ich habe das Team auch angeschrieben und mehr Details zu bekommen, aber momentan wird da noch geschwiegen. Und die zweite Plattform ist die Files.finance, ebenfalls eine DEX. Die Webseite könnte wiederum abrufen. Leider ist die Webseite noch nicht so optimal hergerichtet und zeigt einen unfertigen Eindruck, was als erstes Zeichen nicht schlecht zu bewerten ist. Die Eröffnung wird Juli 2023 angepeilt. Sandra Jörg, Geschäftsführerin und Gründerin von Blackpin, war zu Gast bei Menschen, Mächte und Meinung. Auf dem Sender RegioTV. Sie sprachen mit Moderator Ralf van Gülleck über Auszeichnungen, Nominierung und ihren Werdegang. Außerdem sprach sie über einen geplanten Launch des Messengers im Sommer 2022. Chris Müller hat das letztes Jahr ebenfalls thematisiert. Er sei geplant, die Kosten pro Nutzer auf 3 Euro zu setzen und später Preispakete einzuführen. Laut Sarah Jörg gäbe es bereits jetzt schon mehrere Interessenten und auch Investoren. Es wurde zwar mit keinem Wort IOT erwähnt, aber ein Blick auf deren Homepage verrät, was dort unter der Haube steckt. Jumbo Blog, Anbieter für Hochwasserschutz, Wasserspeicher, Zivilschutz und vieles mehr, hat eine Grafik veröffentlicht, in der es um Real-Time-Monitoring und Bevölkerungsschutz geht. In diesem Zuge habe ich Jumbo Blog ein paar Fragen gestellt über ihr Projekt, die Integration von IOTA und deren Zukunft. Wer mehr solche internen Sachen will, schreibt es bitte in die Kommentare. Los geht's! Erzählen Sie etwas über sich, Ihr Unternehmen und das Produkt. Jumbo Blog ist ein Projekt der Zani Group und einiger Projektunternehmen. Das Unternehmen hat sich über Jahrzehnte ein breites technisches Know-how erworben, das heute zum Beispiel in die Entwicklung moderner Verbrennungssysteme und anderer grüner Lösungen für die Industrie einfließt. Retention ist heute ein Bestandteil in der Anlagenplanung und somit liegen auch vorbeugende Maßnahmen gegen Regen- und Hochwasserereignisse, die durch den Klimawandel verschärft werden und in Zukunft häufiger auftreten werden im Portfolio. So entstand die Jumbo Blog Idee. Das Kundenportfolio reicht von internationalen Unternehmen bis hin zu staatlichen Organisationen. Jumbo Blog steht im Kerngeschäft für Hochwasserschutz und Wasserspeicherung. Damit ist Jumbo Blog ein patent- und markenrechtlich geschütztes Produkt. Der Klimawandel führt zunehmend zu Überschwemmungen und Hochwasserereignissen mit enormen Schäden. In versiegelten und bebauten Gebieten sind Systeme zur Gefahrenabwehr sinnvoll, aber konventionelle Bauweise oft nicht realisierbar. Genau dafür haben wir unser System entwickelt. Mit unserem patentierten System können wir große Sammelsysteme, Flächen und Räume innerhalb und außerhalb bebauter Gebiete errichten, mit denen Niederschlags- und Oberflächenwasser oder auch Flutwasser gezielt gesammelt werden kann. Bauprojekte können auf keinen Flächen schnell und einfach umgesetzt werden, um die Infrastruktur und die Verkehrsströme während der Bauarbeiten zu entlasten. Jumbo Blog ist extrem stabil, statisch sehr stark belastbar, überbaubar und selbst für den Schwerlastenverkehr befahrbar. Mit Jumbo Blog kann auf urbanem Raum einfach und kostengünstig Land in gefährdeten Überflutungsgebieten geschaffen werden. Es ist erstmals möglich große Flächen zu schützen, selbst dann, wenn keine zusammenhängende geometrische Form realisierbar ist. Denn die Überflutungsräume und Wasserspeicher mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten können mehrfach zu Schächten und Auffangbecken gereiht und gestapelt werden. Ziel dabei muss es immer sein, Bauland und Bauten zu erhalten und langfristig effektiv zu schützen. Flutereignisse wie 2021 im Ahrtal und anderswo könnte man damit verhindern und diese enormen Schadensereignisse vermeiden. Einsatzbeispiele wären Städte, Dörfer in Gewässernähe, Häfen und Flughäfen, Agrarflächen, Industrie- und Chemieflächen, gefährdete Täler und Senken, Retentionsflächen an Flüssen und Gewässern, Trockengebiet und viele andere Anwendungsfälle. In der Planung sind keine Grenzen gesetzt. Wie sind sie denn auf IOTA gekommen? Durch einen Beitrag von oder Bericht über David Sanstabo in 2015 und 2016. Das fanden wir schon damals sehr interessant. Wie leicht war denn die Integration von IOTA? In unserem Fall geht es nur um die Dokumentation von Sensordaten. Dazu nutzen wir branchenübliche batteriebetriebene IoT-Ultraschall-Sensoren. Sie erfassen den Füllstand der Jumbo-Block-Anlagen und deren Geoposition und funken diese Daten sicher ins Internet, in den Tängel. Hatten sie denn Hilfe von der IOTA Foundation? Nein. Was erhoffen sie sich durch die Integration von IOTA? Zuverlässige Vernetzung und Management von Sensoren und Sensordaten. Gerade im Bereich Hochwasserschutz und Anwohnerinformation ein sicheres Zugangsmanagement und lückenlose digitale Abbilder unserer Messwerte. Schnelle Entwicklung und einfache Anpassung. Warum haben sie keine andere Blockchain oder DLT gewählt? Wir bieten innovative, umweltschonende Produkte an, die das Ziel haben Schatzstoffe zu minimieren und Energie zu sparen. Und das passt eben nicht zu Blockchain. IOTA ist im Moment der einzig sinnvolle, technologisch interessante und energiesparende Ansatz. Daher glauben wir mittel- bis langfristig an eine große unternehmerische Akzeptanz und somit auch an eine erfolgreiche technologische Zukunft von IOTA. Vom Token und den Preis haben wir keine Ahnung und dazu geben wir auch keine Stellung ab. Fragen denn die Kunden, was es sich mit IOTA auf sich hat? Teils. Interesse liegt aber eher in den Daten. Blockchain ist aber ein Begriff. Wie sieht die weitere Zukunft aus? Breiteres Informationsangebot zum Jumbo-Blog, Kenntnisnahme und Akzeptanz durch Politik und Öffentlichkeit, dazu bedarf es auch einer Unterstützung durch die Community, Referenzanlagen, Infrastruktur, Industrie und Bevölkerungsschutz gegen Hochwasser und Überschwemmungen. Wird es denn neue Produkte geben? Ja. Hier wurde auch ein Zwinker-Smiley hinzugefügt. Wird es eine stärkere Integration von IOTA geben? Ja. Auch hier wurde ein Zwinker-Smiley hinzugefügt. Sind Sie selber investiert in IOTA? Auch hier wurde bestätigt. Ja, mit einem Zwinker-Smiley. Danke für die Beantwortung der Fragen. Danke für die Zeit. Auch Mesh Plus hat sich wieder zu Wort gemeldet. Laut einem Tweet vom 29.04. haben sie 190.000 Codezeilen geschrieben und das Minern kann sobald starten. Community-Mitglied der Engel fragte nach den Kosten der Hardware und ob sie per Solar und Akku betrieben werden können. Zitat, wir arbeiten an mehreren Optionen einschließlich eines DIY-Gateways, das etwas billiger sein wird als ein fertiges Gateway, aber etwas Zeit und technisches Wissen erfordert. Ja, sie können mit Solar betrieben werden, sie sind nicht stromhungrig. Na, wenn das mal nicht vielversprechend klingt. Am Mittwoch veröffentlichte IOTA einen eShop Proof of Concept, welches jeder probieren kann. Den Link findet ihr in der Beschreibung. In diesem Webshop kann man beispielsweise Alkohol oder nicht-alkoholische Getränke kaufen. Wie wir alle wissen, ist der Kauf von alkoholischen Getränken mit einer Alterseinschränkung verbunden. In diesem Proof of Concept können wir verschiedene Optionen verwenden, die auf IOTA Identity beruht. In den ersten Fällen erreichen wir nicht die Befugnis und können so auch nicht auf den Alkohol kaufen. Erst als unsere Identity mit Volljährigkeit übereinstimmt, dürfen wir weiter einkaufen. Diese Demo ist in Kollaboration mit EnsureSec und der Kaixabank entstanden. Hier wird deutlich gezeigt, welche Tragweiten IOTA auch im E-Commerce haben wird. An alle Leute, die bei TangleBay einen Node haben. Swarm ist in Version 2 erschienen. Dieses Update fügt die Option von Schimmer-Nodes ein, die selbstverständlich noch nicht benutzt werden können. Ansonsten gibt es noch diverse Verbesserungen und Bugfixes. Eine wilde Spekulation meinerseits. Der Schimmer-Twitter-Account twittert diese Woche ziemlich viel. Das hat er sonst bis zur Entstehung noch nie gemacht. Ist es ein Zeichen, dass der Riese Schimmer erwacht? Im ersten Post begrüßte die neuen Fans. Am gleichen Tag kommt noch ein Posting, dass alle Upgrades, die in Mainnet kommen sollen, erst auf Schimmer getestet werden. Meist wirklich ein heißer Kandidat von mir, was die Veröffentlichung angeht. Die vielen Projekte aus Folge 1, die Integration in TangleBay, vieles deutet darauf hin, dass der Start vorbereitet ist. Was denkt ihr? Wann wird Schimmer veröffentlicht? Silicon Droid baut Smartwatches, mit denen man seine Hornet Node tracken kann, den IOTA-Preis und natürlich die Uhrzeit. Die Entwicklung der ersten Uhren ist fertig und die Exemplare trudeln langsam bei ihren Bestellern ein. Der werte Antonio und Highlight der Community hat dazu ein kleines Video veröffentlicht auf Twitter. Kennt jemand, der jemanden kennt, der eine Smartwatch hat, die extra für eine Kryptowährung gemacht wurde? Also ich nicht. Weiter geht es mit Panama und der Legitimierung der acht Kryptowährungen. Diese Verwendung wird wohl ohne jegliche Einschränkung durch die Regierung genehmigt. Das geht zumindest einem Yahoo-Artikel heraus. Darunter sind folgende Kryptowährungen. IOTA, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, XTC Network, Elrond, Stellar und Algorand. Wir können also gespannt sein, welche Auswirkungen und Tragweiten diese Legitimierung in der Zukunft haben wird. Besonders auf IOTA. Wer Zeit, Laune und mathematisches Verständnis hat, sollte die neue Forschungsarbeit zum Thema Bekämpfung von Angriffen für DAG-basierte DLTs lesen. In diesem acht Seiten starken Paper stellen die Forscher einen Feedback-Ansatz für die Entwicklung einer Angriffsabwehrstrategie für DAG-basierte verteilte Ledger vor. Sie entwickeln ein Modell, um das Verhalten des Ledgers unter dem sogenannten TIPS-Inflation-Attack zu analysieren und entwerfen eine Kontrollstrategie, um dieser Angriffsstrategie entgegenzuwirken. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes wird durch eine theoretische Analyse in Form von zwei Theoremen über die Stabilisationseigenschaften des Ledgers mit und ohne Controller sowie durch umfangreiche Monte Carlo Simulationen eines agentenbasierten Modells des verteilten Ledgers aufgezeigt. Dieses Jahr hat City Exchange mit dem Projekt im Trondheimer Wellen geschlagen. Nun wurde dieses Projekt von der Europäischen Kommission zu den 100 Projekten ausgewählt, als eine Mission statt zu sein. Die Kommission wird die 100 ausgewählten Städte auffordern, Klimastartverträge auszuarbeiten, die einen Gesamtplan für die Klimaneutralität in allen Sektoren wie Energie, Gebäude, Abfallwirtschaft und Verkehr sowie entsprechende Investitionspläne enthalten werden. CAPI hat einen Vorschlag zur Erhöhung des Schimmerangebots für ein Community Treasury abgegeben. Dazu will er das Angebot um 20% erhöhen. Der Vorschlag ist bei der Community auf der Webseite oder Twitter gut angekommen. Die ganze IOTA-Community ist wie immer eingeladen, ihre Meinung zu diesem Thema abzugeben, beachtet dabei, dass der eigene Anteil natürlich verwässert wird, das aber wiederum viele Projekte pushen kann und mehr Anwendungsfälle hervorbringen kann. Neue Projekte bringen wiederum neue Leute in das Ökosystem, die den Token kaufen und benutzen und das steigert den Preis wieder. Aber das sind nur Vermutungen. Im Großen und Ganzen stimme ich dem Vorschlag überein, ein Treasury wie bei dem IOTA-Token einzuführen und Projekte zu finanzieren. Was sagt ihr dazu? Stimmst du den 20% zu? Wer das erste Paper gerade durchgelesen hat, darf gleich weitermachen. IOTA veröffentlicht gestern das Paper Realty-Based UTXO Ledger. Die 36 Seiten beschreiben das UTXO-Modell, Unspent Transaction Output. Das wird häufig im Bereich der Distributed Ledger Technology, DLT, verwendet, um Werte zwischen Teilnehmern zu übertragen. Einer seiner Vorteile ist, dass es die parallelen Verarbeitungen von Transaktionen ermöglicht, da unabhängige Transaktionen in beliebige Reihenfolge hinzugefügt werden können. Diese Eigenschaft der Ordnungsinvarianz und Parallelisierbarkeit hat potenzielle Vorteile in Bezug auf die Skalierbarkeit. Da es sich bei UTXO Ledger jedoch um eine reine App-and-Only-Datenstruktur handelt, wird dieser Vorteil durch das Vorhandensein konfligierender Transaktionen zunichte gemacht. Das Paper schlägt ein erweitertes UTXO-Ledger-Modell vor, das das Ledger optimistisch aktualisiert und die Abhängigkeit der möglichen Konflikte verfolgt. Bei Vorhandensein eines Konfliktlösungsmechanismus schlagen die Forscher eine Methode vor, um das erweiterte Ledger wieder auf sein konsistenter UTXO-Ledger zu reduzieren. Dieses Paper wurde von einer Person als einer der wichtigen Entwicklungen in IOTA betitelt. Und zuletzt ein paar kleine Ankündigungen. TangleSwap tritt Assembly by, dazu gab es einen Blogbeitrag und Camilab sind jetzt offizielle Partner der IOTA Foundation. Und wie es so ist und man kurz vor der Feststellung des Videos ist, CoinMarketCap Artikel des Tages am 05.05. ist der Artikel, dass TangleSwap Assembly by tritt. Ich glaube CoinMarketCap ist in IOTA verliebt. Gleichzeitig veröffentlicht IOTA das Paper zu Tangle 2.0, Leaderless Nakamoto Consense, on the heaviest DAG. Ich zitiere, Wir stellen die theoretischen Grundlagen von Tangle 2.0 vor, einem probabilistischen Consense-Protokoll on a leader, das auf einen gerichteten, adzüglichen Graphen namens Tangle basiert. Der Tangle ist die natürliche Nachfolge der Blockchain als nächster Evolutionsschritt, da es die Funktionen bietet, die geeignet sind, effiziente und skalierbare verteilte Ledger-Lösungen zu schaffen. Der Consense wird nicht mehr in der längsten Kette gefunden, sondern in der schwersten DAG, wo Proof-of-Work durch ein Stake- oder reputationsbasierte Gewichtsfunktion ersetzt wird. Die DAG-Struktur und das zugrunde liegende realitätsbasierte UTXO-Ledger ermöglicht eine parallele Validierung von Transaktionen, ohne dass eine Gesamtordnung erforderlich ist. Darüber hinaus ermöglicht sie die Abschaffung der zwischengeschalteten Miner und Validierer, sodass ein rein zweistufiger Prozess möglich ist, der dem Proposed-Vote-Paradigma auf Knotenebene und nicht auf Validierer-Ebene folgt. Wir schlagen einen Rahmen vor, um Liveness und Sicherheit, Security unter verschiedenen Kommunikations- und Gegnermodellen zu analysieren. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Unmöglichkeitsergebnissen in einigen Randfällen und in asynchronen Kommunikationsmodellen. Wir liefern einen formalen Beweis für die Sicherheit des Protokolls unter der Annahme einer gemeinsamen Zufallsmünze. Das war's mit Folge 3 und den tollen vielen Neuigkeiten, die wieder mal probably nothing waren. Bleibt hart standhaft und freut euch auf die Zukunft. Man weiß ja nie, was diese zu bieten hat, aber sie wird spannend sein. Tschüss. Herzlich willkommen zur dritten Folge Probably Nothing. Danke für die vielen Kommentare, nette Worte und die vielen positiven Rückmeldungen zu diesem Projekt und die Unterstützung. Die letzten Tage ist wieder mal viel passiert. Los geht's. Am 6.05. hat die Börse ALB Limited IOTA gelistet. Diese Börse ist schon 5 Jahre auf dem Markt, ist der offizielle Partner von Borussia Dortmund. Das und ein Blick auf das Impressum zeigt, dass die Börse auch seriös ist. In der Defi-Welt gibt es einen neuen Spieler, Akkumulator. Momentan gibt es nur ein Twitter-Account und keine Webseite. Laut deren Aussage konzentriert sie sich auf die Sicherheit und Schutz, was wiederum nicht zu hohen Renditen führen wird, wie bei anderen Anbietern. Akkumulator wird die Anlage in IOTA-Schimmer und Assembly ermöglichen. Wir freuen uns auf die Zukunft. Auch Inspired ist nun offizieller Partner der IOTA Foundation. Es ist schön zu sehen, dass viele Projekte offiziell Partner der IOTA Foundation sind. Das gibt einem die Sicherheit und das Gefühl, in die richtigen Projekte zu investieren, ohne größeres Risiko einzugehen. Es gab ein Update für das IOTA Treasury. Philo hat dazu ein Tweet gepostet. In diesem Meeting wurde der momentane Stand erläutert. Somit wartet das Team, bis das Firefly-Team fertig ist. Dann kann das Voting-System implementiert werden. Es ist somit fertig. Das System, wie man dann voten soll, soll genauso einfach sein wie das Stacking-Prinzip. Dabei geht es um rund 50 D-IOTA, die entweder bereitgestellt werden für die Community und Projekte oder verbrannt werden. Im gleichen Video klärt auch Capi nochmal seinen Vorschlag und seine Idee für die Erhöhung des Shimmer-Supplies um 20%. Am 12.05. gibt es eine Veranstaltung von CDDA. Dort geht es um die CO2-Emissionseinsparungen. Zu Gast sind Steve Todd von Dell und Matt Jagger. Die Anmeldung ist kostenlos. Der Vortrag fängt 8.40 Uhr an und dauert rund 15 Minuten. Eine weitere Konferenz gibt es vom 13. bis 15. Mai. Die Tomorrow Conference. Nenant wird dort IOTA präsentieren. Das Ganze findet in Serbien statt und ist aber kostenpflichtig. Gehört aber zu den größten Kryptomessen in Europa. Tangle Swap beteiligt sich rege an dem Vorschlag von Capi und der Erhöhung des Supplies von Shimmer. Ich erwähne es nochmal, die Communities aufgefordert ihre Meinung dort abzugehen. Tangle Swap befürwortet den Vorschlag, hegt aber Zweifel, ob alle Community-Mitglieder diesem zustimmen werden. Da es sich hierbei, wie in der Folge 2 erwähnte, Verwässerung geben wird. Deshalb haben sie einen interessanten Vorschlag unterbreitet, den ich ebenfalls für sehr gut finde. Ich zitiere. Wir glauben, dass diese von Capi oben genannten Zahl eine Mittelweg darstellt, der relevante Finanzierungsmöglichkeiten ermöglicht und gleichzeitig die Verwässerung auf einem vernünftigen Niveau hält. Wir schlagen vor, dass diese direkten Wertangebot den Schimmerinhabern direkt zugute kommt, indem er von Projekten, die durch diese Finanzierung ins Leben gerufen werden, verlangt, dass sie einen bestimmten Betrag ihres Tokenangebots an Schimmerinhaber abwerten. Die relative Menge der abzugehenen Token könnte an den relativen Betrag der Finanzierung gebunden sein, der durch die Mittel aus der Schimmererhöhung bereitgestellt wird. Ein zusätzlicher Sahnehäubchen aus spieltheoretischer Sicht könnte darin bestehen, dass nur diejenigen Schimmerinhaber über Airdrops belohnt werden, die für diesen Governmentsvorschlag gestimmt haben. Die direkte Beteiligung an Projekten finde ich klasse. Somit hat jeder etwas davon und partizipiert von den vielen Projekten. Was sagt ihr dazu? SwissWarn Capital twittert, dass sie bereit für IOTA 2.0 sind und regen die ganze Krypto-Community, sich das neue Paper durchzulesen. SwissWarn spezialisiert sich für die institutionellen Investoren, damit diese in Krypto investieren können. Diese Woche kamen gleich zwei Folgen von Thomas in seinem Monaco-Podcast raus. In der ersten Folge am Donnerstag war niemand Geringeres zu Gast als Kapi, auch bekannt als Rob Daikin. Kapi blickt auf 15 Jahre im traditionellen Finanzwesen zurück und hatte am Tag des Podcasts seinen letzten Arbeitstag, den er als bittersüß bezeichnete. Das Kernstück des Podcasts wird allerdings die Vorstellung seines Akkumulators sein. Wer schon einmal auf einer DEX agiert hat, weiß, dass die Gewinne nicht automatisch wieder in den Pool fließen. Kapi's Akkumulator kümmert sich darum, dass deine Gewinne automatisch wieder in den von dir gewünschten Pool fließen. Hast du zum Beispiel einen Handelspaar aus Bitcoin-Iota und deine Gewinne kommen in Form von Iota auf deine Wallet? Tauscht der Akkumulator 50% deiner Iota automatisch in Bitcoin und fügt diese 50% getauschten Bitcoin plus die 50% Rest-Iota in deinen Bitcoin-Iota-Pool. Damit kannst du deine jährliche erwartende Rendite, kurz APY, deutlich erhöhen. Des Weiteren plant Kapi aka Rob auch die Erklärung per Video-Tutorial. Es lohnt sich für jeden DEX-Interessierten Kapi auf dem Schirm zu haben. Und wer mehr erfahren möchte, sollte sich den Podcast anhören. Den Link ist in der Videobeschreibung. In der zweiten Folge geht es um Daobi in Form von Linus, Patrick und Lee Karuli. Das Team um Daobi besteht aus 5 Leuten, von denen die meisten Linus kennen werden. Das Prinzip wie Daobi funktioniert, habe ich schon in Folge 1 vorgestellt. Das Team meint es mit Free2Play sehr ernst und stellt auch klar, dass man zum Spielen von Daobi weder Coins noch Wallet benötige. Erst wenn man Gewinne erhalten möchte, braucht man eine Wallet. Es sei geplant, einen B-Token einzuführen, der dann auch gestackt werden kann. Mit den Daobi-NFTs oder den offiziellen Partnern erhöht sich die Stacking-Belohnungen bis auf ein Maximum von 90. Die Token wird man dann für spezielle Sticker oder Sachen benötigen. Es sei auch mehrere Spielmodi in Absicht und in weiterer Ferne, so träumt Linus, das Ganze als App auf dem Handy zu bringen. Diesen Montag hat die IOTA Foundation auch noch ein Event bekannt gegeben. Am 19. Mai findet in Berlin eine Präsentation von IOTA, BlackRocker, TangleSwap und RaveSpace statt. Als besonderes Highlight werden auf der Präsentation Pitches von dem IOTA Ecosystem Project TangleSwap und TangleHub sein. Eine Stunde später dann ein neuer Blogpost mit dem Titel Identity on the Edge, wo der Partner Zebra den Software Development Kit, auch kurz SDK, bestehend aus verschiedenen Open Source Modulen, die als Enabler bezeichnet werden und zum Aufbau und Testen dezentraler Lösungen verwendet werden, vorstellt. Dieser Blogbeitrag beschreibt den ersten Enabler, den für öffentlichen Feedback offen ist, den Identity Enabler, mit dem dezentrale, interoperable Identitäten für Personen, Organisationen und Geräte ausgestellt, verifiziert und verwaltet werden können. Anwendungsfälle könnten folgende sein, ich zitiere, Selbstständige Identitäten ermöglichen es, Einzelpersonen Identitäten ohne das Eingreifen einer einzelnen, einer zentralen Behörde oder eines Ausstellers zu verwalten und zu präsentieren. Beispielsweise Gesundheitsdaten von den Restaurantbesitzern mit einem Zebra-Gerät, das mit unserem SDK betrieben wird, überprüft werden, ohne mit einem Endpunkt einer Behörde zu interagieren. Handelszertifikate Überprüfbare Ansprüche, die in den dezentralen Identitäten verankert sind, können verwendet werden, um verschiedene Arten von Zertifikaten, die mit Handelsartikel verbunden sind, digital darzustellen. Zum Beispiel Pflanzengesundheitszertifikate, Garantiezertifikate und Konformitätszertifikate, die von dritten Prüfern ausgestellt werden. Dezentralisierte Identitäten, kurz die ID, für Organisationen, die Hauptanwendung für Organisationen im globalen Handeln. Beispielsweise ein Händler aus Kenia erstellt seine dezentrale digitale Identität und erhält nach den erforderlichen Überprüfungsprozessen mehrere Bescheinigungen von kenianischen Behörden. Dezentralisierte Geschäftsidentität, jedes Gerät, wie zum Beispiel ein Drucker, ein Scanner oder ein RFID-Lasergerät, das in Lieferketten eingesetzt wird, kann von Organisationen, die es besitzt, mit einer dezentralen Identität und zugehörigen Berechtigungsnachweisen versehen werden. Dadurch können alle Interaktionen mit diesem Gerät aufgezeichnet und geprüft werden, was die Rückverfolgbarkeit, die Nachvollziehbarkeit, die Sicherheit und das Vertrauen in den täglichen Abläufen eines Unternehmens erhöht. Berechtigungsnachweise für die Lieferkette Wir können uns vorstellen, dass ein LKW-Fahrer in ein Lagerhaus ankommt, das Be- und Entladen seine Paletten beantragt und nur ein Papierdokument mit dem Transportauftrag vorlegt. Zebra und Jota passen wie die Faust auf das Auge. Die Anwendungsfälle sind klar und würden die Wirtschaft bereichern. Nicht zu vergessen, dass der behördliche Aufwand wesentlich reduziert wird, was ebenfalls die Kosten senken würde. Wir befinden uns immer noch am Montag, denn das Firefly-Team gibt ebenfalls ein Update zu den Entwicklungen preis und die sind richtig gut. Als erstes geht es um die Firefly Mobile App. Diese ist immer noch in der Alpha, funktioniert auch, hat aber einige Funktionen, die noch nicht integriert sind, wie Deeplings oder biometrische Unterstützung. Es gab viele Überprüfungen und Verbesserungen. Das Team sagt aber deutlich, dass die Mobile App keine Priorität hat, da das Stacking, Voting und Schimmer und Star Dust wesentlich wichtiger sind und hier müssen wir dem klar zustimmen. Solange die Desktop App alles erledigen kann, sollte Fortschritt in der Entwicklung der neuen Module sein. Das sollte jedem Community-Mitglied am Herzen liegen. Auch konnte das Team einen weiteren Mitarbeiter gewinnen. Das Star Dust Update von Schimmer hat aber Priorität. Hier wartet das Team auf eine Bibliothek von Rust. Wenn diese fertig ist, wird das Team alles in die App integrieren. Aber Achtung, das Team hat sich entschieden, vorübergehend eine separate App für Schimmer zu erstellen. Das bedeutet, dass ihr zum Start von Schimmer eine andere Firefly-App-Version verwendet werden, um eure Schimmer-Token zuzugreifen. Sobald das Star Dust Upgrade jedoch auf das IOTA Mainnet erreicht, werden die Schimmer wieder in die Firefly-Haupt-App einbinden und ihr könnt dann sowohl Schimmer als auch IOTA-Profile in derselben App nutzen. Auch hier ist zu sagen, dass diese Entwicklung zu begrüßen ist. Ja, es sind dann zwei Programme, aber lieber zwei Programme als gar keins, oder? Und wir alle wollen doch endlich Schimmer benutzen und mit dem IOTA-Token spielen. Das Voting ist fast fertig, wie oben schon vermutet, aber jetzt bestätigt. Die Funktion wurde an eine Testgruppe freigegeben. Das heißt, wir warten, was die Tester sagen, dann gibt es wieder Verbesserung Bugfixes und dann wird das Update wohl zu großen Masse ausgegeben. Als weitere Verbesserung wurde die Synchronisation angesprochen. Bis jetzt wurden alle Konten gleichzeitig synchronisiert, was zu Performance-Einbüßen geführt hat. Jetzt wird jedes Einzelne synchronisiert. Das beschleunigt eure Nutzererfahrung. Diese Woche gab es noch ein Listing von IOTA und zwar auf bitoasis.net. Hier handelt es sich um eine Börse der Arabischen Emirate. Auf den ersten Blick sieht es seriös aus. Leider habe ich keine Registrierungsnummer gefunden, was nicht schlechtes heißt, da andere Länder andere Voraussetzungen haben. Auf die Frage von Antonio, ob es sich hierbei um echte IOTAs handelt, wurde nichts hinzugefügt. In den Kommentaren heißt es wohl, dass es sich um BIP20-Token handelt. Dennoch begrüßen wir den Nahen Osten in unseren Allen. Tangle Labs veröffentlicht am Montag ihren ersten Blogpost. In diesem spannenden Beitrag geht es um die souveräne Identität von Linus Nauman. Wer sich mehr über seine eigenen Daten interessiert und wie unser Leben digitaler wird, sollte das mit diesem einleitenden Blogbeitrag tun, einfach und klar formuliert. Und zum Schluss gibt Tone Labs bekannt, dass das Launchpad am 24.05. startet. Auch die neuen und verbesserten Tokenomics wurden auf einem Medium-Artikel veröffentlicht. Als größte Erleichterung für alle, alles bleibt gebührenfrei. Als Neuerung können Drittanbieter die verschiedenen Module selber in ihre Plattformen integrieren, dafür aber auch Gebühren verlangen. Wer über den Verkauf und die ganzen Tokenomics interessiert ist, sollte den Blogbeitrag lesen. Dieser ist unten wie immer verlinkt. Das war's auch mit der dritten Folge Probably Nothing. Am Ende möchte ich noch ein paar aufmunternde Worte an alle Abonnenten und IOTA-Mitglieder richten. Kopf hoch, ich weiß, die Zeiten sehen rot aus, was gewisse preisliche Sachen angeht und die wir jetzt nicht hier bereden werden. Aber wie immer heißt das, Preis ist nicht alles. Wenn ihr euch die vier Folgen Probably Nothing anguckt, seid ihr mehr als eine Stunde mit Neuigkeiten beschäftigt. Und da sind nur zwei Wochen gewesen. IOTA entwickelt sich unglaublich schnell. Die realen Lösungen kommen näher und näher. Wer hier immer noch sagt, dass IOTA nichts hinkriegt. Und ein reiner Scamist, der vergleicht nur den Preis mit dem Rest der Kryptowelt. Dabei wissen wir alle, dass die Taten etwas ausmachen und nicht das Gerede. Und die Taten der IOTA Foundation, der vielen Partner und den unzähligen Projekten ist riesig. Schaut nicht zu oft den Preis, schaut mehr Probably Nothing. Und überzeugt euch von den Entwicklungen und den Rest kommt von alleine. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Willkommen zu der vierten Folge Probably Nothing. Erstmal eine Information, die in der Folge 3 nicht mehr gelandet ist, weil es viel zu knapp war. Der IOTA-Beitrag zu Zebra und dem SDK war am gleichen Tag noch Artikel des Tages bei CoinMarketCap. Weiter geht's mit den Neuigkeiten. Soonlabs wird bald zwei geheime Projekte veröffentlichen, an denen sie eine längere Zeit gearbeitet haben. Diese Projekte werden dem Soon-Token und den NFTs zugutekommen. Ideen, was es sein könnte? Hab in die Kommentare. Mit dem großen Absturz in der Kryptolandschaft, von mir liebevoll auch die Säuberung genannt, gab es natürlich viel Unmut bei der Community. Leider gab es auch wieder wilde Spekulationen und Anschuldigungen gegenüber dem Team, die sich, wie in den letzten Folgen gesehen, haben viel Bemühen, um ein gutes Projekt und Produkt abzuliefern. Aber es gibt auch wilde Spekulationen, dass Stardust und Schimmer schon fertig sind, was natürlich nicht der Fall ist. Das hat jetzt auch Charlie bestätigt. Schimmer und Stardust sind noch nicht fertig. Es muss alles durch die Alpha laufen, bevor das X-Themus ebenfalls durchnehmen kann, damit es in die Beta kommen kann. Am Mittwoch schloss sich Soonerwurst im Assembly-Ecosystem und damit dem Touchpoint-Programm an. Dazu gab es auf der offiziellen Assembly-Seite einen Blogbeitrag. Vom 11. bis zum 13. Mai findet das EIC European Identity and Cloud Conference statt. IOS ist dort mit zwei Vorträgen vertreten. Einmal am 11.05. mit Michel Nato und Nenant Gligorik. Hier geht es um die SSI im Gesundheitswesen, von Geräten zu Menschen, Herausforderungen und Chancen. Die Podiumsdiskussion wird sich auf die Rolle von Self-Sorraine, Identity und Blockchain im Kontext des Gesundheitswesens konzentrieren. Zitat Wir werden über die bevorstehenden digitalen Identitätsbörsen der EU diskutieren und darüber, wie diese neue Ökosysteme im Gesundheitswesen ermöglichen wird, welche technologischen Informationen es gibt und welche rechtlichen Artforderungen zu erfüllen sind. Wir werden auch die Arbeit untersuchen, die derzeit im Rahmen einiger europäischen Projekte wie SECANT und mit Partnern wie Ubitec, NTT Data und IOTA gelistet wird. Die ganze Präsentation ist unten verlinkt. Und der zweite Vortrag war am 12.05. SSI zugänglich machen. IOTA-Technologie, Lösungen und Projekte. Wir werden sehen, welche Früchte die Vorträge haben werden. Soonlabs hat einen kleinen Leak auf Twitter gezeigt. Es ist ein kleiner Bildausschnitt, welches Smart Contracts zeigt. Man kann damit das Netzwerk auswählen, womit man wohl ein NFT kaufen kann. Sei es IOTA, Shimmer, Assembly, aber auch EVM ist wohl möglich. Naja, probably nothing hier. Es gibt eine neue Dex, IOTA-B. Es wird auf Shimmer und Assembly laufen. Auf der Webseite könnt ihr, wenn ihr es denn wollt, eure TanglePay App verbinden. Die Webseite macht einen kreativen Eindruck. Momentan ist aber über das übliche Vorteile und Besonderheiten nichts gegeben. Die Abstimmung des IOTA-Content-Creators wurde als positiv aufgenommen. Deswegen wurde gestern ein Konzept für den Newsletter vorgestellt. Selbstverständlich könnt ihr dort mitmachen. Diese Newsletter wird wohl alle 14 Tage erscheinen, sich mit allen relativen Themen beschäftigen. Kumar hat ein kleines JavaScript-Snippet gebastelt, welches in Metamask automatisch die IOTA Smart Contracts EVM hinzufügt. Somit erkennt Metamask, um welches Netzwerk es gerade sich handelt und wechselt gegebenenfalls zu dem richtigen. Falls sich das Netzwerk noch nicht in Metamask befindet, wird dies auch automatisch hinzugefügt durch ein Pop-Up. Das wird vielen neuen Steigern helfen. Ich hoffe, diese tolle Neuerung findet überall rein. IOTA will das Metaverse erkunden und erforschen. Michelle Natti, Nenant Gligorik und Maria Lemmer von Viva Labs startet eine Forschungsgruppe, um verschiedene Verbindungen in dem Metaverse zu erforschen. IOT und DLT sind perfekt für AR und VR und ergänzen sich prima. Dabei konzentrieren sie sich auf Metaverse-Anwendungen im Bereich des Gesundheitswesens, Automobil, Lieferketten, Energie, Industrie 4.0 und so weiter. Auch eine Standardisierung wird angestrebt. Wer die neue Monaco-Podcast-Folge verpasst hat, herhören. Garrett von Tanglepay war als Gast dabei. Garrett spricht dabei über die baldigen Features, wie die Unterstützung von Schimmer und Assembly. Er äußert auch den Wunsch, viele weitere Projekte in der App zu unterstützen. Sie sprechen auch über die Exklusivität mit IOTA-B und anderen Projekten, den eigenen NFTs Iceberg Legends und wie man einen Rabatt bekommen kann. Reinhören und bewerten nicht vergessen. Wer beim Treasury-Vote-Vortrag nicht dabei war, hat etwas verpasst. Hier präsentiert der Hülo in einem Video live, wie das Voting in Firefly funktionieren wird. Schauen wir es uns an. Hier gibt es eine Spaßabstimmung. In dieser wird schon abgestimmt. Als Beispiel ändern wir dann unsere Meinung und Stimmen für den Gegenvorschlag ab. Der ganze Prozess ist sehr einfach, wie ihr seht und funktioniert wie das Taking. Die ganze Präsentation und die Kommentare dazu könnt ihr im YouTube-Video, das vor kurzem erschienen ist, selbst angucken. Der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Auch gibt es ein interessantes Community-Projekt von Timson Labs. Mittwoch veröffentlichte das Team ein Teaser, was uns als IOTA-Community interessieren wird. Zum Schluss gibt es noch ein paar Daten, die ihr euch vormerken solltet. 19. Mai. Block Rocket und IOTA-Meetup, wo es um NFTs und Web3 geht. Dieser Vortrag ist kostenfrei. Und 31.05. Epsi gibt einen Demo-Tag bekannt. Hier werden alle Piloten vorgestellt. Auch das ist kostenfrei. Das war es mit Folge 4. Kurz, prägnant. Zum Glück ist nicht so viel passiert. Da kann ich ein bisschen aufatmen. Und wir freuen uns eigentlich, was als nächstes kommen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, Teilen, Liken und bis zu Folge 5. Willkommen zur fünften Folge Probably Nothing. Diese Folge ist wieder voller News und sogar mit Kontroversen. Als erstes möchte ich im eigenen Interesse auf die Unterstützung von Probably Nothing hinweisen. Es ist nun möglich, Super Sayalums für 50 Mioter zu erwerben. Diese werden vorrangig für Software und Tatware investiert, um das Projekt Probably Nothing qualitativ zu verbessern. Der Verkauf startet am 18.05. natürlich auf Soonerverse. Los geht's mit den News. Tangleswap veröffentlicht einen Teaser auf ihrer Webseite. Wie auf Twitter angekündigt, kann man nun die ersten Blicke auf die Webseite werfen. Will kann schon mit Metamask seine Wallet verbinden. Unterstützt wird bald auch Firefly und TanglePay. Die Tabelle mit den ganzen Reitern ist aber nur Platzhalter. Viel könnt ihr auf der Webseite nicht machen. Dennoch schön zu sehen, dass die Entwicklung hier vorangeht. Es ist nicht die erste Plattform, die schon so weit fortgeschritten ist. Das lässt vermuten und hoffen, dass Tadas und damit Schimmer in greifbarer Nähe ist. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl, dass bald die Veröffentlichung und damit die Explosion von E-Router bevorsteht. Philo schlägt die Definition von zukünftigen Prozessen rund um Governance vor. Denn wenn wir alle bald die Möglichkeit zur Abstimmung haben, muss alles geregelt werden, damit keine Probleme kommen. Holger schlägt hier drei Phasen vor. Die Diskussionsphase, den Temperaturtest und die letzte Phase des Voting. In der ersten Phase kann somit jeder seinen Vorschlag zur Abstimmung geben, ohne auf etwas zu achten. Es ist also formlos. Hat diese erste Phase genug Zustimmung gefunden und wurde es eventuell sogar weiter ausgearbeitet, landet es in die zweite Phase. Hier wird es dann eine Vorlage geben, wie man diesen Vorschlag abgeben soll. In dieser zweiten Phase muss der Vorschlag in sieben Tagen auch eine relative Mehrheit erreichen. Hat ein Vorschlag die dritte Phase erreicht, landet er wie dieses Community Treasury Event bei Firefly und wird genauso abgestimmt. Wer die Vorlage und mehr dazu lesen will, findet den Link zur Vorschlag unten in der Beschreibung. Es gibt auch ein neues Listing. Simplehold. Simplehold ist ein Lite Wallet, das Bitcoin, Ethereum und viele anderen Coins unterstützt. Laut eigener Aussage richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Dem IOTA, der dort gelistet ist, aber nur ein BEP20-Token. Sprich ein Wrapped-Me, der auf der Binance-Chain läuft. Aber mal unter uns, wozu eine andere Wallet verwenden, wenn wir als IOTA-Community die beste Wallet haben, Firefly, und dazu noch in diese Wallets taken können? Wer dennoch neugierig ist, kann sich das Ganze ja mal anschauen. Auf dem Cointelegraph erschien am 15. Mai eine kleine Fragerunde an niemand Geringeres als Dominic Schiener. Dabei ging es aber nicht wie erwartet um Fragen wie, wann der Coordyzeit oder wann Schimmerleif geht, weil die Antworten darauf wir sowieso kennen, soon. Nein, es ging um sechs allgemeine Fragen zu seiner Person und seinen Interessen. Wie zum Beispiel, was war der interessanteste Ort, den sie je besucht haben und warum? Oder welche Menschen finden sie in den Bereichen am inspirierendsten, interessantesten und lustigsten? Dom hat es öfteren schon erwähnt, dass er teilweise 16 Stunden am Tag arbeitet, umso schöner zu sehen, dass er dennoch bodenständig geblieben ist und sich von diesem Space nicht unterkriegen lässt. Ich finde solche Interviews erfrischend und sehr interessant. Der Mensch hinter dem Coin. Nicht das typische Interview, wie man es zuhauf kennt. Vielleicht mein Format auf YouTube? Die IOTA Foundation Leute im Gespräch und kein Wort zu IOTA. Lasst eure Meinungen in den Kommentaren oder auf Twitter da. Soon Labs veröffentlicht ihr geheimes Projekt. Es wird ein Token-Exchange sein und wer hätte das gedacht, es wird auf Schimmer laufen. Ich will ja nochmal meine Vermutung zur Veröffentlichung von Schimmer abgeben, aber sie wird in MyStart finden. Wer braucht mehr Indizien? Im veröffentlichten Beitrag auf Medium kann man mehr dazu erfahren und auch die ersten Bilder sehen. Als Beispiel sieht man ein erster Token, den man kaufen kann. Adam Token oder den B-Token als Beispiel. Das Gute hier ist, dass unsere Gelder die Wallet wie bei dem Kauf von NFC nirgendwo einzahlen müssen. Alles funktioniert aus der Wallet aus. Es wird drei Arten von Token geben. Token, die nicht für den öffentlichen Verkauf bestimmt sind. Token, die sich im öffentlichen Verkauf befinden. Und Token, deren Verkauf abgeschlossen ist. All diese Token werden entweder zu Schimmer, IOTA oder dem Schimmer IWM migrieren können, sobald sie veröffentlicht werden. Auch die Dezentralität wird angesprochen, Soonlabs und die IOTA Foundation arbeiten an TIP42, die das Token-Modul dezentral arbeiten lässt. Der Blogpost ist definitiv lesenswert und ein Muss für jeden IOTA-Investor. Am Montag kam ein Smart Contracts-Update heraus. Es gab Updates, Erweiterungen und Testnet. Das Interessante am Update ist, dass Hornet-basiertes TARDAS-Testnetz kurz vor der Fertigstellung ist. Bleiben wir bei kurzen Updates. Goshima hat ein Update auf Vision 0814 geschafft. Hier sind aber nur kleine Änderungen drin. Ebenfalls am Montag erschien ein Blogartikel auf dem offiziellen Blog der IOTA Foundation. Ein Forschungsprojekt, das von Japans größter öffentlicher Verwaltungsorganisation NEDO, the New Energy and Industrial Technology Development Organization, gesponsert wurde und an den mehreren japanischen Organisationen beteiligt waren, hat die Machbarkeit von IOTA als Infrastruktur für die Sicherung kritischer Industriedaten nachgewiesen. Wiederhole das nochmal, es wurde nachgewiesen. Im Rahmen des Projektes wurde Tangle von IOTA als Vertrauenssäule für risikobasierte Wartungssysteme getestet, die in Kraftwerken, Energieanlagen, Industrieanlagen, petrochemischer Anlagen und Ölrefinerien eingesetzt werden, wobei hervorragende Ergebnisse erzielt wurden, um Machbarkeiten von IOTA als Vertrauensanker für kritische Daten zu testen. Dieses Projekt fing 2020 an und wurde im Februar 2022 abgeschlossen. Interessant hier ist der folgende Punkt. Die Hornet-Knoten, die mit dem privaten Tangle verbunden sind, laufen auf der AWS-Infrastruktur in Japan. Die Einrichtung des privaten Tangle wurde mit IOTA One-Click Tangle Tools durchgeführt. In Zukunft könnte dieser private Tangle mit Hilfe eines Assembly Smart Contracts im Mainnet verankert werden. Wer noch Kapazitäten im Kalender hat, kann sich den 7. bis 10. Juni vormerken. IOTA ist wieder ein Community-Partner der Diversity-Initiative auf der Women Tech Global Conference. Das ist die größte Messe der größten Unternehmen. Auch Marianne de la Roche wird an diesem Event teilnehmen und vorsprechen. Das teilte sie auf Twitter. Der alte Hase der Community Schmucklos hat ein Interview auf tegtag.de mit Sandra Jörg getweetet, in dem es natürlich um Blackpink ging. Sie erklärte den Unterschied zu anderen Messager-Diensten wie WhatsApp zu Blackpink und dass Baden-Württembergs Innenminister es als Leuchtturm-Startup bezeichnete. Zu DENT brennt der Bereich rund um Pflege, Rettung und Medizin gerade auf solch eine Lösung. Da sie die neue Matrix-Chat-Technologie verfänden, die ab 01.01.2022 im medizinischen Bereich verordnet wurde und demnächst binden wird, hat das Team somit weniger Konkurrenz, so ihre Annahme. Ziel sei es natürlich, in ein paar Jahren Marktführer als digitale Transaktionsplattform in Europa zu sein. Ganz nach dem Motto One Trillion or Nothing. Es lohnt sich einen Blick darauf zu werfen, ein kleiner Spoiler, IOTA kommt auch drin vor. Für alle Entwickler und Projekte, die Erleichterung suchen, IOTA veröffentlicht mehrere Komponente für eine leichtere Integrierung in ihre Projekte. Dabei geht es um die Service-UI-Komponente. Diese Bibliotheken helfen bei dezentralen Identitäten und um die Berechtigungsnachweise zu überprüfen. Das Ganze kann man leicht auf GitHub mergen. Und nun zu der Kontroverse. Landex veröffentlicht ihr Light Paper zu den Tokonomics und diese werden gar nicht gut aufgenommen. Selbst Dominik, der alle zum Bauen auffordert, kritisiert nun das Paper. Auch bei Telegram wird Frust abgelassen und das wird wie immer ein bisschen hässlich, zumindest wenn man einigen Aussagen Gehör schenkt. Meiner Meinung nach ging die Diskussion gesittert ab, aber das typische Heulen konnte man schon raushören. Bevor wir auf die Tokonomics eingehen, folgender Hinweis von mir. Als erstes heißt es immer, do your own research. Das heißt, egal wer etwas sagt oder schreibt, denkt selbst darüber nach und kontrolliert die Quellen. Wenn es Krypto, Dex, DeFi und wie die Plattformen sonst heißen geht, sollte man immer menschlichen Verstand benutzen. Niemand verschenkt Geld. Das sollte jedem klar sein. Wenn Plattformen, und ich übertreibe mal hier, 300% pro Tag euch versprechen, sollte jeder seine Sachen packen und schnell wegrennen. Das ist doch nicht möglich. Auch 100% pro Monat sind übertrieben, denn dieses Geld und die Wertsteigerung muss von irgendwo her kommen. Dass dann viele Coins implodieren, weil die Inflation zu groß ist, ist dann fast schon vorprogrammiert. Deswegen schaut euch die Tokonomics von den Projekten an und bleibt auch immer ein wenig skeptisch. Kommen wir jetzt zu den Tokonomics von Landex, die wohlgemerkt Vision 1 trägt. Das heißt, es kann sich noch einiges ändern. Der große Dorn für viele sind die vielen öffentlichen Finanzierungsrunden und der große Anteil dadurch der Gelder im Team. Und damit ist das Projekt vor Release als gescheitert zu betrachten. Ich möchte dazu folgendes sagen. Ich möchte niemandem was unterstellen. Dass Dominic hier sich eher negativ äußert, ist ein bisschen ärgerlich, da er einen großen Input auf die Community und auf die Entwicklung haben kann. Andererseits ist es nur seine Meinung, die er gerne sagen kann und soll. Denn er will nur das Beste für Jota und Landex soll ein gutes Beispiel für Defi sein. Und das ist in seinen Augen nicht. Auch gehen wir immer von der Unschuldsvermutung aus. Das heißt, das Landex-Team will nur das Beste und in ihren Augen ist das Light Paper gut. Und hier wird kein Scan produziert. Mit der vielen Kritik wird hoffentlich seitens Landex einiges passieren und eine Version 2 kommen. Ich habe das Team um meine Strömungnahme gebeten, bis jetzt kam nichts. Landex ist jetzt am Zug, wir warten was passiert. Bleibt alle sachlich und weniger Drama. Heute kam auch ein neues Patent auf Jota-Basis raus. Dies haben viele Community-Mitglieder auf Twitter geteilt. Ich zitiere, Verfahren zur Verwaltung von Versicherungsverträgen zwischen mindestens einem Versicherungsnehmer und mindestens einer Versicherungsgesellschaft. Das Ganze funktioniert mit Smart Contracts und Oracle. Eine frische News für Schimmer wurde ebenfalls gerade herausgebracht. In dem Tweet geht hier vor, dass die kleinste Einheit von Schimmer nun Glow ist, 1 zu 1 Million. Das heißt, ein Schimmer ist 1 Million Glow oder ein Glow ist 0,0000000 ein Schimmer. Wer mehr über die neue Regelung und Informationen lesen will, sollte das auf GitHub machen. BitOasis, die in der letzten Folge erwähnte Börse in den Emiraten, twittert gleich zweimal über Iota. Dabei ist ein Tweet interessant, dass es auf der Börse ein Armer mit Dominik Schiener geben wird. Somit können sich die vielen hoffentlich neuen Investoren in den Emiraten ein besseres Bild von Iota machen. Viel Glück! Das war's mit dieser Folge. Danke für das Zuschauen und Einschalten. Do your own research, auch bei meinen Videos. Ich verlinke die Links nicht umsonst. Bleibt sachlich und nett. Hört nicht auf jeden, sondern bildet euch eine eigene Meinung und alles wird gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Noch ist es noch nicht zu Ende, denn Holger, du kannst das nächste Mal ein bisschen früher das Ganze hier veröffentlichen, deine wunderschönen News. Er hat gerade getwittert, dass die erste serienreife Hardware mit Iota integrierter Identität, Mikropayments für Datenverkauf, Datenintegrität und Smart Watering und Landwirtschaft der Etho-Gruppe geplant ist. Das Ganze heißt wohl Farm United, auf dem Bild kann man, auf dem vierten Bild kann man eine App sehen und den Link zu innowell.de, da kann man Farm United als Produkt sehen. Direkt auf der Webseite ist Iota jetzt nicht verlinkt oder erwähnt, aber es sieht alles sehr interessant aus und wer sich sowieso für Landwirtschaft interessiert, der wird hier fündig. So, das war's jetzt aber wirklich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zur sechsten Folge Probably Nothing. Es ist in den paar Tagen wieder viel passiert, dank an Snoopy, 007, Traveller Paddy und Oldwatch, die sich einen super Sialum gekauft haben und diesen Kanal damit unterstützen. Mein Dank ist over 9000. TanglePay hat eine Partnerschaft mit TangleSwap angetreten. Damit könnte man im Defi-Bereich bald wohl auch TanglePay benutzen. In der letzten Folge habe ich schon über die neue Webseite berichtet, da stand auch schon, dass man bald TangleSwap mit TanglePay verbinden könnte, die Partnerschaft kommt also nicht überraschend. Hans Moog hat ebenfalls einen interessanten Tweet abgesetzt, welchen man aber mit Vorsicht genießen muss, zumindest das, was die Zeitangaben angeht. Hans war auf einem Forschungsgipfel und auf diesem wurde erörtert, wie und in welchen Schritten der Coordi-Site in den kommenden Monaten in das Maynet eingeführt werden soll. Betonung klickt hier auf kommenden Monaten. Er denkt, dass die ersten Teile von Goshima auf Hive umgestellt werden können. Das Hauptziel ist aber, den Code aufzuräumen. Es wurden über 30.000 Codezeilen geändert. Ein interessanter Artikel über die Übersicht von IOTA wurde auf morethandigital.info veröffentlicht. Dieser Artikel richtet sich in erster Linie an Menschen, die zum ersten Mal von IOTA hören. Am 19.05. hat IOTA auch den neuen Tangle Explorer veröffentlicht. Die neue Version hat viele neue Funktionen und Verbesserungen, neue Inhalte auf den Adressen- und Nachrichtenseiten, wie QR-Code, Transaktionsverlauf, ein Navigationsleiter, Meilensteine, ein Dark-Mode und vieles mehr. Yele Millenar hat dazu noch einen Tweet abgegeben, dass man mit dem neuen Explorer seine eigenen erstellten DIDs gut beobachten kann. Eine neue Partnerschaft zwischen Assembly und Chromie wurde beschlossen. Chromie ist ein lateinamerikanischer NFT-Anbieter. Wir können gespannt sein, was dich ergeben wird. Der Community-Mitglied Kali, der einen schönen Pixel-NFT-Sammlung hat, veröffentlichte sein letztes Werk, welches man ab heute kaufen kann. Aber laut seinem Tweet, there is one last thing. Die ganzen IOTA-Nerds-Kollektionen widmet er dem Probably Nothing-Projekt. Das heißt, wer diese Pixel-Nerds erwirbt, unterstützt damit auch gleichzeitig diesen YouTube-Kanal. Das ist eine unglaublich großzügige Geste, für die ich mich bedanken kann. Damit habe ich nicht gerechnet und zeigt, wie offenherzig die Community ist. Checkt die tollen Charaktere aus. Es sind noch einige da. Es wird auch nie wieder eine Kollektion von Kali geben. Schade. Hinterlasst auf Twitter oder hier in den Kommentaren viel Liebe für ihn. Kali, danke, danke, danke. Am Ende der letzten Folge kam Holger Köther noch mit einer neuen Anwendung daher und jetzt bestätigt er, dass der IOTA-Token für Mikrotransaktionen benutzt werden kann. Ein weiterer Anwendungsfall reiht sich in das große Ökosystem ein. Landex war letzte Folge ein großes Thema. CoinRisk hat sich die Tokenomics angeguckt und eine Analyse betrieben. Das Rating gibt ein grünes Signal. Leider ist es aber nicht ersichtlich, wie die Gewichtung funktioniert und damit schwer zu beurteilen, ob es wirklich grün ist. Schaut es euch selber an, sagt eure Meinung, aber wie gesagt, seid vorsichtig. Dominik Schiene veröffentlichte am 18.05. einen Blogartikel auf Cointelegraph. Crypto erlebt Wipeshift, was bedeutet der Stimmungswandel für die Branche. In diesem Artikel geht es um die geopolitischen Entwicklungen, die dieses Jahr passiert sind und wie diese sich auf die Kryptowährungen entwickelt haben. Dieser Artikel beschäftigt sich jetzt nicht direkt mit IOTA, dennoch interessant zu lesen, da hier auch die politischen Auswirkungen angesprochen werden und die ethische Sicht. Der Twitter-User ischaos2040 hat eine Infografik über Shimasi getwittert. Diese ist wie immer voller Informationen und gibt einen schnellen Überblick über das Projekt. Dell veröffentlichte am 13. Mai 2022 einen Artikel über ihre DCF-Technologie. Das Data Confidence Fabric, kurz DCF, bietet eine standardisierte Methode zu qualifizierten Screening, Messen und Bestimmen, ob Daten eines Unternehmens den Vertrauensstandard und Relevanz erfüllen. Ziel sei der Markt der Emissionszertifikate, der momentan anfällig für Fälschungen oder gar Doppelverkäufen sei. Beispielsweise berichtet Bloomberg, dass etwa 30% der Unternehmen in verschiedenen Branchen nicht übereinstimmende Daten in mindestens einer Emissionskategorie haben. Und die Financial Review berichtet kürzlich, dass bis zu 80% der von der Regierung ausgegebenen Emissionszertifikate fehlerhaft oder nur Schein sind. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welche Technologie Dell gewählt hat, um die Daten vertrauenswürdig zu handeln. Wer jetzt Dogecoin, Shiba oder Floki-Coin im Sinn hatte, kann jetzt ausschalten. Wer allerdings auf den Tangle getippt hat, liegt hier richtig. Das Projekt von Timson Labs, welches in Folge 4 erwähnt wurde, wird den Start der Plattform für den Mai anvisieren. Es sind also noch ein paar Tage, bis wir die Börsen und ihre Wallets beobachten können. Das zweite geheime Projekt von Sun Labs wurde veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um ein Spiel mit dem Namen Escape from Planet Phi. Das Spiel folgt Sun Man und seinen Freunden, dann nachdem sie durch ein Wurmloch gesaugt werden und auf einem Planeten Phi abstürzen. Mit einem kaputten Raumschiff und wenig Ressourcen erkennt das Team, dass sie mit dem Aufbau von Grund auf beginnen müssen. Sie beginnen mit Bergbau und Gartenarbeit, um Vorräte zu sammeln. Natürlich gibt es auch Feinde und Kämpfer. Wie die Kämpfer ausgetragen werden, wie der Marktplatz funktioniert und wie viele Kämpfer man am Anfang kostenfrei bekommt, erfahrt ihr alle im Blogartikel von Sun Labs. Auch die Tokenomics werden in diesem Artikel vorgestellt. Ein Release-Datum wurde nicht bekannt gegeben. Am 26. Mai findet eine Konferenz statt, wie man ein digitales DRS-Fundsystem im globalen Maßstab entwickelt und einsetzt. Eingeladen sind Verpackungshersteller, Markeninhaber, Einzelhändler, Verbraucher, Regierung und Regulierungsbehörden. Digital DRS ist ein neuer Ansatz für Pfandrückgabensysteme, der durch die digitale Verfolgung von Verbraucherprodukten ermöglicht wird. Jens Münch ist für die IOTA Foundation vertreten. Weiter sind GS1US, die Firma Ketzler, Recycler und die DDRS Alliance dabei. Diese Konferenz ist kostenfrei. IOTA Foundation veröffentlichte auch einen neuen Blogartikel, das IOTA Governance Forum. In diesem wird das Governance Forum hervorgehoben, da dieses Forum ein wichtiger Schritt für die Zukunft ist, wo man später auch neue Abstimmungen in der Firefly Wallet veröffentlichen kann. Ist dieser Artikel längst fällig? Das IOTA Café wurde hierfür umstrukturiert in IOTA Governance Forum. Tangle Bay veröffentlicht eine neue Version seiner Swarm Software. Alle, die eine Node besitzen und diese über Swarm laufen lassen, sollten diese updaten. Vielen Community-Mitgliedern ist die Wallet Tangle Pay bekannt. Jetzt wird Tangle Pay, dass sie eine Prüfung durch Cedric durchführen lassen wollen. Damit wird die App in vielen Augen sicherer und würde mehr Vorteile ausräumen. Auch das dritte geheime Projekt wurde von Sunlabs veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Partnerschaft mit Tangle Pay. Man wird damit seine Zoom-Token in der Wallet ablegen können und direkt neue Token über Tangle Pay kaufen können. Wer sich für DID Digital Identifiers interessiert, sollte den Gastbeitrag bei Tangle Labs von Dani Cree lesen. Dieser umfangreiche Artikel zeigt die momentane Situation, also den Web 2.0 und der Zukunft. Neuigkeiten gibt es auch von Community Treasure Governance. Es geht um die kürzlich durchgeführten Test-Abstimmungen in einer offenen Beta und diese sind gut angekommen. Firefly ist so gut wie fertig. Es wird quasi nur noch poliert und dann gibt es ein Update. Ich schätze wohl eventuell diese Woche sogar. Danach kommt die erste Abstimmung. Auch wer eine Node betreibt, kann sich an der Abstimmung beteiligen. Die vollständige Konversation könnt ihr auf YouTube angucken. Feintech-Magazine.com hat ein Interview mit Sankar Krishan, EVP und Branchenleiter für Banken und Kapitalmärkte bei Capgemini geführt. Auf die Frage, ob es eine bessere Alternative zu Blockchain gibt, sagt er folgendes. Es gibt mehrere Brancheninitiativen wie R3-Corder, die ein Peer-to-Peer-Modell für die Erstellung von Transaktionen und anderen DLT-Technologien wie Hashgraph, IOTA, Tangle usw. verwenden. Traditionell große Technologieunternehmen haben auch verteilte Datenbanken verwendet, die ohne eine Blockchain funktionieren können. Das Bankenwesen hat IOTA also auf dem Schirm. Das ganze Interview findet ihr in der Beschreibung. Wer keine Übersicht mehr hat, welche NFTs was machen, ob sie überhaupt seriös sind und was man davon halten soll, sollte den Artikel von ICCD lesen. Dieser beschäftigt sich mit dem DYOR, dem Do-Your-Own-Research-Ansatz. In dieser Artikelserie geht es um die Punkte, die man selber abhacken kann, wenn man in ein Projekt investiert. Den Basics also. Wie man beispielsweise Tokenomics bewerten kann, könnt ihr in den nächsten Artikeln erwarten. Im zweiten Artikel geht es schon an das Eingemachte. Dort wird eine Tabelle zur Verfügung gestellt, an der man sich runterhangeln kann und das Projekt, in das man investieren will, bewerten kann. Dieser Artikel ist für alle Pflicht. Hoon, ein altes Community-Mitglied, baut gerade eine Web3-Anwendung mit IOTA. Den Screenshot, der er auf Twitter geteilt hat, sieht sehr interessant aus. Falls die Blockchains schon integriert sind, die man auch sieht, wird diese Anwendung Wellen schlagen. Wir sind gespannt, was und vor allem, wann die nächste Info kommt. Gestern hat Adam Unchained ein neues Update für Zooniverse-Plattform vorgestellt, und zwar das erweiterte Suchen. Im Tweet ist auch ein Video, wo man das Ergebnis besser sehen kann. Da Zooniverse schon gefühlt aus allen Nähten Platz, ist diese kleine Komforthilfe sehr willkommen. Tanglesey schickt euch wieder in die Schule. Sie möchte ein Defi-Training anbieten mit qualifizierten Trainern. Das Training startet am 1. Juni auf Discord und ist für alle kostenlos. Kostenlose Nachhilfe? Sehr gern. Weiter geht's mit Lernen. Am 30. Mai gibt es die erste Session IOTA DAO Pioneers. Hier lernt man alles über DAO, es sind keine Vorkenntnisse nötig, alle sind willkommen und es ist kostenlos. Das war's mit Folge 6. Danke für das Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Willkommen zu Folge 7 von Probably Nothing. Die Tage ist wieder viel passiert, Neuerungen, ein paar Dramen und Partnerschaften. Bevor wir uns aber diese anschauen, geht der Dank an alle Super-Sylums und IOTA-Nerds-Käufer und die drei Patreon-Unterstützer. Dank euch läuft dieser Channel weiter. Kurz nach der Veröffentlichung von Folge 6 hat IOTA Origin ein Tweet abgesetzt, dass sie eine Partnerschaft mit der Fekomico weiter ausbauen. IOTA Origin versucht umweltverträglich und menschenkonform die Gewinnung von Rohstoffen zu beobachten und die Energiewende ethisch verantwortungsvoll zu gestalten. Fekomico überwacht die Bergleute in der Republik Kongo, damit diese nicht ausgenutzt werden durch Kapitalisten und Machthabern. Ein Bug hat sich bei Suniverse eingeschlichen. Die Suniverse-Plattform wies einen Fehler auf, bei dem 219 NFTs von Mitgliedern geprägt wurden, die keinen Zugang zu ihnen hätten haben dürfen, im Wert von 75 Dollar. Die Giveaways wurden mit der Bedingung erstellt, dass man ein bestimmtes Abzeichen besitzt. Das Problem wurde sofort behoben. Folgende große Promo-NFTs wurden entwendet. 152 Runbots, 18 Magic-Footodolls und 13 Daubys. Dass so ein Fehler passiert ist natürlich traurig, aber die Reaktion und die schnelle Behebung des Fehlers konnte einen Schaden größeren Ausmaßes verhindern. Das ganze Protokoll könnt ihr in der Beschreibung durchlesen. Bleiben wir bei Suniverse und Sunlabs. Der Sun-Token wurde verkauft, aber nicht alle waren begeistert davon. Am 24. Mai startete der Verkauf. Die Art und Weise, wie der Verkauf von Starten ging, war wieder sehr einfach und unkompliziert. Der Preis für einen Sun-Token wurde auf 1,8 Millionen gesetzt. Zwei Tage später wurde der Verkauf abgebrochen und die Millionen wurden alle erstattet. Der Plan, die Token zu verkaufen, wird neu bewertet. Der Hauptgrund ist, dass der Verkauf der Sun-Token für die Finanzierung nicht ausreicht. Die Community und Investoren haben sich zu wenig beteiligt. Durch den starken Kursanbruch bei Yota sind natürlich die Gelder von Sunlabs geschrumpft. Im ganzen Tokenverkauf wurden 1,8 Tioter eingenommen. Als nächsten Schritt wird es sein, dass Sunlabs mit der Community diskutieren wird, wie es weitergeht. Selbstverständlich ist so ein Abbruch eines Verkaufs nicht schön und wirft kein gutes Licht darauf. Aber dennoch muss man sagen, dass es auch Mut und Stärke erfordert, als Unternehmen zu sagen, wir hören hier auf, das hat nicht so geklappt, wie wir es wollten, alles zurück auf Anfang. Nicht viele Unternehmen haben sowas wie Einsicht drauf. Am 27. Mai startet das Pre-Voting. Dafür habe ich ein separates Video gemacht. Schaut es euch gerne an. Dort beschreibe ich, wie das Voting funktioniert und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Stimmen sind. Außerdem eine kleine Korrektur, das Voting endet natürlich am 13. Juni und nicht am 13. Mai. Der momentane Stand 30.05. zeigt deutlich, dass bis jetzt mit über 80% für Bild stimmen würden. Auf Stack kann man verschiedene Metriken für Kryptowährungen angucken. Nun veröffentlichte Stack ein Tweet, wo sie Yota loben. Mit einem Coin-Rank von 99. Gelobt wird die gute Entwicklung auf GitHub. Die Registrierung auf Stack ist kostenlos. Leider sind dort nicht alle Metriken verfügbar, beispielsweise Social Media. Der Link zu Yota auf Stack findet ihr unten in der Beschreibung. Yota Foundation veröffentlichte die Arbeiten aus Marseille. Hier wurden einige Begrifflichkeiten für ein besseres Verständnis geändert. Auch der Staukontroll-Algorithmus wurde überarbeitet. Auch ein Vorschlag im Governance-Forum soll veröffentlicht werden für die epochalen Verbindungsketten. Dieses wird folgendes aussagen. In jeder Epoche ist nun die Verpflichtung und Transaktionen enthalten und nur Epochen, die alt genug sind, werden übernommen. Dafür sollen sogenannte Hash-Bäume oder Merkler-Bäume verwendet werden. Bei Unstimmigkeiten wird es dann nach Gewicht abgestimmt. Als letztes wurde die Anreize überprüft. Für Nutzer, die eine Node haben, unter anderem das Mana-Burn. ISAUS 2020 hat wieder eine schöne Grafik für das nächste NFT-Projekt erstellt, und zwar für IOTA-Bots. IOTA-Bots zählt zu den ersten und größten NFT-Projekten. CoinMarketCap hat als Article of the Day den Nedo-Artikel ausgewählt und heute sogar den Stardust-Artikel. In einer Woche veröffentlicht der CoinMarketCap somit zwei Artikel. Ein Update zu Smart Contracts gibt es auch. Kernpunkte der Änderungen sind folgende. Die Wasp-Node wurde auf den gleichen Stand wie Stardust aktualisiert. Wasp kann man nun starten, eine Kette erstellen und das Dashboard verwenden. Es wurden Probleme beim Span-Test gefunden. Stronghold wurde in Wasp integriert und Alternative für die Staukontrolle mit variablen Gaspreisen eingeführt. Der vollständige Bericht findet ihr in der Beschreibung. Letzte Woche kam ein neuer Blogpost der IOTA Foundation raus über den Energieverbrauch von IOTA 2.0. Der Prototyp zeigt schlüssig eine erhebliche Verringerung des Energieverbrauchs, was IOTA zu einer der umweltfreundlichsten und nachhaltigsten Distributed Ledger Technologien macht. Ein GoShima Netzwerk mit 450 Raspberry Pi Knoten bei einem konstanten Netzwerklast von 50 MPS wurde nur etwa 43,30% des jährlichen Energieverbrauchs einer Person verbrauchen und 0,00009% des derzeit geschätzten jährlichen Energieverbrauchs des Bitcoin Netzwerks. In diesem Artikel seht ihr viele Statistiken über den gesunkenen Energieverbrauch. Dieser Artikel zeigt deutlich, dass IOTA den richtigen Weg geht und die Umwelt in den heutigen Zeiten beachtet. Mindset Vodka schließt sich dem Touchpoint-Programm von Assembly an. Mindset Vodka ist eine Kreation von einem Altbekannten und zwar Roman Semko. Mindset Vodka soll ein Multi-Chain All-in-One-Toolbox werden. Alle NFT-Ersteller sollen sich dort treffen und all ihre Werke, sei es Bilder oder Software, veröffentlichen. Gleichzeitig kann man dort auch Token erstellen. Auf Mindset Vodka könnt ihr schon die Webseite sehen, sowie die GUT-Tokenomics. Leider hatte ich beim Test der Verbindung mit Metamask Probleme. Mit diesen Plattformen kriegen Sumerverse Konkurrenz. Das könnte das Geschäft beflügeln. Ob aus dem Projekt diesmal was wird und die Entwickler nicht kurz vor Schluss auf eine andere Plattform wechseln, werden wir sehen, wenn Assembly startet. Es ist also noch genug Zeit für Entwicklung und Updates. Ebenfalls letzte Woche gab es einen ersten Gaia-X iEco-Meeting in Fraunhofer-Institut in Dresden. Dort wurden Bestoren in einem zweitägigen Workshop über alles informiert. iEco will die ganze Bauwirtschaft digitalisieren und so die Produktivität um 10% steigern. Das Ganze soll mit den Digital Twins und einem offenen Ökosystem bewerkstelligt werden. Christoph Strandl von der Softwaregeber ebenfalls dort. Eine Auswahl an Use Cases, die Priorität haben, wird im Spätsommer getroffen. Zwei Personen fallen auf dem guten Foto besonders auf. Servrock Solutions twittert einen mysteriösen Tweet zu einem kostenlosen Projekt, das alle nutzen können und das in ein paar Wochen schon. Dabei wird es ein Utility-NFT sein. Diese NFTs sollen das Ökosystem bereichern. Das Team postet jeden Tag Updates zum Projekt. Auch das GoShima-Team veröffentlichte für die letzte Woche ein Update. Diese umfasst die Verbesserung der Solidification und die Einführung von Multi-Threading. Hier gibt es momentan eine manuelle Testphase, wo Fehler behoben werden. Weiter wurde die virtuelle Meilensteine fertiggestellt und ein weiterer Vorschlag wartet schon auf die Umsetzung. Die Staukontrolle wurde verbessert und natürlich wurden viele Reinigungsarbeiten und Verbesserungen am Code durchgeführt. Das lang angekündigte Projekt von Timson Labs wurde endlich veröffentlicht. Jeder kann nun auf fiobax.timsonlabs.com die verschiedenen Exchanges und ihre IOTA-Wallets begutachten. In Zeiten von Stacking, wo viele Community-Mitglieder die Wallets gesucht haben, ist diese Webseite nun ein wahrer Segen. Damit kann man auch sehen, ob die Exchanges ihre Wallets für das Voting benutzen. Mein kleiner Vorschlag. Automatisches Reload der Exchanges, damit man die Webseite nicht manuell aktualisieren muss. Dell veröffentlicht ein Video auf ihrer Homepage. Und, kennt ihr diesen Typen? Genau, Matt Yager von IOTA. In diesem Video wird das Alvarium-Projekt für den Klimawandel eingesetzt, da diese Wirtschaft und Industrie viel sogenanntes Greenwashing betreibt. Und mit den öffentlichen, zugänglichen und transparenten Daten von Alvarium könnte man so dieses Projekt in den Griff bekommen. Hierfür hat sich die IOTA Foundation, BioE und ClimbCheck ein Projekt in Molina in Chile ausgewählt. Schaut euch das kurze Video an und freut euch auf mehr. Charlie hat auch ein paar neue Informationen über die Mobile Firefly App ausgeplaudert. Somit wird an einer öffentlichen Beta gearbeitet und es müsse noch einige Änderungen sowie Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden. Bleiben wir bei der Firefly, doch für die Desktop-Version. Da man für die Schimmer-Version eine neue Firefly App braucht, vorläufig zumindest, wird diese jedoch sehr leicht zu bedienen sein. Somit muss man einfach sein Stronghold oder seinen 24-Wort-Phrase einfügen, um die Schimmer-Tokens benutzen zu können. Eine E-Mail der Hochschule Heilbronn erreichte mich. Am 1. Juni um 18 Uhr gibt es ein Online-Event, welches vier interessante Sprecher vorweist. The Linux Foundations Project Alvarium, the backbone of trustworthy data, ClimbCheck, ClimateCheck, NextGen Measurement, Reporting and Verification, Solutions to Empower Sustainability Markets, The European Blockchain Services Infrastructure, EPSI, Building a Distributed Ledger Technology for the European Union, Zebra Technologies and IOTA, Trusted and Decentralized Supply Chains. Das ganze Event ist kostenfrei. Wer an der DAO Pioneer Week nicht teilnehmen konnte, kein Problem, das Dokument könnt ihr einfach runterladen und euch durchlesen. Nehmt euch aber für die 19 Seiten Zeit, denn viele Links zu weiterführenden Artikeln erwarten euch. Da gibt es wirklich Schätze. Das habe ich nicht gedacht. Schon das kleine erste Spiel mit der Spieltheorie ist Gold wert. IOTA Content Creators veröffentlichte ihr dritten Artikel der DYOR-Reihe. Hier werden die verschiedenen Risikenarten beschrieben und näher erläutert. Am 27. Mai veröffentlichte die IOTA Foundation einen Blogartikel ihres Lighthouse Projects Dashboards. Mittlerweile gibt es so viele Projekte, die mit IOTA kooperieren, dass man die Übersicht verliert. Deswegen hat die IOTA Foundation dieses Dashboard entwickelt, wo man schnell und einfach die Partner und Projekte finden kann und nähere Informationen bekommen kann. Auch die dazugehörigen Use Cases, die das Projekt mit IOTA verbindet, werden gezeigt. Falls ihr also da draußen jemanden kennt, der IOTA nicht kennt, habt ihr mit dieser Webseite ein Argument mehr. Ein neues Projekt hat das Licht der Welt erblickt. Zum Glück hat IOTA so wenig. Insura Insura wird eine Versicherungsplattform sein, die auf Schimmer starten wird. Wir werden ein Pool auswählen oder erstellen können, der sich der Abdeckung eines Tokens oder einer Börse widmet. Der Pool deckt alle wichtigen Ereignisse ab, wie zum Beispiel Governance oder Wirtschaftsüberfälle, Smart Contracts Hacks, Oracle Ausfälle und so weiter. Sobald ein solches Ereignis eintritt, werden die DAO-Mitglieder Vorschläge für die Abdeckung einreichen. Wenn ein Vorschlag angenommen wird, werden IOTA oder Schimmer an die Mitglieder des Pools ausgeschüttet. Die Anzahl des Anspruchs hängt vom Pool selbst ab. Je höher die jährliche Gebühr, desto höher die Auszahlung. Darauf wurde noch eine Abstimmung über die Gebühr abgestimmt, die überraschenderweise sehr niedrig ausfiel. Ein Release-Datum wurde nicht genannt. Vom 30.05. bis 2.06. findet die Hannover Messe 2022 statt. Die Ether-Gruppe und Philancore GmbH sind beide vertreten und präsentieren Anwendungen auf IOTA-Basis. Ich habe von Philancore GmbH eine Einladung bekommen und hoffe, dass ich persönlich dort auftreten kann, um die Lösungen vor Ort zu sehen. Auch FarmUnited ist dabei. Gestern kam auch endlich ein Artikel für das Stardust-Upgrade raus. Die Hauptfunktion wird die Daten-Obergrenze sein. Den mit jedem Compton-Upgrade kann man mehr und mehr im Ledger speichern und damit das nicht den Rahmen sprengt, wird hier eine Obergrenze eingeführt. Diese kann man aber erhöhen, indem man mehr Token versendet. Das wird ByteCost genannt. Auch gibt es eine Dust-Protection. Diese funktioniert auf Basis dieser ByteCosts. Bei den ByteCosts handelt es sich um Opportunitätskosten, die die Token so lange binden, wie der Nutzer die Daten im Ledger behalten und aufrecht erhalten möchte. Wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, können sie entfernt werden und die hinterlegten Token werden freigegeben und der Nutzer zurückerstattet. Es werden keine Token verbraucht, bezahlt oder vernichtet, um Daten über längere Zeiträume zu speichern. Als letzter Punkt wird es die Entsperrungsbedingungen geben. Das funktioniert beispielsweise so. Auf einer Aktion bieten 10 Menschen auf ein NFT, aber nur eine bekommt den Zuschlag. Die restlichen 9 bekommen ihre Token zurückerstattet oder beim Smart Contract, wenn diese nicht funktionieren, werden auch hier die Token zurückerstattet. Es gibt viel mehr Verbesserungen, die aus dem Artikel aber nicht hervorgehen. Ein Release-Datum wurde nicht genannt. Der Artikel ist aber ein guter Hinweis, dass es nicht mehr lange dauern kann. Das war's mit Folge 7 und 1 Monat Probably Nothing. Ich hoffe es geht so weiter und wir schauen alle nach vorn und genießen die Reise. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen zu Folge 8 von Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ende Mai hat Landex ihr Konzept vorgelegt für ein Stablecoin. Dieser würde XSD heißen und würde 1 zu 1 mit US-Dollar gesichert werden. Das Ganze ist noch in Entwicklung. Man wird in Zukunft drei Wege haben, den XSD zu minten. Zwei davon sind in Entwicklung und eine Art ist noch in Forschung. Wer sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen will, sollte den vollständigen Artikel lesen. Eine Woche später gab es einen Artikel über den Ultimate Loan und die Burning Mechanik zu lesen. Ebenfalls Ende Mai hat Soonlabs ihren Verkauf des Soon-Pokens bekannt gegeben. Erwähnt sei, dass laut Soonlabs 570 Teilnehmern ihr Geld in 5 Minuten erstattet wurde und das gebührenfrei, weil es nur auf dem Tangle möglich sei. Bei diesem neuen Verkauf will Soonlabs schlanker werden. Außerdem will Soonlabs Open Source werden, was bedeuten würde, dass alle Mitglieder den Zugriff auf den Code hätten für eine gemeinsame Entwicklung. Der neue Verkauf startet damit am 14. Juni um 18 Uhr und wird maximal 7 Tage dauern. Einige User auf Sooniverse werden bemerkt haben, dass sie sogenannte Fee-Token bekommen haben. Das tritt nur ein, wenn man bis zum 30. Mai einige Plattform-Aktivitäten abgeschlossen hat. Beispielsweise für einen Vorschlag abgestimmt, eine Auszeichnung erhalten oder ein NFT gekauft. Man kann diesen auf Sooniverse aber handeln. Für alle, die keine Fee-Token bekommen haben, seid einfach das nächste Mal fleißiger auf Sooniverse. Probiert hier rum, seid aktiv und vielleicht ja beim nächsten Mal. Wer Probably Nothing unterstützen will, damit das Projekt weiter erhalten bleibt, hat viele Möglichkeiten. Ihr könnt bei Patreon wie Bob, Travelparty, Carlos und Bernhard das Projekt monatlich unterstützen oder aber ihr kauft ein NFT, welches von Kali vollständig für das Projekt bereitgestellt wurde. Es gibt viele IOTA-Nerds. Wer nicht genug von NFT bekommt, kann auch ein Super-Sire-Loom kaufen. Davon gibt es nicht mehr viele. Mit einer IOTA-Spende könnt ihr Probably Nothing ebenfalls unterstützen. Kennt ihr Snowman? Also an mir ist das komplett vorbeigegangen. Snowman ist ein Defi-Protokoll, auf den man Kredite nehmen und verleihen kann. Es wird einen eigenen Token geben, denn so USD. Snowman ist noch in Entwicklung und wird mit Shimmer erscheinen. Eine Roadmap sowie Tokenomics folgen. Tangle Labs veröffentlichte einen neuen Blogartikel, welcher sich wie Butter liest. Es geht um Tixit, eine Plattform für den Erwerb von Tickets. Das Ganze funktioniert mit Decentralized Identifiers, DIDs und Vertible Credentials, VCs. Tixit nutzt die IOTA-Technologie für DIDs und VCs, um innovative digitale Tickets zu erstellen. Die Tickets-Apps sind VCs, die zu DIDs des Besitzers gehören und vom Veranstalter signiert werden. Somit eröffnet sich für den Ticketverkauf neue Möglichkeiten. Der Schwarzhandel wird eingeschränkt, indem man sagt, dass wie bei den NFTs der Wiederverkaufswert mit einem Prozentsatz an den Künstler geht oder dass der Preis maximal 50% über den öffentlichen Verkauf liegen kann. Somit entsteht eine Kontrolle über den Ticketmarkt und sogenannten Scalpern, die sich an Events oder beispielsweise der Playstation 5 bereichern wollen, wird das Leben schwieriger gemacht. Auch das Fälschen und Duplizieren von Tickets wird mit DID schwieriger. Jeder Kunde kann mit der Tixit-App das Ticket scannen und es auf die Authentizität prüfen. Und das Beste zum Schluss, Tixit ist im dritten Quartal 2022 verfügbar. Ein Wahnsinnsprojekt mit unglaublichem Potenzial. Die IOTO Foundation veröffentlicht einen weiteren Blogartikel zum kommenden Update Stardust. Viele Kritiker oder Leute, die nicht so fest in der Materie sind, fragen sich oft, warum gibt es überhaupt das Stardust-Upgrade? Das hat einen einfachen Grund. Stardust wird viele neue Funktionen liefern, damit die Entwickler und Community die neuen Funktionen probieren kann, bevor das Ganze auf das Mainnet kommt und das vor Core Decide. Ohne das Stardust-Update müssen wir auf Smart Contracts länger warten und das bedeutet, dass wir auf reale Anwendungen länger warten müssen. In diesem neuen Artikel tauchen wir tiefer in das neue Update ein. Es wird der neue Ledger-Account vorgestellt, welcher für Smart Contracts benötigt wird, um mehrere Unterschriften zwischen Parteien zu gewährleisten. Auch die Speicherung von Daten im Ledger und die Optimierung des Speichers wird behandelt. Mit Stardust wird es folgend ablaufen, damit die Größe des Ledgers nicht in das Unendliche läuft. Die Datenmenge wird an das Guthaben des Kontos gemietet. Das bedeutet, wer beispielsweise viel Schimmer besitzt, kann auch viel Daten schreiben und speichern. Wer dagegen nur einen einzigen Token hat, den man auch Dust nennt, wird sehr wenig Speicherplatz mieten können. So ist auch der Dust-Schutz konzipiert. Mit dem neuen Update mutiert IOTA zu einem Multi-Asset-Ledger. Wenn andere Kryptowährungen aufwendige Bridges brauchen, braucht IOTA sowas nicht und die neuen Token können unkompliziert hin und her gesendet werden. Die Token können gebührenfrei gewrappt werden. Auch die Freigabe-Funktion von Smart Contracts wird näher beleuchtet. Wie in Folge 7 schon erwähnt, kann man Smart Contracts zeitlich begrenzen, da man für die Speicherung von Daten Vermögenswerte zurücklegen muss. Das Ganze funktioniert wie beim Grünstückskauf einer Gemeinde, die das Recht zum Wiederverkauf des Grünstücks hat, wenn man es nicht innerhalb einer bestimmten Zeit bebaut. Genauso verhält er sich auch mit den Smart Contracts, die eine Ablauffrist haben. Der Nutzer kann bestimmen, wie lange der Käufer Zeit hat, bestimmte Smart Contracts einzulösen, bis sie zurückverlangt werden. Den ganzen Artikel mit noch mehr Neuerungen findet ihr unten in der Beschreibung. Das Veröffentlichungsdatum für das große Update wurde zwar nicht bekannt gegeben, aber die Hornet Software befindet sich schon in der Version 2.0 Alpha 17. Ein neuer Partner reiht sich Assembly und den Touchpoint-Programm ein. Moonvault ist nun offizieller Partner. Moonvault wird keine eigenen farmfähigen Token haben, was fast schon einzigartig ist. Das Team will sich hauptsächlich auf Service konzentrieren. Es wird keine Einzahlungsgebühren, dafür aber eine 0,1%ige Abhängungsgebühr haben. Hans Moog twittert über ein Update von GoShimmer. Hier wurde 5200 Zeilen Code geändert. Einen Tag später wurden 7000 Zeilen entfernt. Das Aufräumen des Codes geht also gut voran. Und mit dem letzten Tweet wurde Hans krank. Wir wünschen ihm gute Besserung. Das wird die Entwicklung nicht bremsen, da er nicht der einzige Programmierer ist. Man sieht aber die täglichen Arbeiten der IOTA Foundation und damit den Fortschritt. Auch bei der Protokollgruppe gibt es Neuigkeiten, darunter verschiedene Forschungen, Korrekturen der Dokumente mit den neuen Termini und einige Untersuchungen am Tangle, z.B. Bestätigungszeiten, die Genauigkeit, Größe der Daten und mehr. Der Twitter-User Moandelo hat zwei Patente gefunden. Das eine Patent gehört Intel und beschreibt Systeme, Vorrichtungen, Verfahren und computerlesbare Medien, die für die Auswahl von Edge oder Zentralservern zur Bedienung von Client-Systemen auf der Grundlage von Netzwerkereignissen bereitgestellt werden, die von einem oder mehreren Netzwerkelementen überwacht werden. Das ist das Beispiel für die Autos. Das zweite Patent gehört Panasonic und beschreibt das Empfangen von Identifikationsinformationen eines Gerätes von einem zweiten Gerät über eine drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite. Selbstverständlich handelt es sich hier um Patente, die nicht nur exklusiv IOTA nennen, sondern es eine Möglichkeit unter vielen ist. Ab dem 21. bis 22. Juni gibt es die European Development Days. An diesem Tag zeigt IOTA und Trademark East ihr Projekt. Die Anmeldung war bis zum 6. Juni möglich. Der erste ICCD Newsletter ist raus. Er ist vollgestopft mit Nachrichten und Berichten, aber nicht nur über IOTA. Beispielsweise wird das Luna-Problem erläutert. Es gibt Community-Highlights, Member-Spotlight und vieles mehr. Checkt es aus, meldet euch an und verpasst nichts. Wer in IOTA-Identity tiefer eintauchen will, sollte sich den umfangreichen Blogartikel von Pascal Gottred auf TangleLabs durchlesen. Dort wird näher die schon oben erwähnten DIDs, VCs und 5DRs erklärt. Außerdem werden mit Codebeispielen zum Probieren eingeladen, seine eigenen DIDs zu erstellen. Gestern veröffentlichte die IOTA Foundation ein Artikel, was es sich mit den DAO auf sich hat. Da man mit IOTA nun als Community selber abstimmen kann, beispielsweise die momentane Abstimmung über die nicht-geclaimten Token, ist es interessant zu erfahren, was denn nun diese DAO ist. Wer also bis jetzt keine Ahnung hatte, sollte hier einlesen. Es geht darum, was eine DAO ist, wie diese funktioniert, welchen Zweck sie haben und welche Typen, wie die DAO mit Smart Contracts funktioniert und wie die Abstimmung abläuft und das Delegieren. Was sehr wichtig ist. Das Problem mit DAO ist nämlich, dass es viele Menschen gibt, die sich über Abstimmungen nicht informieren. Ob es an Zeit, Wissen oder Interesse mangelt, sei dahingestellt. Das Problem ist, dass Menschen sich in die eine oder andere Richtung beeinflussen lassen, wenn sie zu wenig Informationen haben. Das kann zu falschen Entscheidungen führen. Um dieses Problem zu beheben, kann man quasi als Unwissender seine Stimme einem Experten leihen, welche für einen stimmt. Der zweite Teil dieses Beitrags kommt am Mittwoch raus. Cointelegraph.com entdeckt als letzter, dass IOTA mit Deltas Projekt Alvarium gestartet hat. Wie in Folge 7 schon erwähnt, geht es um die Echtzeitüberwachung der CO2-Emissionen. Diesen Beitrag hat auch Aiel Nof mit ihrem Twitter-Account retweetet. Sie hat knapp 25.000 Follower. Lieber Cointelegraph, guckt mehr Probably Nothing und bleibt aktuell. Vor einigen Stunden tweetet Soonlabs, dass sie nun offizielle Partner der IOTA Foundation sind und dass ihre integrierte Börse ebenfalls offiziell als Partner der IOTA Foundation gelistet wird. Eine offizielle Stellungnahme gab es momentan noch nicht, sollte aber kommen. Auf der Homepage der IOTA Foundation findet man zumindest die Bestätigung. Noch ein kleiner Update zu Firefly. Seit der Version 1.6 gab es zwei weitere kleine Updates. Diese beheben nur Kleinigkeiten und müssen nicht sofort installiert werden. Das war's mit Folge 8. Danke für das Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Willkommen zu Folge 9 von Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander, los geht's. Jenatec tritt dem Assemble Ökosystem bei. Dafür gab es letzte Woche einen Blogbeitrag auf der Assemble Website. Jenatec spezialisiert sich auf die Landwirtschaft und will mit ihrer Plattform einen digitalen Marktplatz für die Bauern liefern, damit diese Kapital in Form von Krediten sich beschaffen können. Auch Kleinanleger können in diesem Projekt sich beteiligen, da man auch Kleinbeträge investieren kann. Nächsten Monat startet das Pre-Minting für eine Mitgliedschaft für 100 IOTA. Das Assembly Staking hat die Halbzeit erreicht und bis hierhin wurden 1,2 Billionen bzw. für deutsche 1,2 Milliarden Assembly an die Community verteilt. Für alle neuen Mitglieder in dem IOTA-Universum. Ihr könnt immer noch eure IOTAs in der Firefly App oder Tangle Pay App staken. Das Smart Contracts Team hatte ein öffentliches Meeting, welches man auf YouTube finden kann. Eric Hopp erzählt eine Stunde lang über die neuesten Entwicklungen der Lieferung der Smart Contracts, die GoRus Bibliotheken, EVM und vieles mehr. Am 9. Juni erschien ein neuer Blogbeitrag über die Kooperation mit GaiaX. In diesem Beitrag geht es um die Optimierung von Bauprozessen durch gemeinsame Nutzung von Daten. IECO, kurz für Intelligent Empowerment of Construction Industry, ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, gefördertes Konsortium aus elf Partnern. In Folge 7 gab es schon News zu IECO und dem Treff an Fraunhofer Institute. Der Hauptbeitrag der IOTA Foundation zu diesem Projekt ist die Bereitstellung der Kerntechnologie für die Identitäts- und Vertrauensschicht. Landex veröffentlicht mehrere Artikel rund um ihre Plattform. Der erste Beitrag behandelt das Belohnungssystem. Wer die Berechnung sehen will, wie das ganze System funktioniert, sollte sich diesen Beitrag genauer angucken. Im zweiten Beitrag geht es um die Verteilung der gewonnenen Assembly unter den NFT-Inhabern. Im dritten Beitrag behandelt Landex den Lockdrop. Dieser soll die Nachhaltigkeit und Anreize für Benutzer erhöhen. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Momentan findet auch ein riesiger Sale bei den NFTs statt. Die IOTA-Preise lassen euch günstig in Projekte investieren. Nutzt diese Möglichkeit und kauft ein paar IOTA-Nerds und Super-Syalooms und unterstützt diesen Kanal, damit er weiter bestehen kann. Dank an alle anderen Unterstützer, sei es auf Patreon oder an alle NFT-Käufer. TanglePay veröffentlicht vor ein paar Tagen ein Update für alle Systeme. Mit diesem Update stellten sie IOTA, EVM und BSC, also der Binance Chain vor. Dieses Update dient für die Vorbereitung für den Schimmer-Launch vor. In den Kommentaren auf Twitter stellt Luca noch eine interessante Frage, ob es eine mobile Lösung wie die von Metamask geben solle. Worauf TanglePay antwortet, dass es genau so sein wird. Auch präsentiert TanglePay ihre Roadmap und die Zukunft, die sie sich vorstellen können. Samt Metaversum mit Spielen und verschiedenen Räumen. Zoomiverse präsentiert sich im neuen Gewand. Die Startseite wurde überarbeitet und sieht nun besser als zuvor aus. Auch das Interface für das Handeln mit den Token wurde überarbeitet. In den nächsten Wochen folgt sogar ein großes Update. Und Dienstag startet wieder der Verkauf des Zoom-Tokens. Bis jetzt wurden knapp 30% aller Token verkauft. Der Verkauf endet am 21.06. um 18 Uhr. Ein Zoom-Token kostet ungefähr 0,76 MioT. Gleich heute früh veröffentlichten sie auch einen Blog-Beitrag. Dort geht es um die Neuerungen, die mit dem Abschluss des Zoom-Tokens einhergehen. Zum Beispiel werden alle entstandenen Gebühren verwendet, um Zoom-Token vom freien Markt zu kaufen und diese wieder an die Zoom-Holder auszuschütten. Schimmer wird auch laut Aussagen des Teams vom ersten Tag an unterstützt. Auch gibt es einen Haufen an Verbesserungen und Bug-Fixes. Eine kleine Info am Rande. CoinMarketCap hat einen IOTA-Artikel wieder zum Artikel des Tages gekürzt. Das Voting zum Community Treasury wurde beendet. Mit 83% weit in Führung gewinnt die Bild-Seite. Viele aus der Community, wie auch ich, sind sehr froh über diese Entscheidung, der Mitglieder und all die an der Abstimmung teilgenommen haben. Damit ist die Zukunft besser für IOTA aufgestellt und neue Projekte können so besser finanziert werden. Deswegen hat die IOTA Foundation dazu auch einen eigenen Blog-Post geschrieben. Damit ist die Sache aber nicht abgeschlossen. Jetzt, wo die 50 IOTA freigegeben wurden, braucht man Regularien und neue Strukturen. Das Ganze wird wie bisher im IOTA Governance Forum, der Community Treasury DAO und jetzt auch mit der neuen Abstimmung in der Firefly App geschehen. Jeder kann sich einbringen und mitmachen. Ein neues Spiel kommt raus. Heroes Time. Das wird ein RTS, ein Realtime Strategy Game sein, auf Pixelbasis. Momentan gibt es wenig Informationen, aber die kleinen Bilder sehen sehr interessant aus und sehr aufwendig. Alles, was man für den Start brauchen wird, ist ein Stückchen Land, auf dem man bauen kann. In dem Zuge suchen die Entwickler fähige Grafiker, die sie unterstützen können. Das war's auch mit dieser Folge. Ein großer Erfolg verzeichnet die Community mit der Entscheidung über das Community Treasury. Es hat größerer Ausmaß, als einige sich vielleicht denken können. Und wenn wir den Preis mal weglassen, weil es sowieso Bitcoin folgt, dann ist IOTA so gut aufgestellt wie noch nie. Wir haben einen Haufen Projekte, die nur auf den Release von Shimmer warten und das kann nicht mehr lange dauern. Der Shimmer Account auf Twitter ist aktiv wie noch nie, was ein guter Indiz dafür ist. Meine Vorhersage mit Mai war zwar nicht korrekt, aber ich bleibe dabei, dass Shimmer kurz vor der Veröffentlichung steht. Und wenn das erst veröffentlicht ist, gehen all diese Projekte, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, online und präsentieren ein neues Ökosystem. Und damit wächst auch die Use Cases auf IOTA, die man auch Außenstehenden präsentieren kann. Denn das fehlt ja IOTA momentan noch etwas. Bis dato waren wir ja eher so als Soon IOTA bekannt. Wir halten auch das Trademark dafür, es gibt mehrfache Memes damit. Die größte NFT-Plattform heißt Sooniverse. Aber bald, oder besser gesagt Soon, kommt diese ominöse Flutgates, die so-called Cambrian Explosion. Danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Von Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage, ich bin Alexander. Los geht's. 10 Folgen Probably Nothing, das ist das erste kleine Jubiläum für mich und dieses Projekt. Das bedeutet 2 Stunden Nachrichten insgesamt, wurden in knapp 2 Monaten produziert, über 100 Neuigkeiten und Mitteilungen rund um die Entwicklung von IOTA und den verschiedenen Projekten. 26.000 Aufrufe, 2.800 Stunden Wiedergabezeit, das sind 116 Tage Dauerschleife dieser Videos und 1.200 Abonnenten. Der durchschnittliche Zuschauer ist männlich, doch ich freue mich über den 0,1%igen Frauenanteil. Die meisten Konsumenten sind Deutsche, gefolgt von Indien und auf Platz 3 Österreich. Die Untertitel scheinen sich für einige Länder sich auch zu lohnen, somit erreiche ich spanische und russische Zuschauer. Danke bis hierhin und auf die nächsten 10 Folgen. Vergesst auch nicht, dass ich das hier in meiner Freizeit mache, neben Arbeit und Familie. Das bedeutet auch, dass für die Folgen nicht immer beispielsweise am Dienstag erscheinen, weil ich nicht immer freie Zeit dafür finde. Ich habe also den Dienst an IOTA nicht aufgegeben, ihr braucht mir nicht zu schreiben, wann die nächste Folge kommt, auch wenn das lieb gemeint ist. Jede Folge braucht seine 6-7 Stunden Zeit. Ich werde das natürlich weitermachen, aber auch ich muss irgendwann neben dem YouTube Kanal hier, dem Deutschen IOTA Blog und meinem eigenen IOTA Projekt irgendwann auch rausgehen und entspannen. Hab bitte Verständnis. In diesem Sinne, danke für die Wertschätzung meiner Arbeit, sei es als Kauf von NFTs oder als Patreon. Der Dank gebührt aber natürlich auch an die ganzen Zuschauer, die die Videos kommentieren und liken. Der YouTube Algorithmus dankt. Hier ebenfalls. Genug der Worte, hier kommen die News. IOTA postet den zweiten Teil ihrer Serie rund um DAOs. Wer alle Projekte auf einen Blick haben will, mit einer kurzen Erklärung, kann sich diesen Beitrag gerne durchlesen. Ich habe sogar zwei neue Projekte gefunden, die ich scheinbar übersehen habe. Wagmi DAO und HOMEDAO. Für alle deutschsprachigen Leute biete ich auf iota-kurs.de alle neuen Beiträge auf Deutsch an. Ihr müsst also nicht eure Englischkenntnisse bemühen, sondern könnt gleich alles auf Deutsch lesen. Vom 21. bis zum 22. Juni gibt es ein Showcase von Trademark East Africa und IOTA auf den OIDAV Days. Auf telip.io gibt es mehr Informationen dazu. Telip, Trade Logistics Information Pipeline, hebt auf dieser Webseite ihre Partner hervor, darunter Entwicklungsagenturen aus Niederlande, Großbritannien und USA. Auch einheimische Partner sind an Bord, darunter die Landwirtschafts- und Lebensmittelbehörde, die Steuerbehörde und Pflanzenschutzinspektion aus Kenia. Telip ist dafür da, um Daten zu sichern, Betrug einzudämmen und die Rückverfolgbarkeit von Informationen zu verbessern. Es gibt auch ein Lighthouse-Projekt-Video. Die Partnerschaft zwischen Trademark East Africa besteht schon seit 2020 und blüht nun richtig auf. GoShimmer veröffentlicht ein Update über die letzten zwei Wochen. Es sollen virtuelle Milestones eingeführt werden. Dadurch muss auch der ganze Code geändert werden, um alles anzupassen bei den Transaktionen und den Output. Weiter soll die Congestion, also die Staukontrolle, verbessert werden. Hier soll der Puffer so erweitert werden, dass er nur auf die Größe der Nachricht und nicht auf Anzahl der Bytes beschränkt wird. Dieser Teil der Entwicklung ist so gut wie fertig und wird bald im DevNet übertragen werden. Die Block Factory wurde neu konzipiert. Damit gibt es nun die Block Factory, die alle Komponenten kombiniert und gültige Blöcke erstellt. Den Tipp Manager, der gute und starke Eltern, also die Nodes aussucht. Referenzanbieter, die die Meinung der Nodes mit zufälligen Nodes anpasst. Und den Tipp Conflict Tracker, der eventuelle Konflikte nicht zensiert. Und als letztes, werte das gedacht, wird der Code bereinigt, angepasst und verbessert. In Folge 9 wurde das neue Spiel Heroes Time vorgestellt. Nun kann man sich für einen Beta-Test registrieren, weil Lust auf die Closed Beta hat, kann sich auf der Webseite registrieren. Smart Contracts haben auch ein Update veröffentlicht. Hier wurden verschiedene Verbesserungen an IWM durchgeführt. Es werden auch neben manuellen Tests auch automatische Tests durchgeführt, die die Stabilität, Spamming und Zustand kontrollieren sollen. Auch wird mit dem Firefly Team gearbeitet, um die Token aus der Firefly App in ein Smart Contract Chain zu verschieben. Für ein Update hat Rom noch etwas in Discord gefunden. Michael Q. Todd twittert begeistert über IOTA. Leider hinterlässt sein Account einen Beigeschmack. Bei 177.000 Followern folgt er auch 144.000 Accounts, was nicht für die Stärke und Authentizität seines Accounts und Reichweite spricht. Trotzdem schön zu sehen, dass mehr Leute außerhalb auf IOTA stoßen. Die Networking Group postet auf GitHub ihre Updates der letzten Wochen. Somit ist interessant zu sehen, dass die Gruppe feststellt, dass es unattraktiv ist, eine Go-Schimmer-Node zu betreiben. Ein Vorschlag des Teams ist es, dass die Node-Betreiber bessere Konditionen bekommen, zum Beispiel schnellere Warteschlangen und das Überspringen von eigenen Blöcken. Es gibt auch Diskussionen über das Verbrennen von Mana. Ein Dokument mit Vorschlägen und Vor- und Nachteilen wird momentan vorbereitet. Eine tolle Nachricht hat TanglePay. Mit dem neuen Update auf Android und iOS kann man in der App direkt IOTA kaufen. Dafür braucht man nur eine Visa und schon kann es losgehen. Damit steht IOTA für alle offen, die ein Smartphone haben, aber bis dato durch ihre Region keine Exchange hatten. Der Dienst wird von Simplex bereitgestellt. Hoffen wir, dass es kein Desaster wie mit MoonPay wird. Ansonsten herzlichen Glückwunsch und willkommen, neue IOTA-Hodler. Swarm stellt mit dem kommenden Update 2.3.0 die B-Node ein. Wenn ihr das nächste Mal Swarm updatet, werden alle Informationen gelöscht. Wer die Daten behalten will, sollte ein Backup machen. Der Schritt wird vollzogen, da B viele Probleme bereitet, weil es alte Bibliotheken benutzt und die Entwicklung nicht mehr so vorangeht wie Hornet. Am 23.06. ist auch das Update 2.3.0 erschienen. Am 27. Juni findet ein Event der Inadbar-Organisation statt. Climate Check, die World Bank und zwei IOTA-Vertreter werden diesen Vortrag leiten. Jeder kann sich hier kostenfrei registrieren. Snowman zeigt ihre Roadmap. Im dritten Quartal will das Team einen Token-Sale auf Soonerverse starten. Im dritten Quartal will das Team einen Token-Sale auf Soonerverse und auf Schimmer starten. Für das nächste Jahr ist sogar ein Spiel geplant. Eine große Überraschung gab es auch noch bei HiFi Gaming Society. Sagt euch nichts, mir auch nichts, aber in einem Tweet haben sie einfach Assemble getaggt. Die GameFi P2E-Plattform gibt leidenschaftlichen Spielern die Möglichkeit durch Spielen und Wettbewerber in gesponserten Ligen und Turnieren. Aber auch Otto-Normal-Gamer können HiFi verdienen. Man kann beispielsweise seinen Steam-Account verbinden und durch den Abschluss von verschiedenen Missionen oder Errungenschaften HiFi verdienen. Schimmer startet eine neue Webseite, auf der man alle Projekte sehen kann. Und das sind eine Menge, vor allem Projekte, von denen ich noch nie gehört habe. Schaut vorbei, vielleicht findet ihr auch etwas Neues. Ich will ja nichts sagen, aber der Release ist greifbar nah. IOTA Identity 0.6.0 wurde am 15.06. veröffentlicht. Die größte Änderung ist die Einführung von einer neuen Revokation-Methode. Der Rücknahme eines erteilten Auftrags bzw. der Widerruf einer Behauptung. Der Widerruf gibt einem Aussteller die Möglichkeit, eine von ihm ausgestellte Berechtigung von ihrem natürlichen Ablaufdatum ungültig zu machen. Alle DIDs, die mit Version 0.50 erstellt worden sind, sind auch mit der Version 0.6.0 funktionell. Einen Tag später gibt es ein Update für GoShimmer Version 0.9.0. Mit dieser Hauptversion wird die Gleichzeitigkeit in der gesamten Notes mit asynchronen Ereignissen und parallelisierten Buchungen eingeführt. Und am 22.06. wurde die Version 0.9.1 veröffentlicht. Mit dieser Version wird der RAID Setter eingeführt, der es den Knoten ermöglicht, ihre faire RAID der Blockerstellung zu schätzen und Proof-of-Work zu entfernen. Überlastungen werden vollständig durch den RAID Setter und die Algorithmen zur Überlastungskontrolle gehandhabt. Das Zugriffsmana verfällt nicht und bleibt dem Knoten verpfändet, bis es einem anderen Knoten erneut verpfändet wird. Ebenfalls am 22.06. bei Biennatec, ein Projekt, welches in der letzten Folge präsentiert habe, einen neuen Artikel. In diesem geht es vorrangig um die kommende Mitgliedschaft, die 100 Millionen kosten soll. Mit dieser Mitgliedschaft bekommt ihr Schulungen und Informationen, wie ihr selber in eurer Gemeinschaft, in eurem Kreis selber aktiv werden und die eigenen Landwirte unterstützen könnt. Die Staking-Zeit neigt sich dem Ende. 28 Tage verbleiben noch, um Assembly in Firefly zu staken. Bis zum 23.06.2022 wurden 1,58 Billionen oder 1,58 Milliarden Assembly für die deutschsprachigen unter uns verteilt. Wenn ihr neu seid im IOTA-Ökosystem, habt ihr noch die Möglichkeit, eure IOTA-Token in der Fireflap-App zu staken. Ein neuer Artikel gibt es auch bei Landex. Hier gibt es einen Vergleich zwischen ihrer eigenen und der Celsius-Plattform. In knappen Worten zusammengefasst ist Landex besser als Celsius, aber das wundert nicht, da der Artikel von Landex ist. Der größte Nachteil von Landex zu Celsius in meinen Augen ist, dass Celsius schon ein paar Jahren auf dem Markt ist und hat Höhen und Tiefen erlebt. Und während viele solcher Plattformen schon gestorben sind, überlebt Celsius. Meine unglaublich repräsentative Umfrage auf YouTube, auf der ich gefragt habe, ob man Landex investieren soll, ergab, dass 55% der Zuschauer nicht in Landex investieren werden. Philo lädt die gesamte Community wieder ein, beim IOTA Treasury DAO mitzumachen. Die Arbeiten daran sind mit der Abstimmung, der zugunsten des Treasury abgestimmt wurden, noch nicht zu Ende, sondern fangen mit dieser Entscheidung erst an. Jeder kann sich mit einbringen und das Regelwerk mitzugestalten. Für alle, die diesen Rufen nicht folgen und bei der nächsten Abstimmung sich wieder aufregen. Ihr habt hier die Möglichkeit, es zu ändern. Danach ist es zu spät. Benjamin Bönig von der ETHO-Gruppe veröffentlicht auf Twitter ein paar Einblicke vom Kontrollzentrum in Friedrichshafen. Auf der rechten Bildschirme sieht man sogar IOTA. TanglePay ist jetzt ein Partner von Shimmersee. Das haben beide am 23.06. gemeinsam bekannt gegeben. Die TanglePay Wallet wird mit der Veröffentlichung von Shimmer auf Shimmersee freigegeben. Und last but not least gibt es noch einen Artikel von der IOTA Foundation und dem digitalen Produktpass. Ein interessanter Artikel zum Kreislauf von allen Produkten. Dieser Pass enthält beispielsweise Informationen über die Herkunft, die Produktion, die Lieferung, die Verwendung bis hin zum Ende und dem Recycling des Produkts. Alles kann man nachverfolgen. Dieser Pass wird auch DPP genannt, digitaler Produktpass oder Digital Product Passport. Die GS1, der größte Anbieter für Barcodes, hat für solche Zwecke neue Lösungen als globaler Standard veröffentlicht. Denn jedes Produkt soll so einen Pass haben, also beispielsweise Milliarden von Bleistiften. Und warum ist IOTA so perfekt für die Erstellung so eines Passes? Ganz einfach. IOTA ist gebührenfrei, sehr energieeffizient und kann parallele Transaktionen durchführen. Das war's mit der Folge 10. Danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zur neuen Folge Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander, los geht's. Am 14. Juli haben wir alle die Möglichkeit auf dem Machen Festival Holger Köter zu sehen, wie er zu Blockchain und allgemeinen Krypto News redet. Die Tickets kosten ab 22 Euro. Timson Labs veröffentlicht ein neues Update 1.1.0 zu ihrer Plattform Fiobex. Sie nutzen nun die DLT Green Node, um mit dem Tangle zu kommunizieren. Außerdem rufen sie die ganze Community zur Hilfe auf. Das Team will mehr Exchanges hinzufügen und ist auf unsere Hilfe angewiesen. Falls ihr einen folgenden Exchanges IOTA gekauft habt, könnt ihr euch gerne bei dem Team melden. Eine Anleitung, wie ihr die Cold oder Hot Wallets rausfindet, haben sie ebenfalls gepostet. ShimmerSea und Akkumulator sind eine Partnerschaft eingegangen. Laut Twitter wird der Akkumulator für ShimmerSea den Yield Aggregator entwickeln. Beide Projekte werden mit dem Launch von Shimmer starten. Auch mit Snowman geht ShimmerSea eine Partnerschaft ein. Damit kann man den SOUSD von Snowman auf ShimmerSea traden. Moandelo hat wieder ein neues Patent entdeckt, wo IOTA erwähnt wurde. Das Ganze wurde von EATON Intelligent Power Limited angemeldet. EATON bietet notwendigen Werkzeugen zur Überwachung und Verwaltung von Leistungsgeräten in ihren physischen oder virtuellen Umgebung. Dieses Patent soll folgendes liefern, den Austausch von Energien in Smart Contracts. Dabei ist wie immer zu achten, dass IOTA hier nicht als die Lösung angegeben wird, sondern als Beispiel erwähnt wird, unter anderem neben Ethereum. Lendex veröffentlicht ein Blogpost, Why Lendex is a part of a good life. Interessant, liest sich in zwei Minuten durch, ansonsten kann man das diesmal überspringen. Der Vollständigkeit erwähne ich es aber dennoch. Ein wesentlich interessanterer und inhaltsvollerer Beitrag gibt es auf CryptoNews mit dem Titel The Ins and Outs of IOTA's Marketplace. Der IOTA Marketplace gibt es schon seit 2017 und soll jedem die Chance bieten Daten zu kaufen und zu verkaufen. Noch 21 Tage kann man seine IOTAs noch in der Firefly Apps taken. Dazu postet Assembly ein Tweet. Bis zum 29.06. waren 1,78 Billionen bzw. 1,78 Milliarden für deutsche Assembly an die IOTA Community verteilt. Kapi hat seinen Vorschlag über die 20% Erhöhung des Schimmer Supplies überarbeitet. Auf government.iota.org könnt ihr mitdiskutieren, mitlesen und euch beteiligen. Dieses ist ein wichtiges Thema und ihr könnt aktiv mitbestimmen. In dem zweiten Vorschlag geht er auf ein paar Fragen auf, wie auf den Warum braucht es einen Fonds, über die Verwässerung und ob man den IOTA Community Treasury verwenden soll. Bis heute wurden nur 182 Stimmen abgegeben. Bedenkt man wie viele Abonnenten dieser Kanal hat, wie viele es auf Discord und Telegram User existieren, ist es eine traurige Zahl. Kommen wir zu den zwei wichtigen Themen meiner Meinung nach. Das eine ist die EU-Entscheidung über die anonymisierten Kryptozahlungen und das zweite Thema ist die Umstrukturierung der IOTA Foundation. Als erstes zu EU. Die IOTA Foundation hat schon ihre Bedenken und einen offenen Brief geteilt. Wer in der EU Kryptowährungen verwendet, soll künftig unabhängig vom Gegenwert identifiziert werden können. Also aus mit der Anonymität. Es wird aber eine Bagatellgrenze von 1000 Euro geben. Das Ganze gilt auch für Unhosted Wallets, also Wallets die keinen Menschen gehören, sondern beispielsweise IOT Geräten wie Autos oder Maschinen. Sprich alle Zahlungen über diese Grenze müssen nicht kontrolliert werden. Über diese Grenze muss der Dienstleister feststellen, ob der Überweiser auch der richtige Kunde ist. So soll Kriminalität eingedämmt werden. In vielen Augen bremst das aber die Wirtschaft und den Vorhaben von IOT aus, solange das Gerät eben die 1000 Euro nicht knackt. Eure Meinung dazu? Viele sprechen von einer verpassten Chance Europas. Am Freitag kam auch ein neuer Blogbeitrag der IOTA Foundation raus über die Umstrukturierung der eigenen Reihen. Ich zitiere, die wichtigste Rolle der IOTA Foundation war jedoch immer die Erforschung und Entwicklung der Kernprotokolls und seine Bausteine sowie der Aufbau und die Unterstützung der Community. Die Foundation war nie dazu gedacht, die Verantwortung für den Aufbau und die Kommerzialisierung von Lösungen auf der Basis von IOTA zu übernehmen oder Beratungsdienste für Unternehmen anzubieten. Damit werden nun ausgereifte Projekte ausgeliefert. Diese Projekte sollen eine eigene Firma gründen und selber wirtschaften, da die IOTA Foundation das nicht so gut kann anhand ihrer Art der Stiftung. In Zukunft wird der Hauptzweck der IOTA Foundation die wissenschaftliche Validierung und die Entwicklung des Kernprotokolls und seine Bausteine sein. Das Ganze passiert natürlich, weil der Kryptomarkt, wie ihr alle wisst, ziemlich abgestürzt ist und da sind auch die Kündigungen oder eben solche Schritte der Ausgliederung nicht unüblich. Man verschlankt sich und konzentriert sich auf die wesentlichen Sachen. In Discord wurde dazu ziemlich viele Fragen beantwortet, die mit diesem Zusammenhang entstanden sind. Um die 15 Leute wurden damit ausgegliedert bzw. gekündigt. Eine andere Antwort war bezogen auf Firefly. Es ist komisch zu sehen, dass eine Stiftung eine Wallet in ihrem Besitz hat, da da viel Geld im Spiel ist. Und die Stiftung kann eben kein Marketing veranstalten. Und die wichtigste Frage überhaupt, kann sich die IOTA Foundation noch selber finanzieren? Laut Dom, ja. Sie wird das locker überleben, ansonsten werden sie sicher gehen, dass sie es überleben. Was auch immer das heißt. Auch Hans bleibt bei der IOTA Foundation. Blackpin hat mit PSE Solutions aus der Schweiz ein Interview geführt. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Baubranche und PSE Solutions will den Messenger von Blackpin verwenden. Das soll die Kommunikation auf den Baustellen verbessern. Am Samstag war Blackpin auch auf der Messe für Gesundheit und Pflege und wie immer wollen sie ihren Messenger der Industrie zeigen. Das Lighthouse Projekt Nummer 2 geht dann in den Start, diesmal mit Zebra. In knapp 18 Minuten wird hier die Partnerschaft zwischen IOTA und Zebra vorgestellt. Neues wird in diesem Video aber nicht erwähnt. Es soll als reine Zusammenfassung betrachtet werden. Das W3-Komitee hat das DID, Decentralized Identifier, als Standard empfohlen. Mozilla und Google hatten dabei aber Einwände. Tim Berners-Lee schrieb als Begründung zu den Einwänden, dass bis jetzt alle Internetstandards am Anfang nicht alle Wünsche erfüllen. Erst mit Weiterentwicklung wurden sie besser und besser. Deswegen wird der DID-Standard auch jetzt eingeführt, damit er frühzeitig von der ganzen Gemeinschaft verbessert werden kann und nach und nach alle Anforderungen erfüllt. Andere Lösungen würden oder machen es sogar komplizierter und der Direktor kommt zum Schluss, dass die Entwicklungsgemeinschaft sich dem DID widmen soll. In der nächsten Periode soll die Arbeitsgruppe die vorgeschlagenen Standard-DID-Methoden behandeln und liefern und interoperable Implementierungen demonstrieren. IOTAs Moment? IOTA Bots und Tanglesi werden die nächsten Tage Bildungsvideos für DeFi veröffentlichen. Wer da Interesse hat, sollte den beiden Kanälen folgen. Seitdem IOTA alle ihre Partner für Schimmer präsentiert, sind auch einige neue Projekte aufgetaucht. Darunter auch Bifrost, eine Telegram Wallet. Im dritten Quartal soll die Alpha rauskommen. Man kann auf der Webseite es jetzt schon ausprobieren. Die größten Sorgen der Community war die russische Mail-Adresse. Meiner Meinung nach überzogene Reaktion, denn nicht alle Programmierer aus Russland sind Scammer und Unterstützer des Krieges. Und Schulz Vermutung, bis sich was anderes ergibt. Schmucklos hat auch noch CAR IOTA gefunden. Ein virtuelles, interaktives Ökosystem aus der Sicht des Fahrzeuges als Wirtschaftsagent. Es verlagert den mühsamen und kostenintensiven Kampf um die Bewertung von Mobilitätslösungen und Geschäftsmodellen in die virtuelle Welt, indem es die IOTA-Tangle-Technologie nutzt. Leider funktioniert der Anwälteprozess bei mir nicht, bei euch. Last but not least veröffentlicht Hans Part 5 seiner DLT-Reihe. In diesem Artikel erklärt Hans seine Idee von Tokenomics, die er schon vor drei Jahren geäußert hat. Viele erschreckt dieser Artikel momentan, da viele wieder weitere Jahre der Forschung drin sehen. Dabei wollen viele endlich ein Produkt haben. Es ist in meinen Augen nur ein Vorschlag und eine Idee, die später implementiert werden kann, als eine Entwicklung. Hans ist in meinen Augen ein Visionär und dieser Vorschlag ist nicht in Stein gemeißelt. Quantique hat auf Twitter auch folgendes getwittert. IOTA ist ein Partner mit der DDRS, der Digital Deposit Return Scheme, also Pfandrückgabesystem, eingegangen. Eine weitere Partnerschaft wurde mit Spacer entdeckt, einem Unternehmen, welches Produktsysteme durch KI-basierte Resilienzoptimierung fördert. Am 27.06. gab es noch ein Stronghold-Update, das ist jetzt in Version 0.6.3 zu finden, bringt aber nur unwesentliche Verbesserungen. Am 4.07. kam das Update 0.70 raus und soll ein Feature für die Zukunft bringen. Und später, in der Nacht zum 6.07. kam auch gleich Version 0.7.1 raus, ein Update, welches die Sicherheit verbessert. Das war's mit dieser Folge. Danke für das Zuschauen. Schaut positiv in die Zukunft und bis zum nächsten Mal. Willkommen bei Probably Nothing, den IOTA News der letzten Woche. Ich bin Alexander, bin frisch aus dem Urlaub zurück und los geht's mit den News. Fangen wir mit Minted Wodka an. Seit letzter Woche kann man seine NFTs in einer Beta minten. Das Ganze wird durch den sogenannten Barkeeper, also eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung durchgeführt. Auf den zugehörigen Blogpost könnt ihr die Anleitung auch so ansehen. Denn bei mir funktioniert weder Metamask noch Binance. Auch ist das Netzwerk, welches man wählen kann, noch nicht für IOTA, Schimmer oder Assembly offen, damit für den größten Teil uninteressant. Was interessant ist, ist, dass Tangle Labs den Identity Manager released hat. Die öffentliche Version auf GitHub ist 0.1.2 und kann nun von jedem Entwickler runtergeladen werden. Mit diesen Bibliotheken können Entwickler mit Identitäten schnell vorwärts kommen, ohne zu tief in die Materie einzusteigen. IOTA Origin veröffentlicht auf YouTube ein Video, welches die globalen Probleme der Industrie, dem Energiesektor und damit verbundenen Umwelt zeigt. Die einzige Lösung, eine Nachverfolgung der Lieferkette, die selbstverständlich auf dem Tangle läuft. Mit über 200 Klicks hat das Video viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Könnt ihr da was machen? Schließlich ist das ein richtig guter und innovativer Use Case für IOTA. Danau Lau.IOTA hat ein Video der deutschen Bundesregierung über digitale Identität gepostet. Mit zwei Stunden ist es ein bisschen lang, dennoch ist es ein sehr interessantes Video, welches sich einige angucken sollten. Es wird natürlich weder IOTA noch der Tangle erwähnt, dennoch erwähnen einige Mitglieder und Gäste DID, SSI, Blockchain und DLT. Doch der Grundtenor liegt hier bei NFC, also dem Personalausweis und kein Schnickschnack wie Blockchain und SSI. Aber, und das finde ich wichtig, wenn die IOTA Foundation dieses Video anguckt und die Fragen antworten und die Lösungsvorschläge anhört und darauf ihre Forschung und Arbeit konzentriert, könnte man so eine bessere Lösung in Form von IOTA liefern. Kommen wir zum großen Thema des Votings. Schon seit etlichen Folgen Probably Nothing werbe ich zum Mitmachen, Mitbestimmen etc. Für den Proposal von Kappi. In dem Zuge hat die IOTA Foundation einen Blogbeitrag veröffentlicht. Der Vorschlag ist mit dem neuen Update der Firefly Wallet möglich. Dieser funktioniert genauso wie der IOTA Treasury Fund Vorschlag. Am 14. Juli fängt das Pre-Voting an. Das bedeutet, ihr könnt entspannt eine Woche lang eure Stimmen abgeben. Ab dem 21. Juli fängt das Zählen der Stimmen an. Bis dahin solltet ihr also in der Firefly Wallet abgestimmt haben, damit ihr keine Zeit verliert. Diese Abstimmungsperiode dauert ebenfalls 7 Tage, also bis zum 28.07.2022. Ihr könnt bis zum 20.07. abstimmen, ob ihr für oder dagegen seid. Leider überschattet ein grober Fehler die Abstimmung. Der Proposal wurde falsch berechnet und im Nachhinein vom Kappi geändert. Statt 20% sind es 25%. Leider ist der Vorschlag in der Firefly App ebenfalls mit 20% betitelt. 10% fürs Ecosystem und 10% fürs Treasury. Erstellt werden aber 25. Was irreführend und falsch ist. Deswegen gibt es auf govern.aiota.org eine neue Abstimmung, die die jetzige Abstimmung beenden soll. Da die Abstimmung noch nicht angefangen hat, gibt es keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Gesagt werden soll ich auch folgendes. Die IOTA Foundation hat hiermit nichts zu tun. Es ist eine Community-Abstimmung. Wenn es jemand verbockt hat, dann die Community. Bleiben wir bei Firefly. Da es für Schimmer eine separate Firefly App geben wird, hat Jeff auf Twitter ein Screenshot des App-Icons geteilt. Letzte Woche gab es auch einen Update auf GitHub mit den neuesten Entwicklungen. Das erste Update trägt die schon erwähnten Abstimmungen. Die größte und spannendste Entwicklung trägt die Mobile App. Diese ist nun in der Beta für Android und IOS verfügbar. Ich selber bin einer unter den 1000 und muss sagen, dass es bis jetzt für meinen Test gut funktioniert hat. Und das letzte Update ist für Schimmer und Stardust. Das befindet sich in der Community Alpha. Hier wird selbstverständlich die Token-Transferierung möglich sein. Aber auch Assets. Ob das auch für die Unterstützung der NFTs ist, ist nicht bekannt. Davon kann man aber sicherlich ausgehen. Alle Funktionen werden Schritt für Schritt freigegeben, damit Schimmer früher starten kann. Die Protokollgruppe hat ihr Update der letzten drei Wochen veröffentlicht. Da gibt es eine Menge zu besprechen. Aber nichts, was uns Durchschnittspersonen jetzt begeistern würde. Zumindest hat mich nichts aus den Socken gehauen. Bis auf die Tatsache, dass sie verdammt viel arbeiten. Aber naja, probably nothing. Kommen wir zu den vielen Partnerschaften, die in den letzten Tagen so entstanden sind. TFT, also The Fans Together, treten, Assembly Buy, Shimmer C und CoinRisk kooperieren zusammen. Und als letztes gibt es noch die Shimmer C und MoonWard Kooperation. FCS 2.0 wurde endlich von der GS1 ratifiziert. Damit dient IOTA als Basis für Lieferkettendaten, als Vertrauensanker für die Authentizität, Unveränderbarkeit und Nichtabstreitbarkeit von Daten. DPP, sogenannte Digitale Produktpässe, sind die neuesten Entwicklungen von AppCIS 2.0. Wer mehr darüber lesen will, kann das gerne auf den neuesten Blogposts der IOTA Foundation tun. IOTA Talk hat einen Medium Post auf Twitter gefunden, bei dem es um AppCIS 2.0 geht. In diesem geht es nochmal um die Ratifizierung des GS1 AppCIS 2.0 Standards. Hier wird auch nochmal auf die schon bereitstehenden Use Cases hingewiesen, unter anderem dem DPP Digital Product Passport. Society2 meldet auch eine kleine Neuigkeit. Bald wird es möglich sein, eine BIP39 Pneumonik-Phrase zu erstellen und so seine Daten oder seinen Account zu schützen, auch wenn man sein Gerät beispielsweise den Handy verliert. Fetch.ai zeigt all seine Partnern und dreimal dürfte raten, wer dabei ist. Für alle, die endlich auch mal Hand anlegen wollen und nicht nur meckern, können nun einen kostenlosen Programmierkurs in Rust belegen. Noman Minas bietet dafür einen Kurs auf Udemy an. Ich selber habe noch nie was mit Rust gemacht, aber das wird nachgeholt. For Free Wissen ist immer geil. Ja und hier muss ich auch gleich schon zurückrudern. Mittlerweile kostet das 15 Euro. Bedenkt man aber die 7,5 Stunden Inhalt, ist es mir alles günstig. Immer noch hot. Twitter-User Boxy präsentiert allen ein neues Projekt. TangleRarity.com Mit seiner Webseite findet ihr NFTs, die ihr braucht. Momentan funktioniert das nur mit Zunaverse. Doch auch Nicht-Zunaverse-Kollektionen werden durch manuelles Einfügen unterstützt. Auch ein neues Smart Contracts Meeting, welches sehr kurz ist, kann man nun auf YouTube schauen. Es geht hier um den Start von Schimmer. Das Testnet wird für diesen Monat erwartet. Ansonsten ist es in der dritten Kartal als Ziel gesetzt. Danach ist aber für viele Urlaubszeit, das heißt, dass es erstmal still sein wird. Inspired, ein NFT-Marktplatz, welches nicht nur auf IOTA basiert, lädt alle Künstler auf ihren Discord-Server ein. Ein Erscheinungsdatum gibt es immer noch nicht. Am 20. Juli geht eine interessante Serie an den Start von IOTA und Bankless. Hier soll es um das neu erstellte Treasurer gehen, für den die Mehrheit gestimmt hat. Das Ganze läuft über Discord auf dem IOTA-Server ab. Wer nicht live sein kann, sollte nicht verzagen, das Ganze gibt es dann auf YouTube. Landex veröffentlicht einen Blogpost, wo sie das Team vorstellen. Hinter Landex stehen Sabo, Nosa, Mohammed, Michael und Mark. Auf IOTA Heroes könnt ihr nun eure Rüstungen endlich auch auf eurem Held sehen. Die Testversion könnt ihr auch immer noch spielen. Am 6.7.2022 gab es mit Dominic Schiene eine einstündigen Ask Me Anything. Wer wenig Zeit hat, sollte die Zusammenfassung auf Reddit angucken. Das Ganze wird von Daily Degen Newsletter bereitgestellt. Das Wichtigste erwähne ich aber. Schimmer startet noch in diesem Monat. Vor ein paar Stunden hat auch noch in diesem Zusammenhang Hornet ein Update 2.0 Beta 1 veröffentlicht mit dem schönen Changelog Initial Stardust Beta Release. Und wie es der Zufall so will, auf das viele gewartet haben, Schimmer Beta ist gestern Abend einfach so aus dem Nichts erschienen. Dazu erschien pünktlich ein Blogbeitrag der IOTA Foundation. Schimmer kann nun von allen probiert werden. Das erste Upgrade Stardust ist nun bereit. Stardust ist dabei nur ein Update von vielen, welches Schimmer ausmacht. Im Prinzip funktioniert es dann so. Nehmen wir als Beispiel das nächste Upgrade nach Stardust, welches ich hier mal Moonlight nenne. Im ersten Schritt wird geforscht und erste Prototypen erstellt. Sind alle zufrieden, geht es weiter. Die Software wird entwickelt und intern geprüft, ob alles klappt. Dafür werden die Bibliotheken und diverse Tools erstellt. In diesem Schritt werden auch erste Community-Mitglieder eingeladen, um an der Alpha teilzunehmen. Der dritte Schritt wird dann als Beta bezeichnet und wird öffentlich präsentiert. Das haben wir jetzt mit Stardust live erlebt. Hier wird die Stabilität und nur noch ein paar Kleinigkeiten verbessert. Läuft alles stabil, kommt der Golden Release und wird final im Schimmer-Netzwerk veröffentlicht. Läuft dann auch alles auf dem Live-Netzwerk rund, wird diese Version dann in das IOTA Mainnet eingefügt. Das heißt, Stardust befindet sich nun im dritten Schritt und wird nach einigen Wochen bzw. Monaten das Testnetz verlassen und im Schimmer released. Läuft das auch gut, kommt es in IOTA Mainnet. Danach kommt Moonlight und es fängt von vorn an, bis Schimmer komplett ist. Mit Stardust kann man nun eigene Smart Contracts und eigene Coins erstellen, automatische Rückbuchungen erstellen und als Datenspeicher verwenden. Doch das ist nicht alles. Mit dem Update kommen neue Spezifikationen, ein neues Wiki, neue Node-Software, die ich schon oben erwähnt habe, Client- und Wallet-Bibliotheken, eine neue Firefly-Wallet, die ihr jetzt in der Beta testen könnt, neue CLI-Wallet, ein neuer Explorer und eine neue Permanode. Jetzt erstmal ausatmen und alles verdauen. Das war wieder Probably Nothing und die IOTA Foundation liefert nie ab. Bis zur nächsten Folge. Probably Nothing. Macht's gut. Und als ob das nicht genug war, kommt ein neues Projekt um die Ecke, Persa Co., ein Live-Engagement-Plattform für Marken, Content-Creator und Follower. Es ist wie TikTok, Snapchat, Twitch, Shop und die eigene Marke, mit der man aber auch alles tracken kann. Schaut euch mal die Webseite an und erklärt mir bitte, was die machen. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Willkommen bei Crystal Math Tutorial. Nein, Spaß. Probably nothing, denn IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander. Los geht's. Am 20. Juli gab es ein Schimmer-Talk mit Dominic Schiener und Levante Pop über das neue Schimmer-Netzwerk. Ein wirklich gutes Video, was einen hypen kann. Dafür hat auf Twitter IOTA Penguin eine gute Zusammenfassung verfasst. Props gehen hiermit raus. IOTA Beat zeigt mit seinem Screenshot kleine Einblicke ihrer Multi-Chain-Decks SwapD-App und diese soll sogar vor dem Release von Schimmer rauskommen. Damit kann man bald Schimmer und IOTA Token handeln. IOTA mit beispielsweise Stablecoins kaufen und andere Tokens auf dem Layer 1 Netzwerk handeln. Der Preis für den Schimmer-Token sollte man aber mit Vorsicht genießen. Bleiben wir auch weiter bei IOTA Beat. Diese haben am Samstag ein Blogartikel veröffentlicht, warum das Trading mit dem IOTA Token auf ihren Multi-Chain so wichtig ist. Hier gehen sie aber auf einige sehr interessante Punkte ein. Zum Beispiel die Einführung von dem Währungspaar Stablecoin mit IOTA, um die gesamte Marktkapitalisierung nach vorne zu bringen. Es wird ebenfalls möglich sein, seine in Suniverse erhaltenen Zoom-Token in IOTA zurückzuwechseln. Und Dienstag gibt es auch noch ein Product Preview, wo wir endlich was zu Gesicht bekommen. IOTA spielt zwar nicht mehr in den Top 5 der Kryptos, wenn es um die Kapitalisierung geht, aber wir sind Platz 3, wenn es um die meisten gelesenen Artikel geht auf CoinMarketCap. Das soll doch mal was heißen. Und die Marktkapitalisierung pallen wir mal als nächstes an. Für Entwickler gibt es jetzt die C-Bibliothek für IOTA in der 1.0-Version. Das Ganze ist für Stardust bereit und kann sofort auf GitHub angeschaut werden. Wer die Live-Session von IOTA und Bankless Consulting verpasst hat, kann das nun auf YouTube nachholen. Hier zeigt Aare, wie sie ihre Treasury benutzen und führen. Spannend zu sehen ist, dass man auch Zahlen sieht und ist wirklich für jeden empfehlenswert, da wir als IOTA-Community sehr bald eine Community-Treasury haben werden. Freitag stellt Dominic Schiene eine interessante Frage aus dem Nichts, was wir wohl davon halten würden, unsere IOTAs mit einer Bridge an Schimmer zu koppeln und so eine Rendite verdienen zu können. Die Abstimmung zeigt deutlich, dass über 80% bereit sind, diesen Vorschlag anzunehmen. Vergesst auch nicht am 27. Juli das viel angekündigte Inadpa-Event, bei denen Maria Delarroch von der IOTA Foundation und Bratek Bijam von Jenatek da sein werden. Einen großen Schnitzel leistet sich TheCryptoInfo.org. Diese veröffentlichen einen Artikel über IOTA und die Blockchain, die IOTA benutzt, ist BSC. Das wäre mir neu. Und nach 5 Tagen und einigen Anfragen zur Korrektur ist bis heute nichts passiert. Qualität geht damit irgendwie anders. Das Staking von Assembly ist Freitag zu Ende gegangen. In Runde 2 wurden 64% aller IOTAs in Firefly gestaked und damit 2,4 Milliarden Assembly ausgeschüttet. Wer denkt, dass das jetzt hier vorbei ist, irrt sich. Runde 3 steht vor der Tür. Auch dort wird es ein Pre-Staking geben. Ich werde euch rechtzeitig erinnern. Eine unwichtige, aber doch witzige Information will ich niemanden hier vorenthalten. Dan Held, irgendein Typ, der unwichtig ist, verlässt seinen Posten bei der Kryptoplattform Kraken und geht irgendwo hin, wo ihn scheinbar wohl niemand haben will. Diesen Typen verdanken wir, dass nur Morons IOTA kaufen. Danke denn und tschüss denn. Wenn wir wieder ein paar tolle Produktnamen brauchen, melden wir uns bei dir. Auf der Patentfond gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Moandelo fand etwas Neues. Angemeldet wurde es von Sportsdata Labs Inc. in den USA. Ein System zur Einhaltung von Tierdaten umfasst eine oder mehrere Quellen von Tierdaten von einer oder mehreren Zielpersonen, wobei die Tierdaten elektronisch hier übertragen werden. IOTA wird aber wieder nicht als das Heilmittel angesehen, sondern wird mit DLT erwähnt. Nicole, die im Team von Firefly programmiert, teilt auf Twitter ein paar interessante Screenshots aus dem nächsten Firefly Update. In diesem Screenshot erkennt man, dass ihre Wallet andere Token hat, zum Beispiel Speckcoin Random Token. Auch auf der linken Seite sieht man einen neuen Reiter, der wohl als Einstellungen dienen wird. Kommen soll das in die Beta diese Woche. Dafür hat sie auch gleich auf GitHub einen Link gepostet. Am Montag hat sich Hans Moog nach einer langen Pause zurückgemeldet, dieser war schwer krank, ist aber wieder wohl auf und fleißig am Arbeiten. Das GoShimmer Team postet ein neues Update. Gearbeitet wird momentan an den Virtual Milestones, Snapshot und den Prunning, also das Halten von einer optimalen Größe des Tengels, damit er nicht zu groß wird und als letztes den Congestion Control. Seit dem Dienstag könnt ihr auch euren Firefly App auf die Version 1.6.4 updaten. Dieses Update leitet die dritte und letzte Runde des Stakings von Assembly ein. Und gleichzeitig gibt es einen Blogartikel zu diesem Event. Das Pre-Staking dauert diesmal drei Tage und startet am 26. Juli. Ab dem 29. Juli bekommen wir dann, wie schon die letzten Male, alle 10 Sekunden Assembly als Belohnung. Das Prinzip ist ganz einfach, wie bei den letzten Malen schon, einfach in der Firefly App auf den Reiter Staking gehen und dort den Button Staken drücken. Auch TanglePay hat nachgezogen und veröffentlicht ein neues Update und bietet das Staking an. IOTA Content Creator brauchen ein bisschen Hilfe. Da sie gerade die Webseite bauen, wo das ganze IOTA Ökosystem zu finden ist, brauchen sie einen tollen Namen dafür. Vielleicht habt ihr eine gute Idee, die könnt ihr entweder auf Discord oder auf Twitter angeben. Letzte Woche durfte ich mit ein paar anderen an der Closed Alpha von B4Ös teilnehmen, die Wallet für Telegram. Das Aussender-Wallet ist ansprechend und es hat auch alles mit Test-Tokens funktioniert. Der wichtigste Punkt war, dass man sein Profilbild öffentlich machen muss, sonst funktioniert die Wallet nicht. Ansonsten könnte man die Token hin und her senden. Eine Benachrichtigung, ob man Token bekommen hat, wird später implementiert. Man kann auch leicht anderen Menschen Token versenden, da man auf seine Kontakte, die ebenfalls eine Wallet verfügen, senden kann. Momentan läuft die Public Alpha und ihr alle könnt das gleich ausprobieren. Vor ein paar Minuten wurde auch die Partnerschaft zwischen IOTA B und TanglePay veröffentlicht. Mit dem Release kann man sich dann mit TanglePay anmelden und gleich loslegen. Außerdem bekommt man die TanglePay NFTs mit einem Rabatt. Das war's mit dieser kurzen Folge. Danke für das Zuschauen und unterstützt den Kanal mit einem Abonnement hier auf YouTube. Kauft ein NFT oder werdet Mitglied auf Patreon. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Der Support ist wichtig und sichert die Arbeit von Probably Nothing. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander. Mir gehen langsam die Ideen für die Infos aus. Los geht's. IOTA Content Creator DAO haben letzte Woche nach euren Vorschlägen für einen Namen für die Webseite gesucht und ihr habt sie geliefert. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann immer her damit. Schreibt sie auf Twitter oder Discord. Die Top 4 werden dann ausgelost. Auch das von dem letzten Proposal, dass sie zwei Content Creator suchen und diese mit 200 Dollar finanzieren, ist durch. Und nun wird nach diesen zwei Projekten gesucht. Vielleicht ja Probably Nothing. Ich denke, gerne könnt ihr auf Twitter für mich stimmen, wenn ihr denkt, dass ich der Richtige bin. Kurz nach der Veröffentlichung der letzten Episode kam die IOTA Foundation mit der Hammer Nachricht, für die mein Geschmack zu wenig durch die Decke ging. Login with IOTA. Leute, das ist das, worauf die ganze Welt doch gewartet hat. Dazu hat sich die IOTA Foundation mit der Vault ID zusammengeschlossen, um eine Lösung noch dieses Jahr zu präsentieren. Dabei soll die alte Anmeldesysteme, also das Web 2 und die neuen Web 3 möglich sein. Hoffen wir, dass die Ethers auch halten. Zwinker, zwinker. Heute, dem 3. August, gibt es eine Live-Diskussion der Frankfurt School. Thema ist AI und Blockchain. Das Ganze ist kostenlos für alle. Mariana Delaroch ist von der IOTA Foundation vertreten. Coinmerge listet IOTA auf ihrer Plattform, aber es ist kein nativer Token, von daher eher uninteressant. Die sollen sich nochmal melden, wenn sie IOTA und Schimmer ordentlich listen. Dom schreibt ja öfters mal, dass man bauen soll und jetzt meldet sich auf Twitter einer Gruppe und sagt, ja, wir haben dich gehört und wir bauen. Die Rede ist von Loyal und man kennt es wohl aus dem Hamburger Abendblatt, Hamburger Journal und ARD. Auf der Homepage findet man jetzt nichts Genaues zu IOTA oder Schimmer. Was also genau drin ist, kann ich momentan nicht sagen. Das Prinzip hinter Loyal ist aber interessant. Es geht hierbei um eine digitale Stempelkarte nach dem Prinzip des 10 mal Essen, das 11 kostenlos bekommen. Mal sehen, was sie in Zukunft mit IOTA anstellen. Die IOTA Roadmap wurde ebenfalls aktualisiert. Es gibt ja da draußen ziemlich ungeduldige Leute, die so eine Roadmap brauchen und ich sage euch, entspannt euch. Man weiß nie was passiert und am Ende seid ihr nur enttäuscht. Aber es hieß, im Dezember wird das fertig sein. Es heißt nicht, dass Projekte keine zeitlichen Ziele brauchen, sonst wird man ja nie fertig. Aber darauf zu pochen und es als das Nonplusultra zu nehmen, ist lächerlich. Was wesentlich wichtiger ist, als irgendwelche Daten, ist, dass man ein Guide zur Integration von Schimmer vorgestellt hat. Damit kann jeder Exchange super einfach Schimmer integrieren. Pocht lieber auf die Aktualisierung von der Handelsplätze statt der Roadmap. Das Interessante ist, es sind wirklich Copy und Paste Sachen. Jeder Exchange könnte es in einem Tag machen. Und damit gibt es keine Ausreden mehr von Exchanges, Schimmer nicht mehr zu integrieren. Landex veröffentlicht ihr Lightpaper in der neuen Version und es gibt keinen Aufschrei mehr. Gibt es von eurer Seite Kommentare dazu? Seid ihr damit zufrieden? Die Firefly Schimmer Beta Wallet hat ein paar Updates bekommen. So wie in der letzten Episode erklärt, wurde das Minting von Tokens präsentiert. Es ist so einfach, dass es man niemandem erzählen darf. Dazu habe ich euch auf Twitter aufgerufen, mir eure Tokens zu schicken. Und da haben wir ein paar. Coopcoin, Ayotana, Infinity Token und Catcoin. Danke an alle Zusendungen. Das Erstellen von neuen Token, wie ihr seht, ist mehr als einfach. Ob das auch so in die finale Version kommt, ist aber zweifelhaft. Aber das Prinzip soll verdeutlichen, dass es definitiv die Zukunft ist. Centangle.io zeigt auch ihren NFT Marktplatz und das natürlich ohne Gebühren. Dafür braucht ihr Metamask. Es funktioniert genauso einfach und selbstverständlich wie Suniverse. Nach langer Zeit meldet sich Sunlabs mit einem Update. Alle Updates können immer auf when.suniverse.com ausprobiert werden. Das Update beinhaltet das Kaufen von Schimmer mit IOTA oder andersrum. Weiter können alle ihre eigenen Token erstellen und minten und diese sogar handeln. Vergesst nicht, dass es nur alles Test-Token sind, die keinerlei Wert haben. Außerdem wurde ein Haufen Fixes und Updates hinzugefügt, wie die Überarbeitung der Zahlungsabwicklung, Überarbeitung der Benutzeroberfläche für mobile Nutzer, neue Übersetzungen und Überarbeitungen und noch mehr. Alles könnt ihr in ihrem Blogbeitrag lesen, welches unten verlinkt ist. Auch IOTA-B, welches die letzten Wochen uns mit vielen interessanten Neuigkeiten versorgt hat, macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie veröffentlichen ebenfalls einen Blogbeitrag, bei dem es um die Multi-Chain und ihre Wichtigkeit geht. Und nach dem Bild zufolge ist die Multi-Chain in der Tat das Beste, was uns passieren kann. Werdet ihr IOTA-B benutzen? Auch haben sie einen weiteren Einblick in die möglichen Assets gezeigt. Das Team brennt regelrecht. Smart Contracts hat ein Meeting, welches ihr auf YouTube euch angucken könnt. Vrom hat auf Twitter etwas Schönes gefunden. Epsi hat 13 Wallets bestätigt und eine davon ist Vault-ID. Und wie oben schon erwähnt, arbeitet Vault-ID mit IOTA an einem Login-Möglichkeit. Damit ist Vault-ID mit allen EU-Standards konform und das bedeutet auch, dass IOTA eine gute Arbeit leistet, indem sie konform ist. Antonio, unser Community-Vater, hat eine Node-Installationsparty gestartet für die Schimmer-Node. Wer also eine Node installieren möchte, um zu testen und probieren, kann gerne hier 1 zu 1 mit Antonio eine Node aufsetzen. Ich bin irgendwie begeistert, wie er Grafana ausspricht. Ein kleiner Service-Tweet für alle, die auf Schimmer programmieren und gerne ihr Projekt durch eine Sicherheits-Audit schicken wollen. Audit One bietet nun sowas für alle mit einem Rabatt sogar an. Das nächste Video mit Bankless wurde ebenfalls veröffentlicht. Diesmal mit dem Cordano-Projekt Katalyst. Auch diesmal ist das super interessant mit vielen Zahlen und Beispielen. Wenn wir als IOTA-Community nur einen Bruchteil schaffen wie ADA und AVE, dann wird es bombastisch werden. IOTA wird explodieren. Diesmal aber wirklich. Kommen wir zurück zu Firefly. Das hat ein Update bekommen. Falls ihr also irgendwelche Darstellungsprobleme hattet, könnte hier eventuell ein Update helfen. Und die Schimmer-Beta-App hat auch ein kleines und interessantes Update bekommen. In den ersten 24 Stunden wurden über 1250 verschiedene Token erstellt. Das ist einfach der Wahnsinn. Und last but not least, Fiobex veröffentlicht ebenfalls ein Update 1.2.0 mit vielen neuen Funktionen und ein paar Verbesserungen. Wer die Bestände der Börsen im Auge behalten will, sollte hier definitiv reinschauen. Was mir in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen ist, ist, dass viele Leute immer nach dem Core die Zeit fragen. Und dann enttäuscht sind, wenn man ihnen kein genaues Datum liefert. Sie kommen bei Discord oder Telegram rein und verschwinden dann genauso schnell, wie sie gekommen sind. Letzte Woche wurde Stardust released. Ein unglaublicher Sprung und Möglichkeit für viele Projekte. Und dann wird auf den Core-D-Site geguckt. Der Augenmerk sollte doch jetzt völlig auf Schimmer und Stardust liegen. Viele Projekte, die mit dem Update jetzt kommen, werden releasen so viele Neuigkeiten. Man kann es einfach nicht übersehen. Für alle Ungeduldigen da draußen, einen Schritt nach dem anderen. Die IOTA Foundation liefert immens ab und wer das nicht sieht, ist selber schuld. Alle, die IOTA als tot sehen, haben einen Stand von vor 3-4 Jahren. Seitdem hat sich so vieles getan, dass man einfach sich neu belesen muss, wenn man aus dem Thema raus ist. Es gibt da draußen immer noch den einen oder anderen, der nur schwarz sieht und zieht damit viele andere runter. Lasst euch doch davon nicht erschrecken. Nur weil sie unglücklich sind, heißt es doch nicht, dass ihr es auch sein müsst. Schaut euch Zooniverse an. Da habt ihr das beste Beispiel, dass IOTA funktioniert und zwar besser und günstiger als alle anderen Plattformen oder Kryptowährungen zusammen. Und der Preis und CMC spiegelt auch nicht den Warenwert der Projekte wider. Der Markt ist nicht reguliert und völlig manipuliert. Wer trotzdem denkt, dass IOTA tot ist, sollte sich den Monaco Podcast anhören, IOTA Weekly oder Monthly anschauen oder eben Probably Nothing. Und ihr werdet sehen, was für eine Entwicklung IOTA hinlegt. Es ist ja nicht so, als würden wir das alles selbst erfinden und mit Photoshop selbst kreieren. Jetzt mit der super Neuigkeit mit dem Login mit IOTA. Das ist eine Hammer News. Damit kann man alle Menschen dieser Welt abholen. Das ist das Sprungbrett der Adaption. Die Marktschreier, die nach Use Cases bei IOTA schreien, da habt ihr ihn. Und das sogar mit der EU als Partner. Mir ist schon klar, dass wenn meine Taschen voll Ethereum sind, ich auch die vor 300 Dollar Gebühren nicht halt mache, weil es meine Währung ist. Aber rational ist das nicht. Und würden die Menschen rational und nicht emotional denken, würden sie in ein anderes Projekt investieren und diese auch schätzen. Auch wenn sie 90% ihres Geldes woanders stecken. Das war's Leute mit dieser Folge. Danke an alle, die Probably Nothing unterstützen und schauen. Danke an die tollen Patreon-Unterstützer. Großes Dank an euch und die vielen Menschen, die fleißig Likes geben, kommentieren. Sei es auf YouTube oder Twitter. Ich mach das für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen zu den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander. Unbestätigte Informationen könnt ihr auf Speck erwarten und los geht's. Gleich nach der letzten Folge hat Moandelo ein neues Patent gefunden. Dieser wurde von Intel Corp. eingereicht. Die vorliegende Offenlegung beschreibt die Edge Computing über eine disaggregierende Funkzugangsnetz-Infrastruktur durch dynamische Edge-Daten-Extraktion. Hm. Wie Patente so sind, behandeln sie immer neue Methoden und viel Zukunftsmusik. Deswegen ist das Patent hier ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Vielleicht kann mir ja einer unten in den Kommentaren beschreiben, worum es sich hier handelt. Außerdem habe ich selber in dem Dokument keine Referenz zu IOTA gefunden, aber Moandelo hat sich bis jetzt immer als zuverlässig herausgestellt. Es gibt ein neues, großes Projekt im Ökosystem von IOTA, Nakama Labs. Ein Risiko fangt, der darauf abzielt, die Zukunft dezentraler Web3-Anwendungen für alle zugänglich zu machen. Das Team umfasst jetzt schon über 15 Personen, darunter Daniel DeMichel und Dominic Schiner. Laut dem Blogbeitrag gibt es schon zahlreiche D-Apps und Partner, die bald alle angekündigt werden. Das erste Projekt wurde sogar schon veröffentlicht. Accumulator. Die letzten Abstimmungen sind seit ein paar Tagen durch und ihr könnt das Ergebnis in Firefly begutachten. Mit 54% wurde dem Antrag auf Erhöhung des Schimmersupplies zugestimmt. Da im Vorfeld viel Trubel um diese Abstimmung gab, änderte sich das Ergebnis drastisch. Liefer die Abstimmung länger, hätte sogar das Ergebnis anders ausfallen können. Hier sieht man deutlich, wie gut die Funktion der Abstimmung läuft. Man braucht nicht nur die Masse an IOTA-Token, sondern auch Zeit. Somit kann man in kurzer Zeit Spannend das Ergebnis nicht abändern. Die neue Runde von Assembly Staking hat vor einer Woche gestartet. Das heißt, wenn ihr eure IOTA-Token wieder staken wollt, müsst ihr das wieder in der Firefly App erledigen. Schnell und unkompliziert wie immer. Auch berichtige ich mich von der letzten Folge oder vorletzter Folge. Dort behaupte ich, dass es sich um die letzte Runde handelt. Meine nicht vorhandene Redaktion hat dies wohl abgesegnet. Deswegen die Klarstellung, es handelt sich hierbei nicht um die letzte Runde. Diese Information ist falsch. Fehler können passieren. Do your own research. Kommen wir zu einem weiteren neuen Projekt. Amnesia Cash. Amnesia Cash will ein Treiber für Privacy-First-Anwendungen sein. Damit können wir alle sichere und relativ anonyme Zahlungen tätigen. Hierfür wird das sogenannte Zero-Knowledge-Proof-Prinzip benutzt. Die Entwicklung ist nach Angaben des Blockbeitags fertig und werden auf die Freigabe von Schimmer gewartet, da hierfür Smart Contracts gebraucht werden. Das Ganze basiert auf Tornado Cash oder dem Fog davon, welches gerade von der US-Behörde verfolgt wird. Die Leute hinter Amnesia wollen dennoch weitermachen und auf Tornado Cash setzen. Die Zeit wird zeigen, wie das Projekt weiter voranschreitet und ob es Gründe für Skepsis gibt. Auf CoinMarketCap strahlen wir mit Präsenz. Nicht nur Platz 8 der wachsenden Projekte, Platz 5 der meistgesehenen Artikel oder wieder mal Top-Artikel auf der Webseite von CoinMarketCap. IOTA zeigt die wahre Stärke. Durchhaltevermögen und Kontinuität. Viele außerhalb der IOTA-Bubble bekommen tagtäglich mit, wie IOTA sich entwickelt und mit solcher Platzierung sieht man deutlich das wachsende Interesse. Das Smart Contracts Team hatte eine neue Sitzung, die könnt ihr alle auf YouTube ansehen. Diesmal mit dem Thema Bridges. Die Firefly Beta App hat ein neues Update bekommen und ein paar interessante Neuerungen. Eine davon ist das Hinterlegen von quasi Geschenken. Diese kosten weniger Glow, als wenn man eine normale Transaktion tätigt. Bleiben wir bei der Firefly App. Das Team dahinter postet auf GitHub ein Update. Für die Mobile App gibt es nun eine Beta-Phase. Dieser Beta kann alles, was auch die Firefly Version 1.0 kann. Als nächstes werden weitere Funktionen wie die lang erwartete biometrische Anmeldung implementiert. Ziel ist es so schnell wie möglich, den Release zu starten, bevor Stardust kommt, damit man auch Gleichschimmer unterstützen kann. Die Firefly Schimmer App wurde ebenfalls erwähnt. Die Neuerungen habe ich in den letzten zwei Episoden schon erwähnt. Hinzu kommt, dass die Arbeiten an der Unterstützung vom Ledger Nano kommen und das Claiming von Schimmer Token. Diese zwei Sachen sind nach den Aussagen sehr weit fortgeschritten. Auch die Unterstützung von NFTs hat schon begonnen. Kennt ihr das? Ihr wollt IOTO jemanden schicken und die Adressen sind so kryptisch, dass man immer Angst haben muss, dass man was Falsches eingegeben hat oder falsch kopiert hat. Wäre es nicht besser, eine einfachere Möglichkeit diese Adressen zu haben? Die Zentangle bietet bald sowas an. Eine Namensadresse. Das Ganze ist schon bei Ethereum möglich und wird ENS, Ethereum Name Service genannt. Als Beispiel wäre da Alexander.IOTA oder ProbablyNothing.IOTA möglich. Aber das könnte nicht nur eine Wallet sein, sondern auch gleichzeitig eine Webseite, Integration für die Apps oder sogar der Login mit IOTA. Auch ein neues Listing von IOTA und diesmal auch die Native Token können wir begrüßen. Bitforex nimmt IOTA auf. Garrett Jinn, einer der Founder von Bitforex und Tangle Pay, lässt auch durchsickern, dass Schimmer gelistet wird. Bitforex ist in Asien mehr verbreitet als in unseren Gegenden. Hut ab für diese Leistung. Der asiatische Markt ist einer der größten und wäre für IOTA und Schimmer ein großer Segen. Kommen wir wieder zu einem Thema, wo ich eigentlich dachte, dass es keinen großen Wellenschlang wird, weil jeder lesen kann und Zusammenhänge vor allem alles richtig deuten kann. Ein IOTA Foundation Mitglied hat seine Gedanken einfach so bei Discord preisgegeben. Wie kann er nur? Oder ob man nicht bei IOTA doch noch Gebühren oder eine Inflation einführen soll. Daraufhin sind alle ausgerastet, obwohl es nur ein Gedanke war, nichts Offizielles. Daraufhin haben sich viele andere IOTA Foundation Mitglieder gemeldet und ebenfalls ihre Meinung gesagt. Was fällt ihnen nur ein? Unter anderem Hans Moog, der dagegen war und beiläufig zweimal mit Austritt aus dem Projekt drohte, falls das doch noch Gebühren eingeführt werde. Da genau das die Vision von IOTA war und er dabei arbeiten möchte. Dreimal dürft ihr raten, was das in der Community ausgelöst hat. Panik, Unverständnis und Wut. In Telegram und Discord kursierten dann einfach gesagt folgendes, Hans Moog kündigt. Dabei war es vor allem nur ein Gedanke, nichts Offizielles. Um hier nochmal klarzustellen, Hans Moog wird die IOTA Foundation nicht verlassen. Glaubt niemanden und liest die Tweets im Zusammenhang. Es lohnt sich nicht aus 10 Tweets genau einen rauszusuchen, wo steht, ich verlasse die IOTA Foundation. Wenn da nicht ein Aber kommt. Ich dachte, die IOTA Community ist erwachsen und verstehe Zusammenhänge einer Kommunikation. Es ist traurig zu sehen, dass die Menschen einfach alles als gegeben hinnehmen, ohne eigenen Recherchen, ohne die Hinterfragung eigener Aussagen von einigen Menschen. Und das Beste ist, wenn irgendwelche Leute dann genau diese Aussagen auch noch posten und weiter Öl ins imaginäre Feuer schütten, wo es überhaupt nicht brennt. Zum Glück hat das alles am Preis nichts getan. Mittlerweile traue ich euch da draußen alles zu. Bleibt bitte alle ruhig. Nehmt nicht alles sofort für gegeben hin, nur weil irgendwer irgendwo irgendwas postet. Vor allem, wenn es aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ich wiederhole es einfach nochmal, Hans Moog verlässt nicht die IOTA Foundation, es werden auch keine Gebühren eingeführt. Dennoch müssen viele verstehen, dass man über alles reden muss. Auch wenn die Themen nicht jedem gefallen, aber sie müssen erwähnt werden. Forschung in einem komplett neuen Feld funktioniert ebenso. Schlimmer wäre es einfach alles irgendwie fertig zu kriegen und nicht alle Aspekte berücksichtigt zu haben, um später wieder alles zu ändern. Klar dauert es dadurch länger und klar verstehe ich, dass viele endlich ein Produkt bei IOTA sehen wollen. Aber das Geschrei wird eben wieder lauter, wenn das Zeug halb fertig auf dem Markt rauskommt. Ihr seht es schon, egal wie man es macht, euch allen da draußen kann man es eben nicht recht machen. IOTA soll transparent sein. Ist ihr es? Schreien alle rum. Ist ihr es nicht? Schreien alle rum. Also, ruhig bleiben, nicht in Panik versetzen, wenn Discord und Telegram brennen. Erst wenn etwas offiziell angekündigt wird, solltet ihr eure Stimme erheben. Bis dahin wird nur konstruktiv geredet und Meinungen ausgetauscht. Und genau wie die Überschrift nur ein Teil der Wahrheit aussagt, sagt der Inhalt was komplett anderes. Nehmt euch das zu Herzen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und es fühlt sich wie die Ruhe vor dem Sturm an. Tangle Bay hat seine Swarm-Node-Software mehrmals aktualisiert. Wenn ihr also eine Node habt oder haben wollt, könnt ihr diese mit Swarm nutzen und auf 2.5.6 updaten. Und wer jetzt denkt, eine Node zu haben ist cool, aber wie soll ich das machen? IOTA hat dafür extra eine Anleitung auf Deutsch gemacht, die man sicherlich in andere Sprachen auch automatisch übersetzen kann. Bleiben wir bei den Updates. Firefly 2.0 hat die Beta 4 erreicht. Neue Features gibt es keine. Dieses Update beschäftigt sich ausschließlich mit Filtern, Kleinigkeiten und Bugfixels. Man könnte daraus schließen, dass die stabile Version näher und näher kommt. Adam hat mit Zunaverse fünf verschiedene Transaktionen in eine Minute geschafft. Damit zeigt er, wie schnell Schimmer in Zukunft sein wird und wie großartig die Zusammenarbeit mit Firefly ist. Daraufhin hat sich Nicole gemeldet und gefragt, ob das Team Vorschläge für die Funktionalität der DeepLinks haben. Und gestern hat Nicole noch ihre Ziele für diese Woche gepostet. Nicole steht in Flammen. Denn auf Discord schreibt sie folgendes. Die Unterstützung nativer Token befindet sich in der Test- und Optimierungsphase. Die wichtigste und ausstehende Funktion ist die DeepLink-Unterstützung für native Token. Die Ledger-Unterstützung schreitet voran, aber am Frontend ist noch einiges zu tun. Die Beantragung von Schimmer, Staking nähert sich der Testphase und es sind hauptsächlich Optimierungen, Feinschliff und Randfälle zu behandeln. Die NFT-Entwicklung ist für eine Weile pausiert, während die Hälfte des Teams Mobile in Produktion bringt. Vision 2 Release 1 wird von der anderen Hälfte des Teams bearbeitet, um die App in einen veröffentlichungsfähigen Zustand zu bringen. Sobald die erste Version von Vision 2 veröffentlicht ist, werden wir die NFT-Support und so weiter vorantreiben. TanglePay verpasst seine Wallet ebenfalls ein Update 1.3.9. Das Update bereitet sich auf Schimmer vor. Mit dieser Vision ist die Beta da, um Schimmer auf der Wallet einzahlen zu können. Noch könnt ihr aber nichts einzahlen. Auch hier wurden weitere kleine Verbesserungen durchgeführt. Dieses Update verrät uns ebenfalls, dass der Release näher und näher rückt. Letztes Update macht Hornet mit der Beta 5. Wenn jemand die Beta benutzt, sollte dringend diese updaten. Für alle, die Probably Nothing diesen YouTube-Kanal hier unterstützen wollen, sei es MNFTs, Patreon oder mit einer IOTA-Spende, kann das nun auch mit einer YouTube-Mitgliedschaft machen. Mitglieder haben interessante Vorteile. Link in der Beschreibung. Eine riesige Nachricht kam am 11.8. raus und zwar von GoldStandard. Diese veröffentlichen auf ihrer Webseite einen Artikel mit der Überschrift GoldStandard und Partner beginnen mit der Arbeit zur Definition der Zukunft der digitalen Kohlenstoffmarktes. Die IOTA Foundation ist Partner von GoldStandard sowie ClimateCheck. Der IOTA Content Creator DAO hat mehrere interessante Artikel veröffentlicht, darunter ein Interview zwischen IOTA India und Kumar von der IOTA Foundation. Auch präsentieren sie einen kleinen Einblick ihrer Webseite. Hier werden sie Projekte getrackt und ihre Entwicklung. Es sieht gut aus und erleichtert wohl jedem die Übersicht über die vielen Projekte. Kim Jong Unwrecked hat auf Twitter eine interessante Liste von Blogdata gepostet. Auf dieser sieht man große Investoren und ihre größten Positionen in Kryptowährungen und seht mal alle genau hin, keiner investiert in Bitcoin und Ethereum. Dafür ziemlich viele in unbekannte Projekte, die niemand kennt. Und eines sticht er besonders raus. Hm, probably nothing. Amnesia Cash postet ebenfalls einen neuen Blogartikel über die eigene Verantwortung. Da Amnesia Cash ein neues Projekt ist, will der ein oder andere vielleicht mehr Informationen über sie haben. Deswegen kann er sich diesen kleinen Blogattrag zu Gemüte führen. Das Team versucht Vertrauen aufzubauen. Das Assembly Staking erreicht die 50%-Marke und verteilt bis dato über 183 Millionen ASMB. Es sind noch über 60 Tage Zeit, am Staking teilzunehmen. Soonlabs begrüßt einen neuen Entwickler und zwar keinen geringen als Ben Royce. Dieser wird am KYC und dem Social Media Modul arbeiten. Auch das Soon-Komitee bekommt Zuwachs und zwar von IOTA-Ben. Und vor einer Stunde haben sie noch einen neuen Blogartikel veröffentlicht, wo es um eben dieses Komitee geht, welches natürlich durch den Neuzugang aktualisiert wurde. Auch will das Komitee mehr Leute auf jeder Front rekrutieren. Auch zeigen sie einen neuen Vorgeschmack, was gerade entwickelt wird. Eine DEX, DEX Aggregator, Field Vault, DeFi Loan, Social Media, DID, KYC, NFT Authentication und mehr. Scilla gibt einen Einblick, wie IOTA ihre Datenbank nutzt. Für alle, die gerne wissen möchten, wie die Datensicherung und Chronicle funktioniert und wo die Vorteile von Scilla sind, können sich den Artikel und das Video auf ihrer Webseite angucken. Philo hat mit dem ganzen Governance-Team ein neues Schimmer-Governance-Framework vorgestellt. Das Ganze ist ein Manifest geworden und wird von mir in einem separaten Video behandelt, wo ich das Wesentliche zusammenfasse, falls gewünscht ist. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es wollt oder auch nicht. Stefan Braun hat sein großes Projekt Tangle PHP verfeinert. Er veröffentlicht eine neue Webseite und teilt sein Projekt in Kategorien auf, um den Überblick besser zu behalten. Wayne Brains, eigentlich bekannt für NFTs, schreiben auf Twitter, dass sie nun ein Social Media Plattform entwickeln möchten. Mal sehen, was es wird. Viele Informationen gibt es momentan noch nicht. Moon Vault hat am Wochenende einen Talk gehalten. Wer es verpasst hat, kann es nun auf Twitter anhören. Großbritannien und der Brexit schenkt IOTA eine Chance, da die Zölle seit dem Brexit explodiert sind. Deswegen haben sie ein neues System vorgestellt, wie man Zölle senken kann. Das DCTS, Developing Countries Trading Scheme, wird 2023 in Kraft treten und soll die Kosten um die 57 Millionen Pfund pro Jahr senken. IOTA hat mit Kenia gezeigt, wie gut das System funktioniert. Und das DCTS soll 65 Länder umfassen. Der ganze Artikel ist unten verlinkt. Dominik Schiener hat einen Link geteilt von einem von heute veröffentlichten Blogartikel mit der Überschrift Öffentliche Blockchains entwickeln sich iterativ weiter. Von allgemeinen Anwendungen zu spezifischen Szenarien. Welche öffentliche Blockchains werden sich in der nächsten Bullrunde durchsetzen? Von LD Capital. In diesem Artikel wird IOTA 2.0 und Assembly oft erwähnt. Im Zusammenhang, dass die erwähnten Blockchains bzw. der DLTs die Zukunft seien. Das war es mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten News. Macht's gut. Ciao, ciao. Willkommen zu einer neuen Folge Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und wer heute aufpasst und Mathe beherrscht, wird eins und eins zusammenzählen können und wir erfahren am Ende, wann Schimmer released wird. Antonio hat auf Twitter BeefRöst gefragt, warum genau sie IOTA gewählt haben und die Antwort war eine sehr interessante. IOTA ist einer der wenigen DLTs, die einen Fortschritt vorzeigen können. Für alle da draußen, die immer sagen, dass IOTA nie was macht und seit 2017 stehen geblieben ist, hier ist ein Projekt, das eben genau das Gegenteil behauptet. Ansonsten loben sie die Gebührenfreiheit. Bleiben wir kurz bei BeefRöst. Diese werden exklusiv 100 NFT-Karten verkaufen, mit denen man besondere Vorteile bekommt. Wer da Interesse hat, sollte dem Account folgen, damit er eine der Karten ergattern kann. Wann oder wie viel es kosten wird, ist noch nicht bekannt. Philancore GmbH veröffentlicht einen Blogpost mit dem Titel New Kids on the Block, wie man Datenintegrität mit Self-Soverane Identity SSI erreicht. IOTA wird nicht explizit erwähnt, aber Philancore verwendet IOTA. Auch das SSI-Verfahren ist uns durch IOTA auch bekannt. Hier geht es um die Implementation der SSI in der Landwirtschaft und dem allgemeinen Potenzial dieser Technologie. Am 24. August kam ein Paper der IOTA Foundation raus, Robustheit des Tangles 2.0 Konsenses. Zusammengefasst wird hier auf die Sicherheit Wert gelegt um sogenannte Bait & Switch Angriffe. Auch wird die experimentellen Ergebnisse der Geschwindigkeit gezeigt, die eine Bestätigungszeit von einer Sekunde erreichen. Zur Auflockerung der Themen kommen hier die obligatorischen Top 10, wo IOTA wieder gelandet ist. Platz 8 der Community auf CoinMarketCat, Platz 5 der meistgelesenen Artikel, öfters Artikel of the Day, dass ich es nicht mal mehr Screenshot mache. Immer wieder witzig, dass es immer noch Menschen aus ihren Höhlen rauskommen und auf einmal sagen, wo ist die Entwicklung bei IOTA? Oder IOTA wird doch von niemandem wahrgenommen. Man nennt das in der Medizin psychologische Projektion, einfach mal googeln und glücklicher leben, nicht alles ist schlecht. In diesem Zusammenhang vergesst nicht das Projekt hier zu unterstützen, mit einem Daumen nach oben, mit einem Abonnement, damit ihr keine News mehr verpasst und euch in eurem Leben entspannen könnt. Immer schön die Videos zu Ende und in voller Länge gucken, auch gern in Dauerschleife, damit der YouTube Algorithmus zerstört wird und IOTA von allen gesehen wird. Schaut euch ebenfalls die Super Saiyallums und die IOTA Nerds NFTs an, die Preise sind ja momentan günstig, um Projekte wie dieses hier zu unterstützen. Damit helft ihr mir sehr. Aber auch Patreon und eine YouTube Mitgliedschaft stehen offen, genauso wie IOTA Spenden. Genug gebettelt, DeFi tritt dem Touchpoint Programm von Assembly bei. DeFi hatten wir schon mal in einer früheren News Folge, das Team will DeFi zugänglicher machen und eine Low-Touch-Lösung bieten. Das Investieren soll damit leichter von der Hand gehen. Die Veröffentlichung wird mit dem dritten Quartal 2022 nach einem Seed-Runde gestartet. Ich bin schon gespannt, was man da einfacher machen könnte. Der ganze Artikel ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Bleiben wir bei dem Touchpoint Programm. Auch TanglePay ist nun dem Programm beigetreten. Ich dachte mir erstmal, hä? Erst jetzt? Ich dachte, die waren schon von Anfang an dabei, aber so kann man sich irren. Mittlerweile kennen alle TanglePay eine Wallet für IOTA, Schimmer und Assembly. Auf ihr kann man auch seine Token staken. Neue Einsichten gibt es bei der Benutzung der App. Laut Artikel benutzen TanglePay über 5000 Nutzer. Last but not least zur Assembly. Auch der Fans Together sind nun im Touchpoint Programm dabei. Ein neues Update zum Staking Event von Assembly gibt es natürlich auch dieses Mal. 336 Millionen Assembly wurden schon an allen Beteiligten ausgeschüttet. Es sind noch 55 Tage Zeit, um seine IOTAs in der Firefly App oder TanglePay App zu staken. Hashex, eine Kontrollinstanz, die DeFi-Plattform kontrolliert hat, nun angefangen, Schimmersee unter die Lupe zu nehmen. Das sind gute Nachrichten und sollten das Vertrauen und die Sicherheit der Plattform stärken. IOTA-B hat auf die Frage von Antonio, was man mit seinen Schimmer-Token machen wird, wenn sie verfügbar sind, geantwortet. Und die Antwort ist einfach richtig geil. Schimmer kaufen oder für IOTA verkaufen oder eben Rendite damit bekommen. Das Team steht also schon in den Startlöchern. Was würdet ihr denn mit euren Schimmer-Token machen, wenn Schimmer startet? Schreibt es in die Kommentare. Die Sommerpause ist bei der IOTA Foundation scheinbar vorbei, denn es gibt wieder Blog-Beiträge. Und in diesem Artikel geht es um das SUSE-Projekt oder SUSE-Projekt. Drei Hindernisse für eine weitverbreitete Einführung intelligenter elektronischer Energiezähler sind Kosten, Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Als Teil der Arbeit an skalierbaren Lösungen für eine zuverlässige und sichere Datenübertragung im Sensornetzwerken baut das SUSE-Projekt, ein kostengünstiges, drahtloses Kommunikationsmodul für Energiezähler als Nachrüstung für den Massenmarkt. Basierend auf einem Low-Power-Wide-Area-Network nutzt das Modul IOTA Streams, um die Vertraulichkeit und Authentizität der Zählerdaten zu gewährleisten und erfüllt damit die strengen deutschen Sicherheitsvorschriften. Die ersten 25 Testeinheiten werden verwendet, um den Proof-of-Concept des Produkts im Feld zu evaluieren. DIG-IT, ein Projekt für Digitalisierung von Bergbau, hat ein einstündiges Video auf YouTube veröffentlicht mit Michel Nati über die nachhaltige Infrastruktur. Tangle Swap wird ab September nach und nach alle ihre D-Apps veröffentlichen. Als erstes wird die Token Swap und Liquidity Pools Seite gezeigt, als zweites folgt dann die NFT und das NFT Staking und die nächsten Veröffentlichungen werden die Asteroid Farm Staking Fields und Investment Hub sein. Heute ist schon der 2. September und ich bin schon gespannt, wann es losgeht. Alles verdichtet sich langsam, dass Schimmer wirklich im September gelauncht wird. Das ist das erste Anzeichen. Ihr könnt gerne mitzählen, was noch kommt. Letzte Woche hat Schimmer ein großes Update bei GitHub gemerged, und zwar Tipp 32. GoSchimmer Vision 095 wurde am 31. August veröffentlicht und am 1. September wurde die Vision 096 veröffentlicht. Wer Mathematik beherrscht, wird feststellen, dass es noch 0,04 Versionen bis zu Schimmer dauert. Es sei denn, es wird mit Buchstaben oder weiteren Funktionen angefangen. Auch sieht man an den Releases und den Abständen, dass es nur noch um Bugfixes sind und keine großen Veröffentlichungen mehr gibt. Selbstverständlich heißt das aber auch, dass es morgen schon die Version 1.0 kommen kann. Doch das ist nicht alles. Wir kommen schon mal später auf die Spur. Erstmal geht es hier weiter mit den News. TangleHub verkündet, dass mit PipeData die ersten Daten verschickt und gespeichert wurden. PipeData wurde in der letzten Folge vorgestellt. Was das genau bedeutet und was sich da genau für Möglichkeiten sich ergeben, erschließen sich mir noch nicht. Firefly Mobile App wurde aktualisiert. Diese beinhalten nun auch alle Änderungen von der Desktop Version 1.6.5. Außerdem Staking Support. Ein weiterer Hinweis für den Schimmer Release. Denn nach Angaben der Entwickler wird die Mobile App vor dem Release fertig sein. Die 8% Schimmerinflation wird Stand heute nicht sofort und nicht mit dem Release vollzogen. Das hat Dom in Discord bekannt gegeben. Dieser Schritt wird wie folgt begründet. Man könnte so schimmerschnell releasen und später den Supply erhöhen. Man muss sich die Entwicklung jetzt nicht schwieriger machen, als es ohnehin schon ist. Die Nachricht wurde von vielen als positiv aufgenommen. Am 1. September wurde noch ein Artikel von der IOTA Foundation veröffentlicht. Und zwar ein großer Bomber. Die Europäische Kommission hat das Gutachten über den Schutz des E-Commerce Ökosystems abgeschlossen. Man ist sich einig, dass das Projekt, das im Juni endete, alle erwarteten Ergebnisse erfolgreich erreicht hat. Die Prüfer sind der Meinung, dass die von der IOTA Foundation mit den Projektpartnern entwickelte Arbeit den Weg für die zukünftige Einführung dezentraler Identifikatoren im Identitätsbereich ebnen wird. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und jetzt kann man das Puzzle ein bisschen weiter spinnen. IOTA ist nun für die Sicherheit im E-Commerce gut aufgestellt. Dazu kommt noch der Login mit IOTA. Und die letzte Komponente der Dreifaltigkeit ist das Zahlen mit oder eben über IOTA. Das ganze Internet ist gefühlt mit IOTA nun möglich zu realisieren. Dass die EU hier so ein positives Urteil fällt, ist grandios. Timson Labs hat auch ein Update 1.3.0 veröffentlicht. Statistiken der Node, wie das Anzeigen der momentan benutzten Node und ein paar Bugfixes wurden hier eingeführt. Kommen wir nun zu den letzten News für diese Folge. Oben hatten wir schon gesehen, dass Schimmer kurz davor ist, released zu werden. Und nun überschlagen sich die Ereignisse. Der Twitter-Account von Schimmer, Firefly und GoHornet drehen durch. Entweder freuen sich alle oder sie haben alle mittlerweile den Verstand verloren. Dom twittert, dass das heute nicht passieren wird, aber sie bereiten alles für den Launch vor. Es wird sogar bald Ethers geben, na wenn das mal nicht in die Hose gehen wird. Doch dann kam die Wendung. Chris Müller fand das bei Discord. Was wäre wenn? Leute, es ist bald soweit. Ich freue mich wahnsinnig, endlich all diese Tokens irgendwann reinzustecken, hin und her zu wechseln. Einfach das machen, was man schon bei anderen Projekten machen kann. Nur günstiger und eben besser. Danke für das Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Willkommen zur neuen Folge. Probably Nothing, den IOTA News von dem ganzen Monat September. Ich bin Alexander, war wohl zu lange im Urlaub und wir haben echt eine Menge nachzuholen. Los geht's. Die Länge des Videos spiegelt in keiner Weise den Fortschritt von IOTA und der Entwicklung von hier erwähnten Projekten. Anfang des Monats kam eine super Nachricht von AK Deutschland raus. Das ist eine Tochter der ADECO Group und Partner eines Formula 1 Rennstalls, einem Aktienunternehmen in Zürich. Laut eigener Angaben entwickelt AK in Tokenisation, Smart Contracts, Identity und Streams der IOTA Bereiche. Auch die Integration in ein bestehendes Projekt wird momentan durchgeführt. Hier wurde das Projekt Chain to Bike genommen. Ziel des gemeinsamen Projekts ist es mittels DLT die Dokumentation und die Sicherstellung von Eigentumsverhältnissen für E-Bikes oder sonstigen Fahrzeugen zu gewährleisten, sowie die Manipulation vorzubeugen. Holger Köter ist jetzt auch im Beirat von IOTA und außerdem präsentiert ein neues Startup, Stealth. Aber auch Regine Haschka-Helmer ist in diesem neuen Startup involviert. Am 22.09. hat Holger dann noch einen Tweet gesendet, der recht interessant war. Findige Detektive haben sofort angefangen zu suchen, was es mit diesem Bild auf sich hat. Und scheinbar ist das Space 5. Bestätigt ist es aber nicht. Moonvolt hat Anfang des Monats ein Twitter Space gestartet, mit Shimmer C, Tangle Hub und ICCD als Gäste. Das ganze Gespräch könnte nun auf YouTube anhören. Auch Soonlabs war diesen Monat fleißig, das Team hat eine Menge an Nachrichten geliefert. Als erstes wird das große angekündigte Sooniverse Update Anfang des Monats released. Wer also schon eine lange Zeit nicht mehr auf der Seite war, wird das Äußere kaum erkennen. Wer alle Updates auf 6 Seiten lesen will, kann das im Dokument tun. Wie immer in der Beschreibung verlinkt. Weiter geht es mit NFT auf Sooniverse. Jeder weiß, dass es momentan eher zentral auf der Plattform geht. Das wird sich aber mit Shimmer ändern. Man kann ab dem ersten Tag von Shimmer seine ganzen NFT Sammlung auf Shimmer prägen. Adam hat dafür ein tolles Video als Beispiel gezeigt. Auch das Trading mit Shimmer und Miota wird ab dem ersten Tag von Shimmer möglich sein. Für alle die ihre eigenen Token erstellen wollen, müssen sich noch die KYC Instruktion durchlesen und beachten. Freitag hat Adam dann noch ein Video auf Twitter geteilt, welches die Schnelligkeit und Vereinfachung zeigt, wie simpel es mit dem Release von Shimmer seine NFT Collection dezentral zu machen. Aber was folgt als nächstes auf Sooniverse? Das hat das Team auch am 26.09. in einem Blogbeitrag verraten. Zuerst kommt ein weiteres Update, das 0.14, welches Fehler korrigiert und keine Verbesserung mit sich bringt. Mit dem Release von Shimmer wird Sooniverse für 1-2 Stunden offline sein. Danach folgen folgende Features. Token Airdrop, Token Launchpad, XP werden natives Token sein, mit allen den gleichen Vorteilen und Funktionen wie Sperrfristen. Das Handeln von Soon und anderen Token wird auch möglich sein. Als letzte aufgezählte Funktion soll das Soon Staking werden. Für Details könnt ihr gerne den ganzen Artikel lesen, mehr Informationen zum Staking werden mit der Zeit nachgereicht. Du magst Probably Nothing, du bist der gleichen Meinung, dass IOTA sich kaum entwickelt und regst dich nur auf, weil es der grösste Scam ist? Wie wäre es dann mit der Unterstützung dieses Kanals und meiner Arbeit? Du hast zu viele IOTA? Dann spende und unterstütze meine Arbeit. Zückt dein Mobile Firefly oder Tangle Pay App und probiert die Sendenfunktion aus. Ich warte auch. Du bist von den neuesten Soonerverse Nachrichten so begeistert und willst ein NFT kaufen? Wie wäre es mit dem Super Cylums? Es gibt nur noch 19 Stück? Oder wie klingen die IOTA Nerds für dich? Das alles macht dich nicht glücklich. Und du musst deine Onyomanie weiter befriedigen? Dann tritt dem Patreon und oder dem YouTube Member Club bei und zeige offiziell, dass du IOTA und die ganze Entwicklung feierst. IOTAbee twittert, dass man endlich den ersten Token Swap vollziehen kann und ich habe es probiert. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann das gerne nachholen. Ab dem 19.09. können wohl alle nun Token Swap auf IOTAbee benutzen. Mit dem Release von Shimmer werden viele DeFi Plattformen starten und die IOTA Foundation ermöglicht deswegen der Community die Chance, sich für dieses Thema zu bilden. Dafür haben sie Bankless Consulting eingeladen, um in mehreren Videos verschiedene Themen abzuarbeiten. Im ersten Kurs geht es um die Wallets und die Interaktion mit DeFi. Der zweite Kurs beschäftigt sich mit den Token Swaps Dex vs. Sechs. Die dritte Episode handelt um die DeFi Lending und Borrowing. Kommen wir zu TanglePay. Das Team war ebenfalls sehr fleißig. Auf IOTAbee könnt ihr eure Wallet verknüpfen und IOTA traden. Das könnt ihr ebenfalls in meinem Video zu IOTAbee angucken. Auch wurde die Sicherheitsprüfung bei TanglePay von 30k durchgeführt. Man kann nun wirklich nicht mehr behaupten, dass man TanglePay nicht benutzen sollte. Außerdem kann man bald seine Schimmer in der App beanspruchen. Auch könnte die App auf Version 1.4.3 updaten. Bleiben wir bei den Wallets und gehen zu Firefly. Auch hier gibt es unglaublichen Progress. So hat das Team Anfang des Monats geschrieben, was mit dem Schimmer Launch alles mit der Firefly Wallet machbar wird. Mit dem Update kann man dann die Schimmer Token beanspruchen, auch andere native Token verwalten, Mikrotransaktionen vollziehen, Verfallszeiten in Transaktionen einfügen und es wird ein Legend Nano Support geben. Ein paar Tage später erschien dann offiziell die Firefly Mobile App auf Android und IOS. Dann veröffentlichten sie auch eine Firefly Update für den September auf GitHub. Hier beschreiben sie die nächsten Schritte. Die Vorbereitung auf Schimmer und die Angleichung an die Desktop Version. Eine schöne Besonderheit in der Zukunft wird es sein, nahtlos aus Firefly IOTA Token kaufen zu können. In dem Sinne wurde auch die neue Firefly Website gestartet, um die mobile Anwendung besser zu präsentieren. Unter firefly.iota.org könnt ihr sie nun bewundern. Zur Lockerung verlassen wir IOTA und Schimmer und widmen uns Assembly zu. Kleine Info zum Staking, das Event läuft immer noch, bis heute, dem 27.09. wurden knapp 579 Millionen Assembly ausgeschüttet. Auch landet der Assembly Artikel mit dem Defile Project in die Top 5 der meistgelesenen Artikel auf CoinMarketCap. Zurück zu den Projekten. Silicon Droid Inc., die Firma, die Smartwatchers mit IOTA-Integration herstellt, haben bald neue Geräte zum Verkauf. Wer den Interesse hat, die Uhr kostet 92 Euro und sind bald wieder erhältlich. Bisgen veröffentlicht ein Artikel, wie sie IOTA in ihren Falkor-Plattform integrieren. Die Falkor-Plattform dient als austauschsensibler Daten. Momentan kann die API auf den Tangle schreiben, lesen und überschreiben. Mehr wissen wir noch nicht. Wer nicht nur reden, sondern auch programmieren will und das Ökosystem bereichern möchte, kann gerne die Tutorials von Kumar angucken. In vielen kleinen Videos erklärt er, wie ihr Schimmer einfach integrieren könnt. Zum Beispiel ein Account erstellen, die Ballons aus eurer Wallet ausgeben. Erinnert euch an Omoku? Da könnte man früher IOTA kaufen. Das Team kommt unter einem neuen Namen wieder zurück, Viviswap. Dann könnt ihr wieder Krypto und darunter auch IOTA wieder von eurem Bankkonto kaufen. Auch wird das KYC-freie Transaktionen geben. Wie das gehen soll mit der neuen EU-Regelung, bin ich gespannt. Die ersten NFT-Projekte laufen zu IOTA über. Rain Brains ist eines davon. Die Nachricht, dass es sich um das medizinische Softwareunternehmen gehandelt hat, ist falsch. Es sind NFT. Dennoch ist es schön zu sehen, dass diese Projekte rüber wechseln. Was haben 1.917 Dokumente, 2.778 Comets, 107.572 Entzufügungen und 82.151 Löschungen gemeinsam? Genau, ein neuer Blogpost von Shimmer und den Release von Smart Contracts in Version 0.3.0. Mit der neuen Version ist das Framework mit dem Shimmer-Netzwerk kompatibel. Sobald das IOTA Mainnet auf Stardust aufgerüstet ist, wird es auch mit IOTA kompatibel sein. Mit neuen Funktionen wie dem gesamten Spektrum der Startup-Sledger-Unterstützung, erweiterte EVM-Unterstützung, verbesserte Zuverlässigkeit, Wiederherstellbarkeit, verbessertem Tooling, Gasunterstützung und vielen anderen Verbesserungen starten die Smart Contracts durch. Erinnert euch an Loyal, das IOTA Projekt mit den Stempelkarten? Die App gibt es ja schon seit geraumer Zeit und nun steigt das Team ins NFT-Geschäft ein. Sie wollen hier mehr Anwendungsfälle bringen als Notbilder. Eine ganz große Entwicklung kam am 13.09. an die Öffentlichkeit und betrifft die IOTA Foundation als Stiftung selber. Schon vor langer Zeit hat Dom angekündigt, IOTA auch in der Schweiz als Stiftung einzutragen, da in der Schweiz Stiftungen mehr Möglichkeiten haben, beispielsweise mit Werbung umzugehen. Das ist nun am 08.09.2022 endlich passiert unter dem Namen Verein Tengel Ökosystem. Auch hier handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation mit dem Fokus zur Stärkung und Unterstützung des IOTA Ökosystems, den Technologien sowie Applikationen. Herzlichen Glückwunsch an Dom und das ganze Team. Entspannen wir uns wieder ein bisschen mit ein paar Top-Platzierungen im Cryptospace. Da haben wir zuerst Platz 1 mit den höchsten Klickzahlen, Platz 7 mit dem meisten Engagement und eine Woche später Platz 10 mit dem meisten Engagement und Platz 5 bei den meist bullischen Trends auf doonresearch.net auf der FTX-Plattform. Mit der Eintragung in der Schweiz kann man nun auch Marketing betreiben und Dom hat auf Twitter gefragt, was man denn jetzt alles machen kann. Es kamen viele Einsendungen, gute, schlechte, interessante, aber nur eine, die ich selber richtig gut finde und zwar mehr Entwickler engagieren. Den Vorschlag könnt ihr auf der offiziellen Seite govern.iota.org nachlesen oder die vielen Tweets. CoinGecko hat auf seiner Website Schimmer gelistet, momentan nur als Preview only. Gerne könnt ihr euch dort anmelden und einen Stern verpassen. Mit knapp 400 Sternen ist das ja kein großer Erfolg, der uns bevorsteht. Ein großer Erfolg feiert auch der ICCD. Diese sind nun offiziell eine Non-Profit Corporation auf den Marshall Islands. Das war vor einigen Monaten ein Vorschlag, welcher mit der Community angenommen wurde. Mitte des Monats hat die IOTO Foundation ihre Roadmap aktualisiert, dieses unter roadmap.iota.org zu finden. Ein neues Projekt begrüßt das Touchpoint-Programm auf Schimmer und zwar Jungle Race. Hierbei geht es um ein Mario Kart ähnliches Spiel, mit dem man auch Kryptowährungen verdienen kann. Aber es soll nicht nur ein Spiel sein, sondern auch eine Plattform für zukünftige Entwickler, die ein Arsenal an Tools bekommen. Ich freue mich schon das Spiel zu probieren. Gold Standard veröffentlicht einen Artikel, wo sie eine Erstellung von digitalen Token für CO2-Zertifikate veröffentlichen wollen. Gold Standard arbeitet eng mit Climate Check und IOTA zusammen. Jetzt heißt es warten, bis der Vorschlag akzeptiert oder abgelehnt wird. Audit One, ein Prüfungsunternehmen für Smart Contracts, NFT und andere Web3-Produkte, ist nun ebenfalls Partner des Schimmernetzwerks. Beispielsweise wird Schimmer C, Beefrest und Stealth Project von Audit One geprüft. Matt meldet sich auf Discord zu Alvarium und dem Verkehrsprojekt in Austin, Texas zu Wort. Bei beiden bejaht er, dass die Projekte leben und sehr aktiv sind, auch wenn es durch andere Partner nicht so oft kommuniziert und aktualisiert wird. Der letzte Satz von der Alvarium-Nachricht macht richtig Lust auf mehr. Einer der größten Konglomerate hat sich's angeguckt und hat positiv reagiert. Kobold auf Twitter hat etwas Neues von R3, dem Verkehrsprojekt hier in Deutschland gefunden. So soll am 29.09. die ersten Tests laufen. Das Programm ist wohl fertig und man kann sich nun anmelden. Es wird eine Smart City Leitstelle veröffentlicht, ein Use Case in Waren und Lieferverkehr gezeigt und intelligente Leitpfosten präsentiert. Letzteres kann man sogar schon jetzt als Bild sehen. Am 16.09. veröffentlicht Schimmer einen Blogartikel mit dem Testnet-Launch für die Smart Contracts. Das heißt, alle die Smart Contracts auf Schimmer probieren möchten, können das jetzt tun. Dass IOTA keinen Fortschritt hat, zeigt auch der folgende Fall. Am 11. September veröffentlichte die Toshiba Limited in Bristol ein Paper Das Paper liest sich wie Butter, wenn man die Zusammenfassung liest. Diese Entwicklungen positionieren IOTA Tangle weiterhin als äußerst attraktive DLT für die IoT-Industrie. Narwin hat darauf Folgendes getwittert. Dass es erschreckend sei, wie schnell sich das Protokoll entwickelt hat und dass viele Komponenten nicht mehr aktuell oder schon verbessert wurden. Da sieht man es wieder. Keine Entwicklung, nur Rückschritte nach vorn. Türkiyeye Merhaba Erkin Sahinez erklärt wohl in über 20 Minuten IOTA. Ich kann nicht viel über den Inhalt sagen, hoffe aber, dass die türkischen Zuschauer hier auf ihre Information kommen. Timson Labs hat wieder ein großes Vorhaben gestartet. Er, IOTA Read und Infiota möchten alle Exchanges finden, die Schimmerlisten wollen oder schon haben. Falls ihr also in freier Wildbahn Schimmer gesehen habt, meldet euch bei den dreien und unterstützt so die Community. Pipe, das Projekt von TangleHub, hat nun eine Website. Pipe bietet dezentralisierte Datenspeicherung und Übertragung. Roadmap, Lightpaper oder Informationen zu den Pipe-Token folgen aber noch. Gestern hat Pipe noch einen Artikel veröffentlicht, welcher in der Beschreibung verlinkt ist. Kommen wir zu Shimmersee. Diese wurden von HashEx geprüft, einem Unternehmen, welcher für Sicherheit in Blockchain und DeFi-Sektoren bekannt ist. Was genau rausgekommen ist, habe ich leider nicht rausgefunden, aber bei einer Prüfung wird es nicht bleiben. Denn diese Woche hat Shimmersee bekannt gegeben, dass sie eine weitere Prüfung starten werden und sogar ein Bug-Bounty-Programm. Diesmal wird die Prüfung von AuditOne durchgeführt. Der DeFi-Sektor explodiert. Mit dem Start von Shimmer werden wir so viel Auswahl haben, dass es schon erschreckend ist. Und da wir hier nicht genug bekommen können, begrüßen wir Deeper, ein weiteres DeFi-Projekt auf Shimmer. Das Ganze wurde von Nekamalabs entwickelt. Bifrost hat auf ihrer Webseite die Dokumentation, das White Paper und User Paper hinzugefügt. Nun kann man besser das Projekt verstehen. Das war eine der Sachen in der Community, die nachgereicht wurde. Kommen wir zu schlechten Nachrichten. Ja, die gibt es ja auch bei Yota. Kamilabs schließt seine Pforten. Als Grund werden eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren aufgezählt. Cake, Ripple, Luna, Celsius. Das geschreie der Community ist selbstverständlich groß, da hier Geld und Projekte einfach so wegfallen. Doch laut Aussagen wird Inspired wohl in den nächsten Monaten einiges an Informationen raushauen und vielleicht das ein oder andere Projekt retten. Dom hat offiziell eine TA-Weissagung auf Twitter veröffentlicht. Demnach steigt Shimmer auf 1,33 Dollar an. Resonate Finance sagt Unterstützung für Yota und Shimmer zu. Das twittert ebenfalls Dominik am 25. September. Revest will neuen Projekten das Yota-Protokoll anbieten, da sie davon sehr begeistert sind. Weitere Ankündigungen werden später folgen. Das Revest-Protokoll bietet mit dem Financial Non-Fungible Token oder auf FNFT eine neue Nutzung von NFTs als Finanzinstrument ein. Der gute Moandelo hat ein neues Patent entdeckt. Das Ganze wurde von Hitachi Transport Systems eingerichtet und soll eine transparente Verteilung bei dem Standort eines Gepäcks zwischen Gepäckeigentümer und Verteilern geteilt werden. Was man ganz deutlich auf der Abbildung sehen kann. Dass Yota die letzten paar Tage so viel Zuspruch und kostenlose Werbung findet, ist kein Einzelfall. Krypto-Chefs erzählen in ihrem neuen Video über Yota und zeigen ihre Community, was Yota so kann. Das gleiche mit MSN.com. Diese veröffentlichen einen Artikel mit der Überschrift Munas and Shakers. US-Dollar drückt die Märkte, aber Kryptowährungen halten durch. Yota steigt aufgrund neuer Token-Nachrichten an. Das pusht uns nach vorn. Tangle Labs hat den Identity Manager veröffentlicht. Das Ganze könnte nun auf GitHub finden. Aber Vorsicht, laut Disclaimer ist das nur eine Alpha Release und wurde nicht kontrolliert. Als vorletzte Nachricht hat Bitforex einen kryptischen Tweet verfasst. Was kann es nur bedeuten? Und als letzte Nachricht. Wer hätte es gedacht, folgen die obligatorischen Updates auf den Discord zu Protokollen etc. Die Firefly Stardust Beta erschien in Version 6, 7 und 8. Das wäre jetzt die aktuellste Beta. Hornet hat die Version 2.0 Beta 8 und 9 erreicht. Danke für das Zuschauen. Ich werde wohl nie wieder Urlaub machen, denn ich weiß, dass es so viel auf mich zukommt. Und bis zur nächsten Folge. Ihr seid ja immer noch da. Ist etwas passiert? Ich denke nicht. Ah ja, stimmt. Dom twittert noch in der letzten Minute, dass fool.com und you.today von Ayota schreiben. Richtig viel Aufmerksamkeit. Aber warum nur? Ich kann es mir einfach nicht erklären, warum Ayota jetzt so trendet. Willkommen zu einer neuen Folge Probably Nothing, den Ayota News der letzten Wochen. Ich bin Alexander und hoffe, ihr habt Shimmer die letzten Tage genauso gefeiert wie ich. Stunovirus hat eine Sicherheitsaudit durchgeführt und diese selbstverständlich bestanden. Durchgeführt wurde das Ganze durch die AEC in Polen. Dabei wurde Wert auf die Shimmer Builds gelegt. Letzte Woche wurde endlich Shimmer released und mit Shimmer auch die neue Wallet Firefly Shimmer für Mac und Windows. Der Aufbau der Wallet gleicht dem normalen Firefly Wallet. Somit sollte der größte Teil der Community keine Probleme haben. Mit dieser Version könnt ihr eure Shimmer beanspruchen, Shimmer hin und her schicken und ich sag mal Haltbarkeitsdatum und Layer 1 Token beispielsweise selber erstellen oder auf Suniverse handeln, aber auch Mikrotransaktionen sind möglich. Gleichzeitig gibt es einen Tangle Pay Update 144, welches nun Shimmer unterstützt. Jetzt wo alles auf Shimmer getrimmt ist, fragt ihr sich, wo kann ich Shimmer kaufen? Dafür habt ihr momentan einige Möglichkeiten. Da gibt es Suniverse, IOTAB, Bitfinex und Bitforex. Am gleichen Tag wie der Release von Shimmer hat die IOTA Foundation einen Blogbeitrag veröffentlicht, wie man seine Shimmer Tokens beanspruchen kann. Dafür habe ich auch auf iota-kurs.de den Artikel wie immer auf Deutsch bereitgestellt. Der Vorgang, um die Shimmer Token zu kleben, ist super einfach und passiert in wenigen Sekunden, wenn man die Backup-Datei der Firefly Wallet benutzt. Nasdaq.com hat einen Artikel über den Release von Shimmer gepostet. Der Artikel ist recht klein gehalten und behandelt nur, warum IOTA im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen steigt, was Shimmer zu verdanken war. Bitforex bietet seit Anfang an, Shimmer zu kaufen und zu traden. Wer sich bei Bitforex registrieren will, kann gerne meinen Link benutzen und diesen Kanal indirekt unterstützen. Gebt einfach bei dem Registrierungsprozess folgende Kombination ein und das war's auch schon. Es gibt auch einen neuen einsteigerfreundlichen Artikel von Bitforex, was IOTA ist und sogar wissenswertes zu Shimmer-Netzwerk. Auch IOTA-B explodiert seit dem Release des Pools. Mittlerweile kann man auch Miota und Soon handeln. Auch der TVL steigt ordentlich an, was ein gutes Zeichen ist. Auf Reddit gibt es eine interessante Anfrage, dass Dom und Charles Hoskins, dem Cardano-Erfinder, debattieren sollen. Charles hat knapp eine Million Follower auf Twitter. Dom war von dem Vorschlag begeistern und lädt gleich Hans ein. Mal sehen, ob das Gespräch aufgezeichnet und schöne Früchte tragen wird. Auch YouToday berichtete darüber. Pipe veröffentlicht einen Artikel, wo sie die Datenspeicherung mit IOTA vergleichen. Pipe soll dabei schneller, günstiger und effizienter sein. Deeper geht eine Partnerschaft mit Shimmer C ein. Dazu veröffentlichten sie einen Medium-Artikel. Damit wird Deeper-Token auf Shimmer C mit einer der ersten handelbar sein. Weitere Informationen dazu sollen folgen. Endlich gibt es mehr Informationen zu Spice5, dem neuen Unternehmen von Holger. Spice5 hat einen Medium-Artikel veröffentlicht. Hive Road schließt sich mit Spice zusammen. Der Zusammenschluss rührt von der alten Information her, dass die IOTA Foundation viele Bereiche ausgegliedert hat, damit diese eigenständig werden. Damit ist Spice ein Spin-Off des Marktanpassungsteams der IOTA Foundation. Geleitet wird es von ehemaligen Executive Director of Market Adoption der Stiftung Holger Köther, Executive Director of Strategy Regina Haschka-Helmer und IOTA Community-Mitglied Unternehmer und Gründer von Hive Road, Kimo Nomisto. Am gleichen Tag gab es einen weiteren Artikel. In diesem beschreiben sie, was genau das Unternehmen ausmacht. So bietet Spice5, DLT, Blockchain und Web3 Infrastruktur, sicheren Datenaustausch und digitale Identität als Service an. In den kommenden Wochen wollen sie das erste Portfolio vorstellen. In crypto.com, ein großes Nachrichtenportal, postet einen Artikel über den Launch von Shimmer. Auch coindesk.com veröffentlicht einen Artikel über den Shimmer Launch. Ihr habt die Shimmer Launch Party verpasst? Kein Problem, ihr könnt das Ganze jetzt auf YouTube nachgucken. Society2 kennen wir schon sehr lange, aber nun gesellt sich eine weitere Social Media Plattform, die sich auf Basis von IOTA und Shimmer etablieren will. Everything. Laut eigener Aussage hat das Team das ganze Jahr gearbeitet, um uns bald etwas zeigen zu können. Es wird vor allem Twitter, Facebook ähnliches Ding sein. Am 30.09. veröffentlicht Shimmer einen weiteren Artikel, wo es um IOTA Identity geht. Dieses kommt auf den ersten Layer. Im Genauen geht es um die Datenspeicherung im Ledger. Wenn momentan für die DID eine Permanode benötigt wird, die viele Ressourcen frisst, wird es möglich sein, ein DID direkt im Ledger-Status zu speichern. Dabei ist die UTXO-Methode hier der Favorit. Das heißt aber auch, dass die Speicherung im Ledger eine Kaution braucht und diese wird entweder mit IOTA oder Shimmer bezahlt. IOTA B macht mit seinen Bildungsoffensive weiter und veröffentlicht einen Medium-Artikel, wo sie erklären, was die APR ist. Für alle, die nicht wissen, was die APR steht, es ist die Annual Perventage Rate, auf Deutsch der jährliche Prozentsatz. Wer dazu mehr wissen möchte, sollte sich den Artikel durchlesen. Für alle, die sich fragen, wann endlich Shimmer EVM kommt, dazu hat Dom am 30.09. ein kleines Statement abgegeben und zwar in den nächsten paar Wochen. Bitforex entwickelt sich mittlerweile auch zum IOTA-Liebling. Bitforex listet nicht nur IOTA, Shimmer, sondern auch Soon, dem Token von Soonerverse. Seit dem 11.10. kann jeder bei Bitforex nun Soon traden. Man muss dazu auch sagen, dass das ein wirklich guter Schritt ist. Auch so einen im Vergleich zu anderen einen kleinen Token für das Training aufzunehmen, ist richtig mutig und recht fortschrittlich. Ein kleines Update gibt es bei Timson Labs und FIOBEX. Nun könnt ihr die Webseite mit dem Wallet schneller erreichen durch eine neue URL, das ist die FIOBEX.com und es wurde eine weitere Cold Wallet von Binance hinzugefügt. Das erste NFT-Magazin von IOTA-Read ist veröffentlicht. Dafür müsst ihr WAPU's Hashtag 4229 auf Discord anschreiben und ein Magazin kaufen, entweder für 49 Mi als reines digitales Magazin oder für 99 Mi sogar als Print. Eine coole Idee, NFTs außerhalb von Bildern zu benutzen. Wer visuell richtig begeistert werden will, kriegt mit einem kleinen Film von der She-Universe-Saga was ordentlich geboten. Der Film ist gespickt mit kleinen Anspringen zu Projekten, der Film macht Lust auf mehr. In den letzten Folgen gab es die ersten Videos zum DeFi-Lehrgang mit Bankless Consulting. Jetzt gibt es wieder Nachschub mit Video Nummer 4. In diesem Video geht es um die verschiedenen Strategien und Risiken im Farming-Bereich. In der letzten Folge hat Soonlabs eine große Neuerung angekündigt, dem Staking der Soon-Token. Jetzt gibt es die ersten Informationen dazu in einem Medium-Artikel. Der Vorteil von Staking der Soon-Tokens soll in der Gemeinschaft liegen, also beispielsweise spezieller Zugang, Abzeichen, Belohnungen und Erträge natürlich. Aber auch das Senken der Gebühren ist möglich für die Service-Module. Es ist sogar von völliger Gebührenfreiheit die Rede, wenn man genug staked. Und das Beste ist, die Token bleiben in der Wallet der Benutzer. Bleiben wir bei Soonlabs. Adam hat das neue Update vorgestellt, welches schon eingespielt ist. Hier wird der größte Wunsch der Community erfüllt, die Übersicht für das Trading ist überarbeitet worden. Und gestern wurde auch das Trading und Bitforex für Soon eröffnet. Herzlichen Glückwunsch! Kommen wir zu den Wallets. Es gibt wieder viele Updates. TanglePay gibt es jetzt in der Version 1.4.5. Hier wurde ein großes Problem auf dem ersten Ehe behoben. Dieses Update ist Pflicht. Und die Fifly Mobile Wallet bekommt auch ein Update 1.01. Hier gibt es aber nur kleine Bugfixes. IOTA veröffentlicht am 05.10. ein neues Paper über den Tangle 2.0. Auf 36 Seiten wird hier höchstmathematisch die Vorzüge des Tangle erklärt. In einer der ersten Folgen von Probably Nothing hat HiFi DeFi ein Steam-ähnliches Projekt über IOTA geschrieben. Seitdem war es eine große Fantasie, dass Gaming auf der IOTA-Plattform laufen würde. Jetzt tritt HiFi Gaming Society den Patchpoint-Programm von Assembly by. Shimasi gibt bekannt, dass sie ein Training-Decks starten. Das Ziel ist es, das System zu testen. Gleichzeitig kann die Community sich mit der Plattform vertraut machen. Alle, die ein Lumi, IOTA-Bot, Sunabot oder IOTA-Ape besitzen, können die Plattform testen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Am 07.10. veranstaltete Porsche Digital auf Meetup mit Regine, Holger, Porsche Digital und Servrox ein Meetup. Der Vortrag ist jetzt auf YouTube verfügbar. Der Link ist in der Beschreibung. IOTA Experience Weekend stellt ebenfalls auf YouTube ihr Meetup zur Verfügung. Wer mehr über Shimasi, ApeDAO, TanglePay, IMCity und MoonMorons wissen will, wie alles funktioniert, Fragen und Antworten, da sollte sich dieses Video ganz genau angucken. Nebenbei ist ein Shim-Artikel auf Platz 5 von CMC gelandet, bei den meistgelesenen Artikeln. Ein sehr wichtiger Punkt für alle, die sich für IOTA und Shimma interessieren, ist der neue Vorschlag auf govern.iota.org. Dort geht es um den Shimma Community Zuschussvergabe an Projekte, um diese finanziell zu unterstützen. Auch hier wieder der Aufruf, sich zu beteiligen, abzustimmen und auch dort sich zu beschweren. Mit 148 Stimmen ist das wieder ein sehr schwaches Ergebnis. Auch ein neues Kuma-Entwickler-Video ist am Start, diesmal Outputs mit JavaScript. Assembly veröffentlicht ein Update zu Staking. Mittlerweile sind über 844 Millionen ASMB verteilt und ihr könnt noch knapp 15 Tage an diesem Event teilhaben. Onomi Protocol, eine Multi-Chain-DeFi, wird bei Touchpoint aufgenommen. Dafür gab es einen Blog-Artikel auf dem Schimmer-Blog. Und last but not least, Bifrost veröffentlicht seine Wallet für Telegram in der Alpha 2.0. Ihr könnt diese nun gerne probieren. Das war's mit dieser Folge. Danke für das Zuschauen, für das Liken und Teilen. Seit dem Schimmer-Launch explodiert der Space förmlich und das merkt man an den vielen Updates, den vielen neuen Projekten. Auch im riesen Bärenmarkt, denke ich, hat Schimmer deutlich stärker gezeigt. Und dabei hat Schimmer ja nicht mal sein ganzes Potenzial gezeigt. Ich bin sehr zuversichtlich und bis zur nächsten Folge. Willkommen zurück zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander, habe endlich zu und schimmer nachgekauft und warte jetzt auf gute Gelegenheiten, diese auszugeben. Den Anfang macht Siemens und die Aufrufe für neue Ideen, den Fußabdruck mit CO2 zu senken. Dabei soll alles nachhaltig sein. So sollen einige Fragen beantwortet werden, beispielsweise wie man solchen Investoren zeigen kann, wie nachhaltig ein Projekt ist oder eben Projekte zu tokenisieren. Es gibt in diesem Aufruf von Siemens nicht direkt um IOTA, aber man kann ja Vorschläge aufgrund von IOTA einreichen. Immerhin gibt es Geldpreise von 10.000 Euro. Also ran an den Computer und hilf Siemens zu verstehen, dass IOTA ihre Probleme lösen kann auf allen Ebenen. Dom twittert einen interessanten Tweet. Toshiba Europe erforscht P2P Energie auf Basis von IOTA. So kann das Erzeugern von Microgrinds im Durchschnitt einen Vorteil von 166% und den Verbrauchern im Netz gekoppelten Szenario einen Vorteil von 6,3% pro gehandelte Wattstunde bringen. Darüber hinaus wird von einer hohen Effizienz geredet, da Energie besser verteilt wird. Bleiben wir auch kurz bei Papern. Moandelo fand ein neues Patent, wo IOTA erwähnt wird. Das Ganze wurde von Intel eingereicht und beschreibt die Leistungssteuerungsmechanismen für Arbeitslastenverarbeitungssysteme und insbesondere auf Technologien zur Leistungssteuerung auf mehreren Ebenen. Spekulationen sind hier nicht das Thema, aber Servrock Solutions zeigen kleine Einblicke in etwas, was man wohl bald erwarten kann. Wie Sie selber schreiben, könnte es alles aber auch nicht sein. Mesh Plus haben wir schon öfter gehört. Nun gibt es ein Rebranding. Mesh Plus digitiert zu Chirp. Ihr könnt euch jetzt auf die Warteliste setzen, damit ihr die Ersten seid, um einen Miner kaufen zu können und mit dem Netzwerk zu interagieren. Laut den Aussagen der Betreiber ist IOTA immer noch als Lösung gedacht. Aber wenn die IOTA Foundation zu langsam ist, werden sie nicht auf uns warten und andere Protokolle suchen. Der Link zur Anmeldung ist unten in der Beschreibung. Gleichzeitig gibt es einen Blogartikel auf Medium über die Neuerungen. Auch den Namen mit den ersten Spezifikationen wurden gezeigt. Blackbird. Oh nein, was ist das? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Gewinnspiel. Du sitzt gerade vor dem Bildschirm und hast nichts anzuziehen? Du hast dein letztes Hemd für Schimmer ausgegeben? Perfekt. Hier ist deine Chance, ein 50% Code für ein cooles Moron T-Shirt zu gewinnen plus den passenden FT und sogar AR. Alles was du dafür machen musst ist ein Kommentar zu schreiben mit Hashtag IOTA, Hashtag Schimmer und in der nächsten Folge werden zwei Gewinne präsentiert. Patreon und YouTube Mitglieder können sich freuen, diese haben eine erhöhte Gewinnchance. Bombastische Neuigkeiten gibt es auch von der E-Class. Diese präsentieren ihren ersten AAS Registry. Auf der Webseite gibt es ein Proof of Concept dazu. AAS steht für Asset Administration Shell und kann Maschinen, Komponenten und Service digital und standardisiert beschreiben und deren Verknüpfung darstellen. Dazu wird der IOTA Tangle benutzt. Letzte Woche gab es auch wieder ein Update für Tangle Pay und die Firefly Wallet. Somit ist die Firefly Wallet für Schimmer in der Version 2.0.1 verfügbar. Im Großen beinhaltet das Update nur Bugfixes und die Einführung von ALIAS. Tangle Pay gibt es jetzt in Version 1.4.6 und beinhaltet zahlreiche Verbesserungen mit Schimmer wie das Klemen von Token und Mikrotransaktionen. Bleiben wir kurz bei Firefly Wallet. Das Team hat für Oktober einen Updateplan wieder vorgestellt und konzentriert sich momentan auf die Integration von NFTs. Damit kann man im ersten Schritt NFTs senden und empfangen, um die Transaktionen sich anzeigen zu lassen. Im zweiten Update wird ein neuer Reiter eingeführt, der Sammlung heißen wird, wo man alle seine NFTs sehen und verwalten kann. Eigentlich sollte die dynamische Abstimmung eingeführt werden. Dieses Feature kommt aber erst später, da hier Verbesserungen durchgeführt werden müssen. Auch EVM steht kurz vor dem Release. Was die Mobile App betrifft, wird auch dort fleißig gearbeitet. Als letzten Punkt erwähnten sie das Staking von Assembly. Da es sich hier um das Ende naht. Wie auch schon beim letzten Malen wird es mit dem Start der neuen Runde auch ein neues Update geben. Das gibt uns gleich den Anlass die neuen Assembly-Zeilen anzusehen. Die 934 Millionen Assembly wurden ausgeschüttet. Es bleiben rund drei Tage für die momentane Runde. Kommen wir zu Soon Labs und Soonerverse. Soon Labs, TanglePay und IOTA-B bilden eine der größten Allianzen und Partnerschaften in IOTA-Ökosystem. Gleichzeitig wird Soon der Governance-Token von TanglePay und IOTA-B. Vorher war ja noch ein separater Token geplant. Ich selber begrüße diesen Schritt der Vereinheitlichung. Diesen Schritt erklärt auch warum Bitforex so schnell Soon auf ihren Börsen genommen hat. Auch die Webseite ziert nun die neue Partnerschaft. Weiter wird Garrett Jin, der Kopf hinter TanglePay und Bitforex Komitee-Mitglied bei Soon Labs. Als Gründenabschluss macht ein Soon Labs Medium Artikel Freude. Hier wird die Zusammenkunft der neuen Mitglieder präsentiert und welche Früchte das Ganze tragen soll. IOTA-B wird wie oben erwähnt keine eigenen Token ausschütten, sondern Soon. Soonerverse wird 3 Millionen Soon-Token auf IOTA-B als Liquidität bereitstellen. 30% der IOTA-B Gebühren gehen in die Soonerverse Vault. Das Ganze soll mindestens 3 Jahre dauern. Die Soon-Belohnungen aus dem Mining werden für 12 Monate gesperrt, wenn sie beansprucht werden. Es wird ein neues Modul von TanglePay eingeführt, das sogenannte TanglePay Messaging System. Damit können wir dann alle miteinander kommunizieren. 100.000 Soon-Token werden an die TanglePay NFT-Inhaber ausgeschüttet. Bombastische Entwicklung. Brom fand einen interessanten Artikel auf Decrypt. Damit soll Europa Energieeffizient Labels für Blockchains einführen. Und wir wissen ganz genau, wer ganz oben stehen sollte. IOTA ist mit einer der effizientesten DLTs, Blockchains, auf dem Markt. Reasonite Finance wird Mitglied im Touchpoint-Programm. Reasonite Finance wurde von mir in den letzten Folgen schon erwähnt. Dort haben sie ihre Unterstützung angeboten, um Kunden das IOTA- bzw. Schimmer-Netzwerk zu präsentieren und anzubieten. Sie wollen die FNFTs in das Schimmer-Netzwerk bringen. Bankless Consulting veröffentlicht den mittlerweile sechsten Teil ihrer DeFi-Lehrgänge. Diesmal mit dem Thema Tokenomics. Das Video auf YouTube wurde schon bereitgestellt. Mobi hat sich schon lange nicht mehr mit IOTA gemeldet. Doch nun gibt es ein Pilotprojekt mit dem Namen Cytopia. Das Pilotprojekt wird vom großen Firmen unterstützt, darunter auch IOTA. Erste Tests werden für August 2022 angesetzt. Wie viel genau IOTA-Technologie und was genau drin steckt, lässt sich nicht rausfinden. Aber wir halten das Ganze im Auge. Auch ein neues Lernvideo von Kumar gibt es wieder. Diesmal lernen wir in zwei Minuten, wie wir eine Mikrotransaktion versenden. Seit dem Schimmer-Release explodieren neue Token und Sinn und Unsinn. Einige dieser Token können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Aber mit diesem Ansturm kommt auch das Listing mit einher. IOTA-Beat twittert deswegen die Öffnung des Marktplatzes und veröffentlicht deswegen gleich ein Blogartikel rund um das Thema. In diesem präsentieren sie die Voraussetzungen für die Aufnahme und gleichzeitig warnen sie auch. Bevor ihr in irgendwelche Meme-Coins investiert, recherchiert ordentlich und seid euch wirklich sicher, wo ihr euer Geld reinlegt. Lasst euch von großen und übertriebenen Prozentzahlen der Redditen nicht blenden, denn ihr könnt alles verlieren. Am 3. November präsentiert WorldID endlich den Login mit IOTA. Ihr könnt euch für die Präsentation kostenlos registrieren. Das wird viele neue Türen öffnen. Landex startet den öffentlichen Verkauf am 3. November. Für alle, die sich für die Tokenomics interessieren, diese findet ihr auf der Webseite. Ich hoffe auch, dass wir endlich was Handfestes sehen. Nach dem ganzen Auf und Ab rund um Landex sind einige in der Community nicht mehr richtig zufrieden. Hoffen wir, dass sich alles zum Guten wendet und Landex uns das liefert, was sie uns auch versprochen haben. Für alle, die sich für Amnesia Cash interessieren, das Projekt twittert und lebt auf ihr Discord ein. Dabei könnt ihr am Alpha-Testing teilnehmen. Die Protokollgruppe veröffentlicht ein Update über ihre Arbeit. In Kürze geht es mehr um das Schreiben von Papers und deren Veröffentlichung. Was sehr lange dauern kann, wer schon ein Paper geschrieben hat. Wir können bald ein Paper über das Mana-Burning freuen. Auch Simulationen rund um das Mana wurden durchgeführt. Muandelo fand erneut ein Patent. Diesmal eingereicht von Continental Automotive. Genau dem Conti, den alle von ihren Reifen kennen. Das Patent beschreibt das Senden und Empfangen von Zustimmungsinformationen von verschiedenen Nodes, welche durch ein Smart Contract gesichert sind. Wie immer wird IOTA unter anderem Netzwerken erwähnt und nicht als das Netzwerk. Und fast hätte ich es vergessen, Stronghold 1.0 wurde letzte Woche endlich veröffentlicht. Das Sicherheitsmodul ist nun endlich einsatzbereit und überschneidet sich gut mit der Nachricht von Vault ID und dem Login mit IOTA. Vielen Dank für das Zuschauen, vergesst nicht am Gewinnspiel teilzunehmen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen zur neuen Folge of Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und es ist verdammt still gewesen. Fangen wir mit Deeper Finance an. Diese tweeten am 25.10., dass sie langfristige Werte stehen und damit weder ein Pre-Sale, ein Eco oder NFT verkaufen werden, um so Geld einzuspielen. Damit reiht es sich in die sogenannten Fair Launch ein, wo alle die gleichen Voraussetzungen haben. Wenn es aber losgeht, können alle die Token kaufen, diesen als Airdrop bekommen und als Belohnungen für Aktivität erhalten. Wir werden auch alle Möglichkeiten haben, Deeper vor dem Launch als Testversion probieren zu können. EU Blockchain Forum hat ein Dokument erstellt mit der Analyse von 4000 Blockchain Businesses. Auch IOTA wurde als ein bemerkenswertes Blockchain-Unternehmen erwähnt. IOTA Origin ist jetzt im Touchpoint-Programm drin. Wir erinnern uns. IOTA Origin ist das Projekt mit den tokenisierten Rohstoffen. Herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen alle, dass DeFi jetzt diverser dadurch wird. Die dritte Runde von IOTA Staking ist vorbei. Eine Milliarde Assembly wurde diesmal ausgestütet. 61% der IOTA Token wurden dafür gestaked. Die vierte Runde steht schon vor der Tür. Vergesst nicht. Vor der neuen Runde wird es ein Firefly Update geben. Landex startet am 3.11. seinen Public Sale. Dafür haben sie einen Medium Post veröffentlicht. Wer daran teilnehmen will, muss noch einen KYC ausfüllen. Der Verkauf dauert 5 Tage. 17% der Lex Max Supply sind für die Landex Fundraising Phase bestimmt. Bislang befinden sich 8% der Token in den Händen der Community, davon 5% Airdrop und 3% Seed Sale. Und kein Token wurde an ein Venture Capital verkauft. Wer Informationen zum Verkauf braucht, sollte sich den Medium Post angucken. Ist das wieder ein Vogel? Oder ein Flugzeug? Nein. Es ist die Auflösung des Gewinnspiels der letzten Folge. Die Gewinner wurden mit pick-a-winner.co ermittelt. Ein Code geht an die deutsche Community und ein Gewinn an die englische Ausgabe. LH Muck und Death Roll. Herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt den Code. Meldet euch per Mail oder per Twitter. Danke nochmal an die Morons, die das Gewinnspiel ermöglicht haben. Die anderen Projekte können gerne auch was springen lassen. Was sagt ihr? Auch Suniverse gibt die Plattform für alle, die einen KYC machen, frei. Momentan gibt es 7 Token zur Auswahl. Suniverse hat die letzten Tage ein paar Umfragen gestattet. Nun präsentieren sie die Ergebnisse. 6 Fragen wurden erstellt. Zum Beispiel das Rebranding, die Anzahl an Validatoren für ein Projekt, damit es wirklich dezentral ist, erweiterbare Smart Contracts oder das Benutzen von Drittanbietern einer Cloud. Wer die Antworten lesen will und auch die Gedanken des Teams dahinter, sollte diesen Artikel sich zu Gemüte führen. Validat veröffentlicht ein Tutorial, wie man sich mit IOTA einlogen kann. Das Endresultat möchte ich sehr gerne zeigen. Das Video hat auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Perfekt. Und now we can press the Sign-in-Button, Sign-in of Keycloak, we will be redirected to Keycloak. Then we can press NFT, that will be then forwarded to the IDP kit. It will redirect us to a Connect Wallet page, where we can now share our address, which will be validated by the IDP kit and checked against that we are the holder of an NFT, of the collection we specified earlier. Then we get redirected to Keycloak, which now wants some more information, which we can just pause in and submit that. Perfekt. And now we are logged in. Denn Sadao.iota hat ein interessantes Bild auf Twitter veröffentlicht, welches die Aktivität auf Schimmer zeigt. Das Bild zeigt den ganzen Monat Oktober und beinahe eine Verdopplung an aktiven Schimmeradressen. Ich hoffe, dass ihr sowas jetzt öfter postet. Wer auf Minted Vodka schon mal mit dem Schimmertestnet spielen will, kann das nun tun. Auf minted.vodka.schimmer kann man sich jetzt wie gewohnt auf Metamask registrieren, ein paar Testtoken sich schicken lassen und spielen, bis man keine Lust mehr hat. Für meine Verhältnisse zu unübersichtlich, aber vielleicht muss man sich einfach mehr und länger damit beschäftigen. Es gibt wieder eine große Abstimmung im Schimmernetzwerk. Die Abstimmung kommt direkt von Dom China. Es gibt 205 Abstimmungen, bei der 82% für Ja stimmen. Kurz gesagt, sollte erfolgreiche Schimmerökosystemfonds aus August dafür verwendet werden, Investitionen zu beschleunigen. Dabei gibt es zwei Vorschläge. Ich zitiere, die Wahl von drei Community-Mitgliedern, die den Schimmer Growth Committee der Tangle Ecosystem Association beitreten und die Befugnis erhalten sollen, den Ökosystemfonds schnell, effektiv und transparent zu verteilen. Ihr Mandant wird für ein Jahr gelten und jährlich erneuert werden. Nutzung der etablierten rechtlichen Strukturen der Tangle Ecosystem Association als verantwortliche Instanz für die Zuteilung von 50%, rund 90 Millionen Schimmer. Der Schimmer Tokens aus der Gemeinschaftskasse. Über die rechtlichen Strukturen der TIA wird das Schimmer Growth Committee das Ökosystem neben dem Community Treasury Committee finanzieren, das derzeit von der Gemeinschaft eingerichtet wird. Das wird nicht vielen schmecken und wirft bei dem einen oder anderen Fragen auf, warum das Ganze. Die DAO, die gerade gebaut wird, dauert viel zu lange. Sie ist gut und sie wird auch kommen. Es gibt vielleicht Situationen, wo das Geld jetzt gebraucht wird und dafür die Entwicklung der DAO im Weg. Wenn potenzielle Investoren Jahre brauchen, hat das Fertige zu sehen, nur weil wir nicht vom Fleck kommen. Deswegen gab es am Dienstag, dem 1.11. auch ein Governance Call mit Dom, der das Ganze etwas erklärt und Fragen beantwortet. Das Ganze könnt ihr auf YouTube sehen. Was ist denn eure Meinung dazu? Wer den Ruf von Amnesia Cash auf Discord folgte, konnte die Plattform testen. Für alle, die es verpasst haben, können auf einem Screech schon sehen, wie die Plattform aussehen wird. TanglePay und AuditOne gehen eine Partnerschaft ein. Diese wollen nun gemeinsam neue Tokens prüfen, bevor diese bei TanglePay aufgenommen werden. Android-User können auch ein Update 1461 installieren, was Probleme mit Schimmer löst und auf iOS kommt ein Update 147, welches mit Verbesserungen in die Sicherheit kommt. Hans Moog meldet sich nach einer langen Zeit zu Wort. Auf einem Strategie-Gipfel wurden offene Dinge geklärt. Er darf aber keine Details nennen. Die Neufassung des Konters ist abgeschlossen und die Integration kann beginnen. GoShimmer und Hornet fusionieren zu einem größeren Team, welches gemeinsam arbeitet, um den Core-D-Site Mainnet-Trade zu machen. Das sind super Neuigkeiten. Auch ein neues Bankless Consulting Nummer 7 ist erschienen und beschäftigt sich mit dem Risikomanagement. Das Stronghold in der Version 1.0 erschienen ist, wissen wir nun seit der letzten Folge. Jetzt folgt auch der Blogpost von IOTA. Wer die Technik mit Codebeispielen gerne lesen und verstehen will, sollte sich diesen Artikel durchlesen. Last but not least wird Blogbytes morgen ein Twitterspace starten mit Dom, Chris und Schimmersee. Es wird über Schimmer gesprochen. Blogbytes hat über 130.000 Follower auf Twitter. Das war's mit der kurzen Folge. Danke für das Zuschauen. Vergesst nicht am Vorschlag von Dom abzustimmen oder ihn wenigstens durchzulesen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge Probably Nothing, den IOTA News des letzten Monats November. Es ist viel passiert, also nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Gleich am Anfang des Monats ist Audit One dem Touchpoint-Programm beigetreten. Diese wollen die Sicherheitsfirmen im Kryptobereich revolutionieren. Sie wollen mehr Geld an die Auditoren ausschütten, einen eigenen Token einführen und damit einen Kreislauf bilden. Das Ganze soll dann im zweiten Quartal 2023 erscheinen. Moandela hat mehrere Patente gefunden. Das erste von Intel. Hier geht es um die Steuerung und Übertragung von Netzwerken. Das zweite ist von STA Capital und beschreibt ein System für das Messen von Stimmungen nach Ereignissen. Also ich mag oder ich mag nicht. Das letzte und dritte Patent kommt von Notarize Inc. und beschreibt das Verfahren zur Unterstützung unabhängiger Beobachter bei der Durchführung von Online-Unterschriften. Pipe veröffentlicht einen Blogbeitrag, wo sie einen Use Case präsentieren. Außerdem haben sie am 25.11. die erste Beta präsentiert, wo man sich auch anmelden kann. Wer nicht weiß, was genau Pipe ist, es funktioniert wie das IPFS-System, beispielsweise auf Steemit. Die Demonstration wird am 9.12. gezeigt. Anfang November ist auch die vierte Runde IOTA Staking angefangen. Alle 10 Sekunden bekommt man Assembly in der Firefly bzw. Tangle Pay App gutgeschrieben. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr die Wallets auf der aktuellsten Version habt. Die Dauer beträgt wieder 90 Tage und endet damit am 05.02.2023. Bis Dezember wurde 390 Millionen Assembly ausgeschüttet mit einer 63%igen Beteiligung. In dem Zuge gab es auch ein Update von Firefly auf 1.7.0. Auch Tangle Pay hat ein großes Update 1.48 veröffentlicht, bei dem sie die Schimmerintegration verstärken. SpiceFive hat auf dem Web Summit ein paar Eindrücke auf Twitter hinterlassen, momentan gibt es aber viel zu wenig Infos dafür. Auch Amnesia Cash meldet sich auf Twitter mit einem neuen Blogpost, wo sie ihr einzigartiges Token präsentieren. So heißt ihr CoinNoise und man erhält ihn, wenn man seine Kryptowährungen in einem Pool lässt. Die Auszahlung an Prämien erfolgt nach der Dauer der Einzahlung. Weitere Details werden noch veröffentlicht. Wer die Wahl des Browsers hat, hat die Qual der Wahl. Mrs. Browser integriert Tangle Pay. Dieser Browser ist ein Mobile Browser, der 100% Open Source ist. Bitcoin KSA mit über 100 und 1000 Follower auf Twitter hat ein Treffen mit Dominic Schiner. In diesem Treffen heißt es, heute hatte ich ein fruchtbares Treffen mit dem Mitbegründer Dom Schiner des IOTA-Projekts. Und so Gott will, wird es eine Überraschung für die IOTA-Community geben und Schimmernet Schimmer. In den kommenden Tagen war es eine mehr als wunderbare Arbeitssitzung, danke mein Freund Dominic Schiner. Was genau dabei rausgekommen ist, ist nicht bekannt. Kommen wir zu einem großen Blog, Soonlabs. Seit dem letzten Update gibt es mittlerweile 12 Coins, die man auf Sooniverse handeln kann. Auf ihrer Medium Seite haben sie auch einen Blogartikel veröffentlicht, wo sie über EVM Level 2 Integration und Schimmer reden. Am 17.11. ist das Audit One Team sogar als Service-Modul beigetreten. Das heißt, wer die Werkzeuge von Soonlabs benutzt, kann jetzt auch auf die guten Audits zugreifen. Das heißt 50% Rabatt für Nutzer der Service-Module. Ein weiterer Partner ist FreeFlow Dev. Dieses Unternehmen verhilft Entwicklern und Schöpfern die Verbindung zu Unternehmen, also ein Jobportal. Alle NF3-Benutzer bekommen sogar einen Rabatt. Wenn ihr also Entwickler sucht, könnt ihr hier eventuell fündig werden. Ein großes Sooniverse Update wurde auch released. Dieses hat vornehm mit dem Spacers zu tun. Man hat nun bessere Bearbeitungs- und Kontrollmechanismen. Wer also schon lange nicht mehr auf Sooniverse war, sollte spätestens jetzt wieder rein. Und als wäre das nicht schon alles, viel präsentieren sie am Ende November das Staking auf ihrer Plattform. Alle, die Soon-Token-Besitzer noch kaufen wollen, können diese nun auf Sooniverse staken. Das Ganze funktioniert nach einer wöchentlichen Sperrung der Tokens. Je nachdem wie lange man seine Soon-Token sperrt, wird ein Multiplizierer gestartet. Bei 52 Wochen gibt es die doppelte Belohnung. Das ist aber nicht alles, denn es gibt auch vier verschiedene Level, die mehr Features freischalten. Auch kommen neue Funktionalitäten in den Spaces rein. Hier gleich ein Eintrag von mir. Soon könnt ihr entweder auf Sooniverse oder auf Bitforex kaufen. Ein weiterer Hammer landet Schimmer mit dem Tweet, dass Schimmer nun von der Crypto Finance AG akzeptiert wird. Das ist eine Tochter der deutschen Börse. Für alle IOTA Watch-Besitzer. Es gibt ein Update, welches die italienische Sprache einführt und von einem Update eine Push-Benachrichtigung ausgibt. Das Teichpoint-Programm begrüßt einen weiteren Partner, ZOKIO. ZOKIO reiht sich in die Kategorie der Sicherheitsprüfungsunternehmen ein, das auch Crypto, DeFi und NFT-Unternehmen aufbaut, finanziert und eben absichert. Am gleichen Tag postet TangleSwap, dass ihre Smart Contracts von ZOKIO kontrolliert worden sind. Kumat zeigt uns wieder ein paar tolle Tutorials. Dieses Mal, wie man NFTs in JavaScript mintet. DeFi, das Projekt, welches das Fun-System revolutionieren will, hat mit der Einführung von Schimmer im Hintergrund ebenfalls weitergearbeitet. Sie stellen ihre App vor. Leider fand ich keinen Release-Zeitpunkt. IOTA kann sich auch über ein neues Listing freuen. Zex.io startet den Handel mit IOTA. Hier handelt sich aber nicht um den nativen Token, sondern wie so oft um einen Wrapped-Coin von Binance. Auch Guardarian führt IOTA ein und hier handelt es sich tatsächlich um echte IOTA. Man darf also zugreifen. Landex hatte die letzte Folge sich von Zertik überprüfen lassen. Jetzt gibt es das Ergebnis. Vorab habe ich das PDF bekommen zur Einsicht und auch ihr könnt nun auf Zertik die PDF und auf den Bericht zugreifen. Erinnert euch an die Umfrage in Oktober? Die Auswertungen sind da. 590 Leute haben mitgemacht und das Ergebnis sieht folgendermaßen aus. 89% sind positiv für IOTA und Schimmer gestimmt. 81% sind auch mit dem Fortschritt zufrieden. Die wichtigsten drei Projektkategorien sind DeFi, die Infrastruktur und Zahlungen. Alle Daten findet ihr in den Quellen. WOM hat ein cooles Video gefunden von Digimark. Diese haben auf dem Tangle mit der DID das Tracking der Produkte eingeführt. Beispielsweise Kleidung oder die Produktion von Elektroautos und deren Batterien. Alles kann man nachverfolgen. Schimmer C meldet sich auch mal wieder mit einem kleinen Update. Diese haben einen Einblick auf ihren Marktplatz mit NFT gewährt in diesem Media Artikel. Mit dem Start kann man dann seine eigenen Kollektionen eröffnen und wird wohl einen ähnlichen Weg mit den NFTs gehen wie Soonerverse. Für alle Entwickler die in C Sharp und .NET ihr Unwesen treiben können nun auch auf die Wallet Bibliothek zugreifen. Damit steht eine weitere Programmiersprache für IOTA offen und damit auch eine weitere Tür für Möglichkeiten. Am 21.11. kam dann die Hammer News von dem EPSI Wettbewerb. Lange hat es gedauert, aber nun sind die Finalisten gelistet. Auch zu beachten ist, dass die Reihenfolge auch die Platzierung bedeutet und in jeder Runde war IOTA an erster Stelle. Die nächste Phase wird aber ziemlich lange dauern und bis wir da ein Ergebnis überhaupt sehen. Eine weitere coole Sache ist das Login mit Wallet von DriveMe. Diese haben ein Video veröffentlicht, wo sie zwei Beispiele zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das sieht sehr interessant aus. Das Ganze wurde in Swift programmiert. Auf GitHub könnt ihr ebenfalls alle darauf zugreifen. Touchpoint begrüßt für November das letzte Mitglied in den Reihen und zwar Dark Mythos. Ein Rollenspiel auf Kartenbasis. Dark Mythos ist aber noch ziemlich early stage. Das Gameplay ist noch nicht endgültig. Bifrost gibt ein Update 0.2. 1. Schimmernetzwerk Unterstützung, Kontakte und das einfache Zurückversenden von Geld. TangleHub gab Ende des Monats noch ein Update, wie denn ihr Pipe funktioniert. Das Ganze könnt ihr in voller Länge durchlesen. Word.id wurde von der EU bestätigt als einer der Kandidaten. Nur fünf Kandidaten schafften alle Voraussetzungen. Dabei ging es um das Diplombeispiel aus der letzten Folge. IOTAB postete am 29.11., dass sie durch Namen Cyber erfolgreich kontrolliert wurden. Das Ergebnis könnt ihr auf ihrer Website sehen. Deeper Finance präsentiert am 01.12. ihre Tokenomics. Mit dem Start können wir dann alle Deeper auf drei Arten verdienen. Entweder mit Liquidity Mining, Airdrops und dem ersten Liquiditätsangebot. Das Ganze wird über einen Partner und zwar Schimmersee laufen. Ein Startdatum wurde nicht genannt. Am 08.12. veröffentlichte TanglePay das Update 149 mit einem vollständigen Support für Schimmer und dem NFT-Management. Man kann auch endlich seine biometrischen Daten und für die Sicherheit benutzen. Riesen Danke von mir. Das Zoonoverse Staking wird unterstützt, Schimmer-Governance und eine bessere Wallet-Einstellung. Am 09.12. hat das Firefly-Team seine Schimmer-Wallet in Alpha-Testing rausgebracht. Auch hier wird die Integration von NFTs ermöglicht. Aber noch keine Anzeige von Medien. Eine Public Beta folgt noch. Und am 10.12. gab es noch ein riesengroßes Recap 2022. Wer es verpasst haben sollte, sollte sich das Video ansehen. Es gibt nicht nur Rückblicke, sondern auch Einblicke in Projekte. Vier Stunden solltet ihr aber dafür bringen. Besonders die Einblicke für 2023 sind sehr interessant. Das war es mit dieser Folge. Jetzt geht es wieder wöchentlich weiter. Danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA-News der letzten Woche. Ich bin Alexander und wünsche schon mal allen eine frohe Weihnacht. Bevor es los geht, hier ein wichtiger Hinweis für alle, die sich im Schimmer-Netzwerk aufhalten und seit Tagen oder Wochen eine Fehlermeldung bekommen. Ihr müsst das Netzwerk in der Metamask aktualisieren. Snowman schreibt am 12.12., dass das Schimmer-EVM schon diesen Winter kommt. Und zwei Tage später kommt noch eine Meldung. Und zwar, dass sie eine Partnerschaft mit Soonlabs starten. Letzte Folge hat TangleHub, ihr IPFS vorgestellt. Und es gibt natürlich eine Demo, wo ihr das Ganze probieren könnt. Dafür müsst ihr nur auf demo.tanglehub.eu gehen und den Seed eingeben und schon bekommt ihr ein geheimnisvolles Dokument. Mittlerweile kursiert ihr natürlich schon im Netz, aber ihr sollt das System ja selbst versuchen. Also radern die Tastatur. Außerdem könnt ihr dort eure eigenen Seed generieren und einige Dateien hochladen zum Testen. Senseering veröffentlicht einen kleinen Beitrag auf Medium, wie man seine Daten monetarisieren kann. Hoffentlich kommt dann auch die erste Proof of Concept. Schließlich ist Senseering Gaia X ready. Accumulator, das DeFi-Project mit dem Eichhörnchen, ist dem Touchpoint-Programm beigetreten. Jetzt heißt das auch hier auf die Smart Contracts warten. Jetzt zu den neuesten Assembly-Zahlen. 582 Millionen ISMB wurden schon ausgezahlt und ihr habt noch rund 45 Tage Zeit, eure IOTAS noch in Firefly oder TanglePay zu staken. Die Gewinner der Moron Codes werden gebeten, sich zu melden und ihre Gewinne abzuholen. Danke. Ich glaube, Soonlabs weiß nicht, was Weihnachten und Feiertage ist. Die Leute arbeiten und arbeiten. Minted Vodka ist jetzt ein Partner und ist jetzt ein Service-Modul-Partner geworden. Damit steht dem Sooniverse eine Brücke für das Kaufen und Verkaufen von NFTs. Den kleinen Artikel könnt ihr in den Quellen finden. Am 20.12. haben sie noch einen Artikel rausgebracht, was sie selber als Buildiverse passend betiteln. Ein wirklich guter Artikel mit vielen interessanten Einblicken auf die Plattform und die Vision. Last but not least, was Soonlabs angeht, ist ein neues Mitglied, New Solution Advisor, Isaiah. Er ist für die strategischen Kooperationen und Zusammenarbeit zuständig. Am 17.12. gab es noch ein kleines Alpha-Geschenk der Wasp-Entwickler, die Alpha 040. Hier gibt es eine riesengroße Menge an Änderungen mit vielen IVM-Extras. Auch das Versenden von ERC-20-Token ist möglich. Man kann also als Entwickler die Feiertage nutzen. Es muss nach einigen Angaben aber mehr getestet werden, bevor es released wird. Und gerade eben ist die Alpha 2 040 erschienen. Benzer Dauch hat auf Twitter wieder einen aktuellen Graph mit dem Schimmer-Aktivität geteilt. Der Graph spricht für sich, dass Schimmer mehr und mehr genutzt wird. Crypto Coin Show mit knapp 62.000 Abonnenten hat ein Interview mit Dominik Schiener geführt. Das Video geht knapp 18 Minuten und wurde fast 6000 Mal angeguckt. Wer sich für Deeper Finance interessiert, kann nun ihrem Discord-Server beitreten und sich dort austauschen und nach Gleichgesinnten suchen. Außerdem haben sie am 21.12. erfolgreich die Prüfung durch Hash-Ax bestanden. 30K hat einen German Blockchain Report 2022 veröffentlicht und darunter befindet sich auf Seite 42 Filancore GmbH, die auf IOTA arbeiten. Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team. Gary Jin, der für Bitforex und TanglePay verantwortlich ist, hat einen interessanten Tweet abgesetzt. Der Kanal ist zwar nicht für Spekulationen hier bekannt, aber hier kann ich es mir nicht verkneifen. In einer Woche werden sie etwas veröffentlichen und ich bin sehr gespannt. IOTA wird von EasyBit gelistet. Ob es sich hier aber um echte oder Wrapped IOTA handelt, ist noch nicht bekannt. Und am 22.12. hat TanglePay noch ein Update veröffentlicht. 1.5.0, welche das Zoom und bei den NFTs ermöglicht, das Polygon als Netzwerk hinzufügt und einige Bugfixes beinhaltet. Landex hat am 21.12. ein finanzielles Update getwittert. Diese haben nun entschieden, die eingesammelten Gelder durch den NFT-Verkauf jetzt bei 16 Dollar Cent zu verkaufen, um das Geschäft am Laufen zu halten. Kommen wir zu Themen, die die Community ein bisschen zerschlagen und für angespannte Nerven gesorgt hat. Es gibt ja immer wieder Leute, die sehen nur schwarz. Die IOTA Foundation verkauft beispielsweise Token. Die Adressen sind bekannt. Der Abgang ist in einigen Gruppen minütlich protokolliert. Mein Rat an alle, die das stört. Verkauft eure Tokens und lebt einfach glücklich. Ansonsten verlasse ich mich auf die Aussage, dass alles gesichert ist und das sollten auch viele andere machen. Recherchieren und selber alles in Frage stellen ist schön, aber das Problem an den Haaren zu ziehen ist nicht förderlich. Und irgendwelchen Verschwörungstheorien zu glauben bringt auch nichts. Auch dass die Smart Contracts nicht mehr dieses Jahr kommen, ist wohl ein Don in einigen Augen. Ja, das ist ärgerlich, aber hier ein Tipp. Helft dem Team. Findet eure Jobs und arbeitet 20 Stunden pro Tag unbezahlt an den Smart Contracts. Ihr könnt nicht programmieren, dann geht euren Leben nach und seid froh, dass es Menschen da draußen gibt, die ihr Bestes tun. Sich sinnlos ohne Verbesserungsvorschläge aufzuregen und die Arbeit gelinde gesagt einfach zu reden, ist einfacher als sich selbst hinzusetzen und an schweren Lösungen zu arbeiten. Eine kleine erfreuliche Nachricht zum Schluss. Der Zoom-Token-Preis ist fast bei knapp 50 Dollar Cent. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch hier an das Team. Das war's mit dieser kleinen Folge. Man merkt deutlich, dass Urlaub in der Luft liegt und das ist auch gut so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten zwei Wochen. Ich bin Alexander, wünsche allen ein freundes Jahr und eine tolle Entwicklung. Unsere Lieblings-Kryptowährung, ShibaCoin. No Spaß. Am Ende gibt es noch von mir einen großen Recap 2022 zu Probably Nothing. Los geht's. Ein letzter Aufruf, die Gewinne abzuholen für die zwei Moron Codes. Ansonsten werden sie auf Twitter weiterverlost an andere glückliche Menschen. Als erstes macht Space 5 den Anfang. Diese haben kurz vor Weihnachten eine Closed Beta eröffnet für ihre Schimmer-Infrastrukturprojekt. Damit kann man laut eigener Aussage in weniger als zwei Minuten eine eigene Note aufsetzen. Das Ganze richtet sich mehr an die Industrie als auf den persönlichen Gebrauch, was euch natürlich nicht aufhalten soll, es trotzdem zu probieren. Weiter geht es mit G-Universe. Das Team hat ein kleines Video zum Ende des Jahres veröffentlicht. Ein Making-of. Das sieht sehr aufwendig aus und macht Lust auf mehr. Der Link zum Video ist wie immer unten in der Beschreibung. Nach Weihnachten hat Arcodes Deutschland dann einen News rausgebracht, dass sie mit Vision Authentic eine Lösung für physische Produkte rausbringen. Das Ganze funktioniert dann so. Man kauft beispielsweise ein Produkt. Das Ganze wird durch ein Smart Contract geregelt. Man bekommt ein NFT, was das Zertifikat darstellt, plus das gekaufte Produkt. Das Ganze wird dann auf dem Tangle gespeichert und kann dort überprüft werden. Es machen auch schon einige Firmen mit, beispielsweise Tees mit Kleidung oder CryptoGin 21. BifRest zeigt ein Video, wie schnell und einfach es ist, im Telegram einen Schimmer-Iota-Wallet zu erstellen und die Token zu versenden. Wer von euch nutzt eigentlich diese Funktion in Telegram? Schreibt mir mal in die Kommentare. Am 08.01. haben sie auch ein kleines Update veröffentlicht und zwar, dass ihre App auf dem Weg zur vollständigen Dezentralität und mit der vollständigen Kompatibilität zu Firefly. Vielleicht wird dieser Punkt den einen oder anderen besänftigen und nicht mehr so negativ über das Projekt zu denken. Auch Loyal hat ein Video mit der Aussicht auf 2023 gezeigt. Dieses zeigt, dass man ganz einfach seine Mitgliedschaft und Stempelkarten erstellen und managen kann. Kurz vor Jahresende hat das Schimmer-Team den Explorer um ein paar coole Statistiken reicher gemacht. Beispielsweise die aktiven Adressen, Transaktionsanzahl oder aber auch Storage. Man sieht ganz deutlich, dass Schimmer-Netzwerk lebt und wächst. Auch ein Blogpost mit dem Jahresrückblick 2022 hat die Iota Foundation gepostet. Governance, Schimmer, Firefly, aber auch vieles aus der Community ist in 2022 entstanden oder verbessert worden. Mittlerweile gibt es auch ein paar gute Videos mit Rückblicken, was alles so passiert ist. Am 31.12. kam dann eigentlich die Überraschung von Garrett Jinn, die wir schon in der letzten Folge gehört haben. Und so kündigte er eine neue Infrastruktur dem sogenannten SMPC, Secure Multiparty Computation Plattform. SMPC ist ein Teilbereich der Kryptografie, der es ermöglicht, Funktionen in einem verteilten System über mehrere Parteien hinweg zu berechnen, ohne Daten mit anderen Netzwerkteilnehmern zu teilen. SMPC ermöglicht es Nodes innerhalb eines Netzwerks gemeinsam eine Funktion zu berechnen, während Eingaben von anderen Nodes innerhalb des gleichen Netzwerkes geheim gehalten werden. Das Verfahren ist eine von vielen Methoden des verteilten Rechnens, die den Datenschutz und die Sicherheit in einer Blockchain-Umgebung gewährleisten. Es würde dann IOTA, Schimmer und Assemble als Brücke dienen, beispielsweise um die Token hin und her zu swappen und eine Rendite zu generieren, ohne eine dritte Partei. Sondern alles dezentral. Auf govern.iota.org hat Garrett auch einen Vorschlag schon veröffentlicht. Somit gehen alle Gewinne verteilt in die anderen Plattformen, das SMPC ist schon laut seiner Aussage fertig und einsatzbereit. Der Code wird gerade überprüft und bald sollen mehr Details folgen. Mosquito Pay präsentiert ihr gleichnamiges Projekt mit einem Video. Im Prinzip das, was IOTA so toll macht, schnell, günstig und weltweit verfügbares Zahlen für Dienstleistungen. Bis jetzt gibt es aber keine weiteren Informationen zu eventuellen Partnern, zu Einsatzbereichen, die konkret gestartet werden oder der App. Bell hat am gleichen Tag ein Recap veröffentlicht und nennt dabei wieder IOTA und Climate Check. Diese Information ist zwar schon etwas älter, aber wenn größere Firmen das wiederholen, zeigt es eher, dass sie an einer Lösung halten. Das Ganze wurde über 17.000 Mal angeschaut. Das AuditOne Team hat im neuen Jahr als erstes einen News rausgebracht. Sie haben ihr Member-Bereich erweitert. Der Fortschritt der Überprüfungen wurde nun eingeführt und Rust als eine weitere Programmiersprache. Auch haben sie ihre Pläne für 2023 vorgestellt. Somit sollen sie ihren Trust Day bei Suniverse implementieren, ihren eigenen Token veröffentlichen, ein Komitee gründen und ein Konzept erarbeiten für Versicherungspools. Straffes Programm. Viel Glück. CryptoTuts hat ein Video mit der Überschrift IOTA steht kurz vor dem Cordy-Site IOTA 2.0 veröffentlicht. In knapp 10 Minuten erklärte IOTA, dass der Tangle schon ein paar Mal ausgefallen ist. Wir wärmen also alles auf, was schon längst Geschichte ist. Er hangelt sich die Roadmap drunter, macht ein kleines Preistalk und das war es dann auch schon. CryptoTuts hat zwar einen generell positiven Einblick und Meinung von IOTA, aber leider kein Suniverse. Wo IOTA und Schimmer sehr gut funktioniert, leider kein IOTA-B. Schade. Trotzdem hat er seinen Abonnenten einen relativ positiven Eindruck hinterlassen. IOTA Origin verfasst einen Medium-Artikel, wo sie sich selber noch einmal vorstellen und einen Ausblick auf die Zukunft geben. IOTA Origin will den Bergbau unterstützen, überwachen, damit dieser Industriezweig nachhaltig betrieben wird. Dieser Artikel zeigt deutlich mit vielen Statistiken den Emissionsgehalt, die Lieferketten und Einblick, welche Stoff im Bergbau abgebaut werden und für den Import wichtig sind. Hier ist die Elektrifizierung durch Batterien beispielsweise zu erwähnen. Am 08.01. kam dann noch ein interessanter Tweet von Everything raus. Sie suchen nach dem besten Tag, wo man Ihre Social Media App für einen Public Beta Test benutzen kann. Sie haben am 29.09.2022 ein kleines Video folgt nicht, wie es aussieht oder aussehen könnte. Mehr Nachrichten kamen aber nicht mehr dazu und nun völlig aus dem Nichts eine Beta. Ich bin sehr gespannt. Shimmer C hat am 09.01. noch einen tollen Tweet verfasst und zwar, dass sie die Shimmer IWM testen und es nicht mehr erwarten können, die Training-Decks uns zu zeigen. Wie wir wissen, hat das Team Ende 2022 noch die Shimmer IWM als Alpha rausgebracht, damit sie schon mal angetestet werden kann. Wenn dann die Beta von IWM kommt, wird dann wohl auch alle anderen Projekte nachziehen. Das war's erstmal mit den News und es wird Zeit, meine eigenen Recap von Probably Nothing zu starten. 1700 Abonnenten begleiten mich und IOTANON seit der Erstellung. 6.000 Stunden lang wurden die Videos angeguckt, das sind genau 250 Tage oder etwas mehr als 8 Monate. Über 520.000 Mal wurden die Videos auf YouTube angezeigt mit einer 5%igen Klickrate, was mehr als der Durchschnitt ist und einer durchschnittlichen Wiedergabe, Dauer von 5 Minuten und 25 Sekunden. Durch die vielen Untertitel kann ich IOTA auch an viele Nationen da draußen vermitteln und mir werden nur 50 besten Länder angezeigt. Auch habe ich mit der Einführung von Suniverse ein NFT erstellt, welches mir finanziell helfen sollte. Den Super Cylom, wo es noch 17 Stück übrig sind. Hier habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich diesem NFT einen Mehrwert geben kann und das ist dabei rausgekommen. Jeder, der so ein NFT gekauft hat, hat es verdient entlohnt zu werden. Deswegen werde ich meine Provisionen, die ich bei Bitforex bekomme, in Schimmer an alle Käufer gerecht auszahlen. Ich hoffe, dass alle Käufer ihre Schirmadresse bei Suniverse eingetragen haben, sonst wird hier keine Auszahlung möglich sein. Die Auszahlung erfolgt auch bis zum heutigen Stand. Das heißt, wenn ihr ebenfalls bei der Auszahlung beteiligt werden wollt, geht es erst das nächste Mal. Danke hiermit auch an die drei Zuschauer, die mich indirekt mit der Anmeldung über meine Links unterstützen. Großer Dank geht auch an Kali, der seine ganze Kollektion der IOTA-Nerds zur Unterstützung übertragen hat. Hier sind ebenfalls noch sehr viele NFTs noch da. Greift also zu. Einen großen Dank geht auch an alle Patreon-Spender, Carlos und Bernhard sowie Kokolus und McWinston, die den Kanal monatlich mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen und den immensen Zeitaufwand, sei es in der Recherche oder Schnitt, so gut es geht, kompensieren. Meine halbwegs ordentlichen getrackten Arbeitsstunden betragen hier mittlerweile über 300 Stunden. Vieles hat es seit dem ersten Video getan. Wie ihr merkt, versuche ich mit neuen und aufwendigen Intros sowie ein paar hoffentlich gut getimten GIFs, euch die Videos interessanter zu machen und neue Zuschauer abseits der Bubble schmackhaft zu machen, was wiederum mehr Zeit und Kraft kostet, als ich es am Anfang eigentlich wollte. Deswegen ein großer Aufruf und bitte, sich groß bei den NFTs, den Mitgliedschaften, Rafflings, Direktspenden, sei es IOTA oder Schimmer zu beteiligen und den Kanal zu unterstützen. Denn unter den drei großen IOTA-Kanälen, die die IOTA-Foundation selber nennt, IOTA-Spec, IOTA-Poet, Grüße gehen raus, und Probably Nothing ist Probably Nothing der größte von Ihnen, was mir eine große Ehre ist und ich dieser Größe gerecht werden will. Danke nochmal an alle Zuschauer, alle Abonnenten und Unterstützer. Ich hoffe, wir erleben ein unglaubliches Jahr 2023 mit großen Entwicklungen, großen Sprüngen nach vorne, vielleicht sogar einer großen Revolution und der ein oder anderen Überraschung. Ich wünsche mir, dass viele trotzdem zur Ruhe kommen und nicht sofort negativ denken, dass wir alle glücklich werden und natürlich, dass IOTA den Erfolg bekommt, den IOTA auch verdient. Auf ein neues und spannendes Jahr. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Willkommen bei Probably Nothing. Ich bin Alexander, heute gibt es echt coole Sachen und das sind die IOTA und Schimmer News der letzten Tage. Los geht's. Fangen wir mit dem 9.1. an. Hier hat die IOTA Foundation einen Hammer auf YouTube geteilt, mit Jonas als Gast. Das Ganze dauert eineinhalb Stunden und kann als Podcast angehört werden. Herzlichen Glückwunsch an Regine, die momentan bei Spice5 arbeitet. Sie wurde in einem Artikel als Vorbild und Inspiration für viele Frauen erwähnt, die im Web3 arbeiten. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. CoinMarketCap hat den Blogartikel der IOTA Foundation auf Twitter als Spotlight gepostet, indem sie auf das Jahr 2022 zurückblicken. Auch Lift Capital hat diesen Artikel ihrer Community vorgestellt. Am selben Tag gab es auch ein neues Hornet Release für Shimmer 2.0 Release Candidate 4. Generell hat das Team jeden Tag brutal viel getestet und verändert. Wer sich das mal vor die Augen führen möchte, kann sich auf GitHub alle Änderungen per Mail zuschicken lassen und bekommt garantiert einen vollen Postfach. Diese Tatsache kann man auch immer wieder in einer Grafik sehen. Eine überraschende News kam von STMicroelectronics. Diese veröffentlichen einen Artikel über IOTA, wo sie ihren X-Cube IOTA 1 3.0 vorstellen, welcher auf die neuen Updates, also IOTA 1.5, anspricht. Laut Artikel macht Chrysalis das ganze Netzwerk effizienter und robuster. Warum diese Nachricht so gut ist? Es spricht dafür, dass ein Unternehmen das Update von IOTA ebenfalls nutzt, um sein momentanes Produkt damit zu erweitern. Das deutet auch darauf hin, dass das Unternehmen hier großen Wert darauf legt und die Wahrscheinlichkeit, dass ST hier auch IOTA 2.0 setzen wird, ist damit sehr gestiegen. Deeper Finance testet ebenfalls die Shimmer, EVM und das Team hofft, dass sie noch eine Testplattform für uns einrichten können. Ein paar Tage später haben sie uns endlich die Benutzerüberfläche gezeigt. Sieht auf jeden Fall schick aus. BeInCrypto hat letzte Woche einen Artikel über ethische und nachhaltige Blockchains veröffentlicht. IOTA kommt auch vor. Hier geht es um DMRFV, das klimarelevante Daten auf dem Tangle speichert. Auch die Sparsamkeit und Energieeffizienz wird gelobt. Erinnert ihr euch noch an IOTA Heroes? Das kleine Spiel, das ihr damals ausprobieren konntet, das ist jetzt offiziell in den Touchpoint-Programm aufgenommen worden. Inzwischen ist es nicht mehr spielbar. Die Webseite hat sich auch geändert und sieht mehr nach Fun aus. Ihr könnt euch auf die Warteliste setzen. Wer Pipedata in Early Access House probieren will, kann das auch tun, indem es sich auf die Warteliste setzt. Kommen wir zur Assembly. Hier gibt es neue Zahlen zum Staking. 960 Millionen wurden in dieser Runde ausgeschüttet und es sind noch ca. 17 Tage Zeit, um an dieser Runde teilzunehmen. TanglePay ist nun in der Version 1.5.1 verfügbar. Damit wird das IVM Beta-Netzwerk eingeführt, wenn es online ist. Das heißt, auch die Wallet kann sofort genutzt werden und es sind keine besonderen Einstellungen notwendig. Außerdem wurden einige UI-Verbesserungen vorgenommen. Was auch sehr cool ist, ist die Fake-Prävention. So ist es jetzt nicht mehr möglich, Fake-Iota oder Fake-Schimmer zu erstellen. Weitere Maßnahmen zu diesem Problem werden folgen. Farm United kennen wir auch aus dem letzten Jahr. Das sollte die erste richtige Anwendung sein, die auf Iota läuft. Nun gibt es ein paar Eindrücke mehr davon. In dem Tweet heißt es, dass man bereits für Produktion ist und die Markteinführung kurz davor steht. Es ist auch ein Mobile Wallet integriert. Spice5 hat ein kurzes Video veröffentlicht, das die Geschwindigkeit demonstriert. Jetzt können sich auch die Leute davon überzeugen, die nicht zur Testgruppe gehören. Eine größere Beta ist noch für Januar geplant. Everything twittert mehr über ihre Social App. Ab dem 27.01. wird die App zum Ausprobieren zur Verfügung stehen und wird so lange offen sein, wie es möglich ist. Also kein wirkliches Zeitlimit. Wie ich schon vermutet habe, wird es eine Plattform wie Steemit sein, was in meinem Augen echt cool ist. So kann man mit den erstellten Inhalten Geld verdienen, indem man Likes bekommt. Je mehr Engagement man für seine Inhalte bekommt, desto mehr kann man verdienen. Aber auch mit guten und wertvollen Kommentaren kann man Geld verdienen. Am 27.01. wird noch nicht alles freigeschaltet sein. Man kann dann posten, berichten, liken, kommentieren und das Profil aktualisieren. Wenn alles gut läuft, wird auch Direct Messaging freigeschaltet. Wenn auch das klappt, kann man Trends verfolgen. Freut euch auf den 27.01. Das wird super. TheTangle.org stellt den Betrieb ein. Wer seine Zahlungen darüber verfolgt hat, sollte jetzt den offiziellen Explorer der IOTA Foundation benutzen. Explorer.iota.org Kommen wir zu einer kleinen Korrektur aus dem letzten Video bezüglich Moskitopay. Dort habe ich fälschlicherweise gesagt, dass es eine App geben wird. Das ist aber nicht der Fall. Sondern es ist eine Schnittstelle zwischen dem Nutzer und einer Anwendung, zum Beispiel Tankstelle, wie im Video zu sehen. Es werden bestehende Apps wie Firefly, TanglePay oder Börsen genutzt. Am 15.01. war Moskitopay auf der Crypto Summit in Zürich und hat einige Eindrücke hinterlassen. Unter anderem ist eine Partnerschaft mit TangleSwap bereits im Gange. Am 16.01. gab es auch gleich ein kleines Armer mit TangleGang, nur auf Deutsch. Dort gibt es mehr Beispiele, wie und wo man es einsetzen könnte. Auch die Wirtschaftswoche Vivo hat am 16.01. online einen Artikel über IOTA mit dem Titel IOTA – Vorteile durch Smart Devices veröffentlicht. Es wird erklärt, was und wie IOTA funktioniert. Dann wird über den Preis geschrieben, eine Prognose abgegeben. Kurz, schwer zu sagen. Vor- und Nachteile werden genannt und das war's. Auch hier wird zu wenig über bestehende Drittlösungen und Projekte berichtet. Schlimmer, IWM, Binance wird sogar als einzige Börse erwähnt. Europäische Börsen, die IOTA verkaufen, gibt es wohl nicht. Schade, Vivo. Die IOTA Foundation hat am 17.01. bekannt gegeben, dass sie der BC100 Plus-Initiative der Vereinten Nationen beigetreten ist. Diese untersucht das Potenzial der Blockchain und der LT-Technologie, um Ungleichheit, Armut und Klima zu verbessern. In den nächsten Jahren soll ein Manifest entstehen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Hoffentlich ein besserer Name. Landex geht live, aber nicht auf IOTA, sondern auf der Test-Plattform von Ethereum, Sepolia. Der Grund ist einfach, die Smart Contracts von Schlimmer sind noch nicht fertig, das Produkt aber schon. Man startet mit Ethereum, wenn Schlimmer nachzieht, gibt es auch hier einen Start. Da Landex eine Multi-Chain-Plattform ist, ist das keine Überraschung. Schön wäre es natürlich, wenn Schlimmer zuerst gekommen wäre. Naja. Gleichzeitig gibt es ein Medium-Artikel, wo gezeigt wird, wie man die Plattform jetzt schon nutzen kann. Gerrit Chin hat seinen Vorschlag für die IOTA SMPC überarbeitet. Er möchte Validatoren für den Test haben, sodass man jetzt schon starten und die Dinge ausprobieren kann. Sobald die Validatoren ausgewählt sind, wird die Plattform gestartet. Die Auswahl der Kandidaten beginnt vom 18.01. bis 24.01. Und die eigentliche Wahl vom 25.01. bis zum 1.02. Loyal gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was wir bald mit ihrer Anwendung machen können. Sie haben intern ein NFT gemeint. Es wäre interessant zu wissen, ob die Schanzenbäckerei ein echter Partner ist, der von Anfang an dabei ist. Und fang wo. Zum ersten Mal in diesem Jahr zeigt Adam ein neues Update für Suniverse. Was genau, sehen wir in dem Video. Ein On-Tangle-Abfrage. Damit braucht man theoretisch kein Suniverse mehr. Was natürlich Quatsch und ziemlich umständlich wäre. Das Ganze ist als Service-Modul ja gedacht. Und wer eine eigene Plattform baut, kann hier auf Suniverse und eben auf dieses Modul zugreifen. Es soll auch schon Projekte geben, die darauf aufbauen. So viel zu dieser Episode. Es brodelt und brodelt und es liegt etwas in der Luft. Bis zum nächsten Mal. Hey, was geht? Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und das Lied, das ihr gerade gehört habt, könnt ihr für nur 69 Millionen auf Suniverse kaufen. Damit unterstützt ihr Timson Labs. Los geht's. Forbes.com schreibt am 23.1. wieder über IOTA. Positiv ist die Erwähnung einer großen Plattform wie Forbes.com. Negativ, keine Wortüberschimmer, Drittanwendungen, die bereits funktionieren, keine Erwähnung von Firefly und, und, und. Wieder ein Copy-Paste-Artikel wie von anderen Plattformen. Marianne Delaroche hat ein Interview bei Blockchainbox. In diesem kleinen Interview geht es um Nachhaltigkeit und wie sich IOTA hier beteiligt. Sie erzählt über ihre Anfänge, über die Arbeit an Climate Monitoring mit Kanada und Europa bis hin zur Enadbar. Am selben Tag hat beencrypto.com IOTA unter die Top 5 IOT-Unternehmen gewählt. Unter anderem werden auch Helium, Ambrosus, Wise und Autonomy erwähnt. Auch Blockbytes hat eine Zusammenfassung über IOTA. Dieser Artikel ist deutlich besser. Es wird auf Shimmer, Firefly, die vielen Partnerschaften hingewiesen. Hier können sich die etablierten Plattformen gerne eine Scheibe abschneiden. BeFrest veröffentlicht ein Update mit großen Designänderungen. Ich würde immer noch gerne wissen, wie viele diese Wallet benutzen. Soonlabs hat auf Medium einen Artikel mit vielen tollen Updates veröffentlicht. Das erste Update mit dem OTR, OnTangle Request, haben wir bereits in der letzten Folge beleuchtet. Außerdem wird das Token-Based Voting erwähnt, welches in zwei, drei Wochen eingeführt wird. Hier funktioniert das ähnlich wie bei der Firefly Wallet. Nicht die Master-Token ist wichtig, um böswillige Aktionen zu verhindern, sondern die Zeit, die man an der Abstimmung festhält. Das Beste daran, die Token sind immer noch frei verfügbar und werden nicht blockiert. Und wenn Staking aktiviert ist, wird auch das nicht deaktiviert. Außerdem wird die Suchfunktion verbessert und noch viele andere Kleinigkeiten, die unser aller Leben verbessern. In der letzten Folge habe ich bereits den großen Workflow auf GitHub erwähnt. Für alle, die denken, dass die IOTA Foundation nichts macht, einige Entwickler liefern sogar am Samstag und Sonntag aus. Und auch der Twitter-Account Proof of GitHub zeigt die Entwicklung deutlich. Es wird entwickelt und es wird geliefert. Satoshi Streetbets mit 85.000 Followern twittert, dass 2023 IOTA ordentlich pumpen wird. Ich bin kein Freund von Spekulationen, das wisst ihr, aber manchmal kann man solchen Aussagen eine Bühne bieten. Deeper Finance hatte seine erste Amma. In knapp eineinhalb Stunden beantworten sie die häufigsten Fragen. Später posten sie, dass sie die Schimmer-IWM testen und auf eine neue Alpha warten. Die letzte Woche erschienen ist. Dom hat auf Discord eine Frage zu Smart Contracts beantwortet. Einen genauen Zeitpunkt gibt es natürlich nicht, aber wenn die Tests einige Wochen ohne größere Probleme laufen, wird das Ganze veröffentlicht. Wer auch hier GitHub verfolgt, wird die Repositories sehen. Im Moment laufen die Tests auf Hochtouren. Rom hat ein cooles Video dazu gefunden. Cryptolulu mit knapp 52.000 Abonnenten hat ein Video mit dem Titel IOTA is going to be a monster gemacht, das knapp 17.000 Mal angeklickt wurde. In 12 Minuten gibt es eine gefühlte Lobeshymne auf IOTA. Leider gibt es auch hier kein Wort über Schimmer, IWM oder funktionierende Lösungen. Es geht hauptsächlich um das Internet der Dinge und wie IOTA die Welt monetarisieren kann. Danke für das Video. Vault-ID hat ebenfalls ein Video veröffentlicht, wo sie sich, EPSI und eine Demo vorstellen. Die Demo ist diesmal eine andere als vom letzten Video. Vault-ID reiht sich in die besten Projekte ein, die IOTA hat. Diese Lösung ist eine der besten, die wir vorzeigen können für das Web3 und allgemein die Zukunft. Am 26.01. haben sie auch viele Updates im Newsletter veröffentlicht, das Wallet-Kit, SSSI-Kit und eine Web-Wallet. Bis-Gen hat einen Artikel veröffentlicht, wie sie IOTA in ihrem Falkor-Lösung verwenden. Das Hauptdokument hier ist, dass auch Europa IOTA unterstützt und somit das Vertrauen und die Weitsichtigkeit in die Zukunft ebnet. Ich denke, das ist ein schöner und wichtiger Punkt, den sie hier erwähnen. Kommen wir zur Assembly und den neuen Staking-Zahlen. Es wurde eine Milliarde Assembly ausgeschüttet und es sind noch fünf Tage für diese Runde übrig. Keine Sorge für alle, die neu hier sind. Die nächsten 90-Tage-Runde kommen danach. Eine Einkündigung wird folgen. IOTA Origin gibt bekannt, dass sie im Finale für den Most Exciting Project of 2023 in ReFi Award sind. Herzlichen Glückwunsch. Am 31.01. sollten die Gewinne bekannt gegeben werden. Aber es gab keine offiziellen Ankündigungen auf der Inadpa-Seite. The New Stack schreibt über IOTA. IOTA distributed ledger beyond blockchain for supply chains. Hier geht es um die Versorgung mit bereits bekannten Beispielen wie Trademark East Africa oder Scilla BD. Interviewt wurde José Manuel Cantera, der bereits 2020 bei der IOTA Foundation angefangen hat. Ein wirklich ausführlicher Artikel mit tollen Perspektiven. Spice5 und Soonlabs geben ihre Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft sieht wie folgt aus. Spice5 bietet seit einiger Zeit automatisierte Notes an, die in wenigen Minuten eingerichtet werden können. Dort können sie zwischen verschiedenen dezentralen Diensten wählen, um dann einfach die Buildiverse-Plattform mit allen Modulen zu nutzen. Laut dem Artikel haben beide Zugriff auf verschiedene Partner in den USA und Europa und können so ihre Produkte dem jeweils anderen anbieten und gleichzeitig neue Synergien schaffen. Auch das Soon-Token soll integriert werden. Apropos Soon-Token. Ihr wollt einsteigen und danach kaufen? Kein Problem. Soon, IOTA und Schimmer könnt ihr bequem und einfach bei Bitforex kaufen. Den Link findet ihr weiter unten in der Beschreibung. Ein neues Patent wurde gefunden, diesmal von Wanderer. Es geht um die Vorrichtung und das Verfahren zur Stabilisierung des Stromnetzes durch Einbindung von privaten Stromspeichern mittels Signalisierung von Netzzuständen für Notstrom und Abrechnung zwischen Netzbetreibern und Endverbrauchern. Das Ganze wurde von Butzer Kasten angemeldet. Auch Goldstandard meldet Neuigkeiten. Leider ist die Webseite während der Aufnahme und Recherche offline. Hm. Matt hat auch seine Begeisterung darüber gepostet, die Standardisierung und die Register sollen in APIs zusammengeführt und für alle leichter zugänglich gemacht werden. Touchpoint heißt einen neuen Partner willkommen. Loyal. Loyal ist derzeit fast in jeder Episode dabei. Toll, dass sie jetzt auch bei Touchpoint sind. Es ist schon eine Weile her, dass wir einen offiziellen Blogbeitrag der IOTA Foundation hatten. Am 27. Januar veröffentlichten sie IOTA Enters Next Phase of EU Blockchain PCP. Damit erreicht IOTA das Finale. Phase 2a wurde überstanden und Phase 2b folgt. Es gibt drei Finalisten neben IOTA, Cromway, AB und Billion SPZOO. Diese Phase dauert zwölf Monate. In Phase 2b sollen die Prototypen entwickelt und unter realen Bedingungen getestet werden. Jelle Melenar äußerte sich zu diesem Thema schon vor einem Jahr, da viele Mitglieder der Community zu viel interpretiert oder es sogar missverstanden haben. Das Finale kann man nicht gewinnen. Es geht mehr um Finanzierung, Forschung und das Finden einer europäischen Lösung. Das bedeutet auch, dass die EU am Ende auch Bitcoin für ihre Zwecke nutzen wird, schroff gesagt. Die Finalisten bekommen nur mehr Geld, mehr Reichweite für mögliche Partner und Kooperationen. Mit anderen Worten, es gibt drei Gewinner. Epsi wurde 2019 gestartet. Landex wird ein IEO, Initial Exchange Offering, auf Latoken und P2B Crypto Exchange zu einem günstigeren Preis durchführen. Diejenigen, die am öffentlichen Verkauf teilgenommen haben, sollten sich jedoch nicht ärgern. Die gekauften Token werden mit dem 2,5-fachen Wert aufgewertet. Man bekommt also mehr, als man gekauft hat. Es sollte also fair zugehen, so das Team. Aber auch die Käufer vom Seed, Private Cell und NFT werden entlohnt. Der Start der Plattform mit Ethereum ist für Februar geplant. Schirm erfolgt so schnell wie möglich. Michel Natti verlässt die IOTA Foundation, wird aber weiterhin die IOTA Community unterstützen. Danke, dass du dabei warst. Am 30.01. fand Wanderer ein weiteres Patent der Etho Magnetic GmbH mit der Beschreibung eines Multifunktionsschildes mit zwei Sensoreinheiten, das zur Überwachung und oder Entfernungsbestimmung eingesetzt werden kann. Als Beispiel werden Messen oder Museen genannt, die die Richtung beispielsweise einzeigen. Aber auch eine integrierte Geldbörse. Wann kommt eigentlich dieses Schimmer-EVM? Dave hat auf Twitter ein wenig Klarheit geschaffen. Kurz gesagt, die Alpha ist bereits veröffentlicht, es wird getestet und dann verbessert. Dann werden die Verbesserungen getestet und weiter verfeinert. Wer GitHub verfolgt, wird sehen, dass im Moment gefühlt nur getestet wird. Wenn alle Tests zu vollen Zufriedenheit durchgeführt wurden, wird es veröffentlicht. Am 31.01. wurde die Alpha 5 der Vision 040 veröffentlicht. Wir nähern uns also dem Ziel. Tangle Gang hat ein cooles Interview mit Jonas Theis vom Go Shimmer Team geführt. Allerdings muss man viel Zeit mitbringen, drei Stunden um genau zu sein. Das Interview ist nur auf Deutsch. Loyal hat die Beta ihrer App für Android und iOS veröffentlicht. Wer schon mal reinschnuppern und ein paar Bugs finden will, kann das jetzt tun. Sieht sehr vielversprechend aus. Das Audit One Team twittert, dass die Integration auf Soonverse fast abgeschlossen ist. Damit wird es bald möglich sein, Benutzer zu verifizieren. Zum Beispiel über KYC, Social Media Profile, NFT oder Security Audit. MPC, vorgestellt von Gary Jin, hat seine Validatoren. Ihr habt gewählt und hier sind die Auserwählten. Soonlabs, Spice5, ShimmerSea, TangleSwap, DLTGreen und ShimmerGov. Herzlichen Glückwunsch, da laut alten Tweets alles bereit ist, sollten die Tests bald beginnen. Das war es mit dieser Folge. Vielen Dank, danke für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander, zurück aus dem Urlaub und habe diesen Monat einige interessante Dinge zu berichten. Fangen wir an. Ende Januar hat Vee einen Artikel auf Medium veröffentlicht, in dem es darum geht, wie es mit dem Projekt weitergeht. Eigentlich war Vee nur als Spaß im Soonerverse gestartet und die ersten Mitglieder verteilt wurden. Nun soll es mehr Substanz bekommen. So soll nun die Vee-Dao entstehen, die von der Community verwaltet wird. Voraussetzungen sind jedoch 10.000 Vee und eine exklusive Vee-Mitgliedskarte. Letzte Folge waren die Inadpa Awards. Hier ein paar kleine Eindrücke und Fotos. Es gibt auch ein Video mit kleinen Eindrücken. Der Link ist unten in der Beschreibung. Am 1. Februar hat die IOTA Foundation einen Blogartikel mit dem Titel Incentivizing Energy Savings with Energy Knip und IOTA veröffentlicht. Energie Knip kennen wir bereits. Sie haben ihr Projekt vor zwei Jahren vorgestellt. In diesem Artikel berichtet Mitbegründer Adri Wischmann über seine Erfahrungen. Energie Knip hat 30.000 aktive Wallets seit 2021. Seit 2021 wurden insgesamt 300.000 Euro ausgeschüttet und 50.000 Transaktionen durchgeführt. Im letzten Video nur als schnelle Texteinblendung. Jetzt aber offiziell Loyal, die App für Gutscheine und Stempelkarten, die bisher nur in Deutschland funktioniert, ist offiziell gestartet und hat auch schon ihren ersten Update bekommen. In den Einstellungen kann man nun auch seine Schimmeradresse sehen, um sie im Explorer verfolgen zu können. Bis vor wenigen Tagen wurden über 1000 NFT gemintet und dafür 100 Schimmer blockiert. Einige User haben auch die App in den Coupons ausprobiert und es funktioniert also keine Angst. Moandelo hat ein Patent gefunden. Das Konzept dürfte einigen bekannt vorkommen. Es wurde von LitBot Inc. aus den USA eingereicht und beschreibt ein Verfahren zur autonomen Sammlung von Abfall und Recyclingbehältern mit Robotern und Überwachung der Füllstände durch Sensoren. Die vierte Assembly-Runde ist abgeschlossen. 64% des IOTA-Angebots wurde gestackt. Die Kontenbetreiber sollten alle das Ereignis verifizieren, was sie inzwischen alle getan haben sollten. Für alle zur Erinnerung, zwei Jahre sollte das Staking insgesamt 90 Tage pro Runde dauern. 90 Tage mal vier Runden gleich 360 Tage. Wir sollten also die Hälfte der Runden geschafft haben. Vergesst auch nicht eure Firefly Wallet für IOTA, nicht für Schimmer, ein Update auf 171 zu verpassen, damit ihr an der fünften Runde Staking teilnehmen könnt, denn am 11.02. ist die fünfte Runde offiziell für 90 Tage gestartet. Dazu gibt es einen Blogartikel der IOTA Foundation, eigentlich nichts Neues für viele. Ein weiteres Patent wurde am 06.02. veröffentlicht, angemeldet von Hitachi Transport Systems aus Japan. Dieses Patent soll das Bestandsmanagement im Handel von mehreren Logistikanbietern und mehreren Ländern steuern. TJ Kayota hat ein cooles Video mit einer Chat-App gezeigt, die Schimmer verwendet. Die Sende- und Empfangszeit ist zwar recht lang, aber das Beispiel zeigt, was möglich ist. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsprojekte im Moment, Everything. Hier gab es einige tolle Updates seit dem letzten Mal. Zum Beispiel das direkte Schreiben mit anderen. Es gibt Benachrichtigungen, also kann man in der kleinen Alpha schon viel ausprobieren. Laut Patch the Code, der das Projekt momentan komplett alleine programmiert, kommt bald die ersten Infos wie IOTA und Schimmer eine Rolle spielen wird. Pipe hat einen kleinen Teaser vorgestellt, nämlich ihr White Paper, welches bald vorgestellt werden soll. Die Per Finance präsentiert ihren Website im neuen Glanz. Digimark veröffentlicht auf LinkedIn einen Artikel über den EU Digital Product Passport. Mit diesem Ausweis müssen bald alle Produkte versehen sein, um den Verbraucher besser zu informieren, zum Beispiel wie nachhaltig das Produkt ist. Man sieht die Herkunft der Rohstoffe und die Lieferketten. Digimark hat jetzt mit IOTA ein Pilotprojekt getestet, wo man Autobatterien nachverfolgen kann. Wenn man den QR-Code der Batterie scannt, bekommt man über die eindeutige digitale Identität die Materialzusammensetzung, Pflegehinweise, Wartungsübersicht und wer die Wartung durchgeführt hat. Die IOTA Foundation führt eine Umfrage zu DeFi durch. Das Ganze dient der Inadbar-Forschung, um DeFi besser zu verstehen. Das heißt, wir als Community können aktiv beiden Seiten helfen. Es ist also eine Pflichtumfrage für alle aktiven Mitglieder. TangleSwap hat am 12.02. ihr Whitepaper vorgestellt. Wer zu faul ist, das Ganze durchzugehen, kann gerne mein Video dafür anschauen. In diesem Video seht ihr aber zwei exklusive Bilder, wie die Plattform aussieht. Mehr kann ich nicht zeigen. Aufgrund von Zeitproblemen anderer Videoproduzenten verschiebt sich dieses Video auf Freitag, den 17.02. Die Web3 Berlin, die anscheinend die größte Kryptokonferenz in Europa ist, beginnt am 16.02. IOTA ist auch dabei und sie präsentieren ihre Vision der dezentralen Zukunft. 55 Unternehmen werden vor Ort sein. LF Edge twittert, dass Dell, Cededa, ClimateCheck und IOTA die erste Biogasanlage überwachen und ihren CO2-Fußabdruck messen. Die Anlage befindet sich in Molina, Chile und dank der digitalen Messungen konnte der Prozess, der normalerweise 24 bis 48 Monate dauert, auf 4 bis 6 Wochen verkürzt werden. Was wir gerade hier sehen, ist ein kleiner Ausschnitt, der nicht beschleunigt abgespielt wird. Nämlich wie schnell und gut der Tangle im Moment funktioniert. Dazu habe ich einfach die Note von SeidlerXBFS genommen, die er getwittert hat. Und der läuft und läuft und läuft, wie der gute alte Energy Hase. Bevor wir zu den ganzen Updates kommen, ist eine kleine Partnerschaft zwischen TangleHub und DeltiGreen entstanden. Das sollte der Pipe und der Cloud einem besseren Netzwerk und mehr Stabilität geben. Dominik hat am 14.02. einige interessante Einblicke in die Entwicklung von Schimmer gegeben. Er hat mit Bitpanda gesprochen und das Team dahinter will Schimmer wirklich listen. Es gab auch Kontakte zu anderen Börsen, aber er kann nichts dazu sagen. Wie sagen kluge Leute immer, wohin will er, ist es auch ein Weg, Bitpanda. Keine Reden schwingen, einfach mal integrieren. Was uns aber alle interessiert, ist das Update zu Schimmer mit der EVM und damit den Smart Contracts. Am 2.02. kam die Alpha 6 raus, am nächsten Tag die Alpha 7 und 8. Am 9.02. kam die Version 050 Alpha 1, am 13.02. die Alpha 3 und gestern die Alpha 4 und 5. Was sagt uns das alles? Es bedeutet nicht, dass wir bis zur Version 0.99 gehen können, bevor die Beta kommt. Sie kann mit der Version 0.73 kommen, aber auch mit der Version 0.5.1. Die Nummerierung sagt nicht viel über den Fortschritt aus. Die schnellen Updates deuten darauf hin, dass die Tests gut laufen und Fehler sofort behoben werden. Die Zeichen stellen gut, dass die Beta kommt und zwar bald. Die Tangle Gang hat ein Interview mit Timson Labs gemacht. Eine Stunde erzählt Timson Labs über die Anfänge und über seine Projekte. Das war es mit dieser Folge. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. 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 TSX-DS-Ex listed Iota. Es handelt sich wohl oder übel um ein Wrapped Iota-Coin. Zumindest gibt es keine Bestätigung, dass es sich um echte Iotas handelt. Schade. Wir hatten schon lange kein neues Projekt Trommelwirbel für TangleChains.org. Der Artikel stellt TangleChains.org vor, einer Plattform, die Interoperabilität und Kommunikation zwischen verschiedenen verteilten Ledgern ermöglichen soll, wobei der Fokus auf Tangle-basierten Ledgern liegt. Es wird erklärt, wie TangleChains.org automatische Swaps und kettenübergreifende Kommunikation nutzt, um eine nahtlose Übertragung von Daten und Vermögenswerten zwischen verschiedenen Tangle-basierten Ledgern zu ermöglichen. Der Artikel diskutiert auch die Vorteile einer solchen Interoperabilität einschließlich erhöhter Effizienz und Flexibilität bei der Nutzung von Tangle-basierten Ledgern. Das Ganze wurde von Spice5 initiiert. Kleines Update zu Web3 Berlin. Schimmer wird dort auch offiziell vertreten sein. Dazu gab es eine offizielle Ankündigung. Jetzt ist IOTA auch auf dem ersten Platz der Speaker. Das ist auch neu. Billy Sanders hat einen Artikel auf Beancrypto.com veröffentlicht. Der Artikel auf Beancrypto.com stellt Directed, Acyclic, Graphs, DAX vor und hebt einige der wichtigsten Projekte hervor. Die DAX verwenden darunter IOTA und Schimmern. Der Artikel erklärt, wie sich DAX von traditionellen Blockchain-Strukturen unterscheiden und wie sie verbesserte Skalierbarkeit und parallele Verarbeitungsmöglichkeiten bieten. Der Artikel untersucht auch einige potenzielle Anwendungsfälle für DAX, wie das Internet der Dinge, IOT und Micropayments. Die Vorteile der Verwendung von DAGs werden erläutert, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Transaktionen ohne Miner oder Validierer zu verarbeiten und das Potenzial für einen geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Blockchains. Das Tangle Dynamics Team arbeitete an verschiedenen Aspekten des IOTA Tangle Netzwerks im Februar. In Bezug auf den Simulator hat das Team an der Implementierung der Tangle Scope Condition, TSC, und der Verfeinerung der Metric Dumpings und der Code Merge gearbeitet, während gleichzeitig noch bestehende Fehler behoben wurden. Das Team diskutiert auch neue Ergebnisse zum Mana Burn und beschäftigt sich mit anhaltenden Inkonsistenzen im Netzwerkbereich. Im Netzwerkbereich arbeitet das Team an der Implementierung eines hybriden Ansatzes zur Leistungssteigerung eines Rate Setters und bösartiger Knoten. Das Team hat eine Lösung für das Problem der negativen Mana Bilanz vorgeschlagen, indem eine reine Blockreferenz implementiert wird und die Anzahl der Validierer, die den Block gesehen haben, gezählt wird. Das Team arbeitet auch an einem Mana Wirtschaftsmodell. Darüber hinaus hat das Team den Input-Output von UTXO-Transaktionen analysiert und arbeitet an der Auswahl von Komitees auf der Grundlage der Idee der höchsten Stakeholder. Schließlich hat das Team eine numerische Analyse verschiedener Funktionalitäten durchgeführt und eine deterministische Regel für TSA-Validatoren entwickelt. Im März definierte und diskutierte die Parameter-Taskforce ihren Auftrag und Plan und benannten den Multiversum-Simulator in TangleSim um. Sie sollen nicht andere Taskforces ersetzen, sondern verschiedenen Forschungsgruppen eine Plattform bieten, um Komponenten von TangleSim zu verbessern und zu entwickeln und um experimentelle Ergebnisse, die mit TangleSim generiert wurden, zu sammeln und zu diskutieren. Im Netzwerkbereich diskutierte die Arbeitsgruppe die Referenz Mana Kosten, RMC, für ICCA Plus und schlug vor, rund 10 Slots in die Vergangenheit zu nehmen, um die RMC zu berechnen und schlug auch eine minimale Mana-Schwelle vor, um das Problem der negativen Mana-Balance anzugehen. Fehler im Multiversum-Simulator wurden korrigiert, um anhaltende Inkonsistenzen beim Mana-Brennen durch den Konsensmechanismus entschärft. Die Arbeitsgruppe diskutierte auch über Anreize, einschließlich einer neuen Forschungserklärung für ein potenzielles Forschungsthema namens Mana Monetary Dynamics, das ein Modell für die Verteilung der Einsätze unter den Nutzern erfordert. Schließlich untersuchte die BFT-Arbeitsgruppe DAG-basierte Blockchains und die Cordial Miner Finalisierungstechnik. Und last but not least kommen wir zum spannenden Thema Schimmer-IWM. Seit der letzten Ausgabe gab es eine Reihe von Updates und Verbesserungen. Aktuell sind wir bei Version 0.5.1 Alpha 1. Das Testnetzwerk lief sogar schon ein paar Stunden, bis wieder ein Bug entdeckt wurde. In den nächsten Wochen wird laut Dave an der Stabilität und am Test-Testen gearbeitet. Dazu gehören auch mehrere automatische Stresstests. Wenn alles gut geht, wird das Grundgerüst für das erste Schimmer-IWM-Testnet fertig sein. Wie wir sehen, läuft alles gut. Die Partner testen, die Entwickler entwickeln, das alles ist probably nothing und von mir erfunden. Ayotte und Schimmer stehen still. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.